Dann mach ich mal kurz die Windows-Taste um zu sehen. Na, guck mal, weil... Du musst vielleicht doch Vollbild ausmachen. Aber eigentlich sind das doch hier meine Einstellungen und nicht deine, oder bin ich doof? Egal, jedenfalls sehe ich grad, ich hab die Windows-Taste gedrückt, das spiel nicht, natürlich. Hä, du musst doch bloß den Bildschirm reinmachen. Perfekt, jetzt geht's. Komischerweise heißt jetzt der Bildschirm anders, als du mich eingeladen hast. Das ist das Problem. So, jetzt sollte das Stream auch funktionieren. Jetzt guck ich mal. Ja, ist sowieso keiner bei Twitch. Jetzt können wir das Spiel in Ruhe spielen. Die Eingabesflugger... Ach, du bist... Das waren 140 Sekunden. Anscheinend. Nö, nö, ich bin nur rausgetappt. Achso. Dann... hab ich noch 60 Sekunden. Ja, so viel schaff ich doch nicht. Das kann doch nicht in zwei Minuten alles gehemmt gehandhabt werden. Ja, wir müssen das hochstellen, oder so. Ja, das schaffen wir. Ach, machen wir einfach. Aber ich weiß nicht, wo das geht. Ich spiel jetzt einfach mit dem Kader. Egal, ich mach... Was soll ich noch machen? Co-Trainer hab ich anscheinend, oder? Ich mach mal ne Aufstimmung. Ja, so können wir spielen. Ach, 16 Sekunden. Dann werde ich mal Fans werben. So, weiter. Oh, nein. Die Wochenplanung hab ich vergessen. Fuck. Die verlieren einen Punkt. Was für einen Punkt hab ich jetzt verloren? Äh, du hast einen Punkt bei den Ansprachen verloren. Ach, ist mir doch scheißegal. So, jetzt mach ich einfach weiter. So, jetzt Sport treiben mach ich. Ah ja, dann kann ich auch da persönliches einstellen, dass ich Sport treibe. Ich lass mich mal weiterbilden. Jetzt geh ich mal zurück. Wie viel Budget hast du denn? 337 Euro. Oh, nicht schlecht. Nicht schlecht. Zu wenig. Dafür, dass wir Babo spielen, nicht schlecht. Ja, wir spielen ja auch höchsten Schwierigkeitsgrad. Ich pack mal ein paar auf die Liste, bevor ich was kaufe. Falls ihr was kaufen solltet. Weil eigentlich ist ja gar nicht mehr gut. Ich bin jung. Auf jeden Fall einen guten Torwart. Das hab ich von Whiting Bull gelernt. Jo, ich brauch einen Finekeeper. An 6er Keeper, guck ich mal. An sehr alten. Keeper wollte ich auch noch. Und überall. Marktwert sortieren. Wow, was, so billig sind die? Dann kann ich ja noch hier stärker sein. Hallo? Wie geht's? Wow, 100.000 Euro. Ja. Kawashima. Genau. Ui, muss ich einen Aktionspunkt ausgeben. Aber das tue ich natürlich gerne für den guten Keeper. So, du bist dann. Ah ne, noch nicht. Ne, dein Counterlift noch. Dann bist du jetzt da. Das mit der Maus ist fast unspielbar, ne. Ich mach mal meinen Fernseher an und guck mal darüber tütschen. Mit dem Auge haare. Ich hab immer das mit dem richtigen Wasser. Komisch, wenn das tatsächlich keiner zugucken. Nicht mal check. Besser noch früh. Ja. Ich hab nicht die Neu. Bye. Alles klar. Aufstieg. 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 Ach, die Jugendarbeit wollte ich auch mal machen. Ob sie sich hier nicht in der Liste oder sie ist die Liste? Doch. Test, test, test. Doch, tatsächlich. Doch, dass die hinläuft. Erstaunlich, erstaunlich, test, test, test. Passt, sehr gut. Da bin ich aufgepasst, welche Spieler du alles holen willst. Oder weder, schlimmer. 0,99 willst du holen? Ich hab's übersehen. Ich hab's übersehen. Ja, das ist ein gut. Ich hab's übersehen. Da bin ich aufsehen. Ich hab's übersehen. Ich hab's übersehen. Ich hab's übersehen. Vielen Dank. 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 Bye. 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 ... Ah, die Foto ist alles weggemacht. Entschuldigung, ich habe die Mauskappe. Dein bester Spieler ist so schlecht. Wann Decker machst du, habe ich noch nie gemacht. Müssen wir noch einen Kiefer decken? Ja, das bin ich. Ich bin mal so verrückt und werde meine 3er-Kette einfach machen, auch wenn ich nicht die Spielersätze habe. Und das geht auch. Aufgaben geht auch. Und das 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 geht auch. Vielen Dank. 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 Okay. 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 So. Okay. 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 Vielen Dank. Der Pfarrer ist jetzt zum Börsengang. So, dann noch Verpflichtungen, dann geht's weiter. So, dann geht's weiter. Einführer habe ich. So, dann geht's weiter. So, dann geht's weiter. So, dann geht's weiter. Hä, müsstest du jetzt nicht noch kommen? Ich hab schon, heute ja. Achso, du warst schon, okay. So, dann geht's weiter. So, dann geht's weiter. Ha, ha, ha. So, dann geht's weiter. 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 So, dann geht's. Nee, das wird nix. Lokomotive Leipzig. Ich stelle natürlich so auf. Ui, Lok Leipzig hat eine bessere Abwehr. Ich stelle die Abwehr. Vielen Dank. So, jetzt bist du dran gegen Auerbach. Ich glaube, ich mache mir mal einen Drink. Hast du auch was? Ja, bringen wir was mit, bitte. Okay. 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 Oh, oh. Ich wechsele mich vor allem. machst du die shadow shin taktik ich werde oft verlieren, ich werde fast jedes spiel verlieren oh jetzt bogisch was sind das für übochen stürmer, ich habe kein geld willkommen im barhof ja das kommt dann, ich muss nichts warten ja das kommt dann, ich muss nichts warten nein, ich glaube leipzig, die wollen ja so das ist ja ganz verliebt 37 Jahre alt so halbzeit, was tue ich? spielergespräche funktionieren wahrscheinlich nicht mehr läuft aber gut würde mich echt mal interessieren, ob da nur ich betroffen bin oder im patch generell kaputt ist ich habe nicht gespielt, seit der neue patch draußen ist aber klingt nach dem patch, ne? ne, ich habe gestern abend gespielt, da war es weg man muss am patch kriegen, sag ich so, spiel mir weiter, läuft ja gut, jetzt bist du so, spiel mir weiter, läuft ja gut, jetzt bist du so, spiel mir weiter, läuft ja gut ah, das ist meine chance, die führung zu machen jawoll, dann die drei treuern hatte ich überhaupt schon eine chance? der papa fragt, heißt es hot seat, weil ihr so hot seid? ja genau ja oh, die zuschauer sehen mich ach ja, ich muss gleich mal, wenn ich dann irgendwie das Fenster kleiner machen, weil das Ergebnis geht gerade mit einer Zeit also ich führe, also mit Chemnitz 2-1 gegen Lok Leipzig und 0-0 noch bei Crash man sollte aber dazu erwähnen, dass womöglich das deutlich stärkere Team ist mit Chemnitz bin ich stärker, bei mir geht es eigentlich um den Aufstieg, obwohl das Ziel Platte 7 ist ach stimmt, ich muss auch noch ein Wechseln dann mache ich auch die 17 findet dein Video shield editor so Vielen Dank. Vielen Dank. Ich wechsle einen neuen linken Mittelfeldspieler ein. So, und einen rechten Mittelfeldspieler. Ich will nicht zu viel wechseln, weil ich, Moment, ne, okay, ich bin Kurt, vielleicht mal einen Spür mal rein. Ja, es reicht. Drei Wechsel reichen noch, ne? So, weiter geht's. Der Papa, sag ich auch was. Ui, nicht schön. Oha, Gordi, den Kugel, den Erfolg, mit soem Gesichtsaufwand. Ich glaube, Crash hat genug Probleme mit seinem Team. Ja. Ach, wird's schon laufen. Aber das Gute ist, ich muss nur 16er sein. Ja, nee, ich bin Chemnitz und er ist Germania Halberstadt. Ui, 2,3. Ja, ich hab noch einen Freistoß. Das wird keine gute Saison. Gut, bei mir ist Abpfiff und bei dir wahrscheinlich auch, ne? Ich muss kurz was an den Einstellungen ändern. Ja, wir sind in einer Liga. Fliege, wir sind in einer Liga. Ich mach das Fenster mal kleiner. Oh, meine Maus ist gerade gut. Meine Maus ist gerade gut. Was immer du gerade machst, mach weiter. Ich bin raus. Ich bin ins OBS, um zu planen. Cool, dann tu einfach immer, wenn ich dran bin, raus tappen, okay? Ich wusste nur, dass Bogen schuld ist. Der hat mir hier meine XP ins Kaputt gemacht. Jetzt bin ich wieder in Waff. Geht's bei dir jetzt? Ne, ne? Scheiße, hast du gesagt? Ja, jetzt ist es wieder scheiße, ja. Gut, ich hab auf jeden Fall gewonnen. Siebzehnter, siebzehnter. Ah, in der Zeitung kommen wir beide vor. Moment, naja, gut. Glücklicher Sieg. Und die sind zufrieden, dass du die junge Spieler eingesetzt hast. Das ist ja auch super. Ja, das ist meine Lieblingsmusik aus Waff. Ich würde gleich anfangen zu pfeifen. Also, passt gut. Äh, was macht er denn gerade? Kurze Pässe. Wo manipuliert Crash anscheinend mit Maus. Da ich ja nicht der Host bin, ist das eigenartig. Deswegen verstehe ich nicht, worum seine Maus nicht funktioniert. Du bist dran. Ja, wir haben ja genug Zeit, was ja. Na, ich weiß, woran es liegt. Du funschst mir rein. Hm, genau. Hm, 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 hm. Oh, was, du schließt auf und was machst du jetzt? Komisch. Hm, hm, hm. Was machst du da? Cool. So, jedenfalls gucken wir uns unseren Kader an. Ich habe kein Geld, um Leute zu transferieren. Oder vielleicht doch, wenn ich nicht so ganz gute Leute habe. Alkohol, was sonst? Okay, kann sein. So, dann gucken wir mal, ob ich einen Stürmer finde. Und zwar Level... Level 7, wie viel kosten Level 7 Stürme? Ja, Igo de Camargo, das spielt noch. Dann hole ich den auf jeden Fall. Ich muss kurz ein Wallpaper für Fußball finden. Damit das besser aussieht beim Stream. Und zwar, ja. Ich habe nur ein Wallpaper. Ich habe nur ein Wallpaper gesucht, damit das bei Waff besser aussieht. Das kannst du auch machen, während ich dran bin. Aber du warst weg? Ja. Du bist da. 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 Ich weiß nicht, was die Leute haben in den Foren, dass die sagen, die Musik ist nicht gut. Ich finde die. Super. Ich finde die auch gut. Würde ich auch widersprechen. Erinnert mich an alte Aufbauspiele oder Strategiespiele von früher. Ich weiß aber nicht warum. Die spinnen doch die Leute. Ich sage es wie es ist. Und ich mache mich unbelebt. Ich habe die Anschluss 3 Musik nie gemacht. so Technologisch. So Technologisch. her kdochen. So Technologisch. So Technologisch. So Technologisch. So Technologisch. Ich habe mich einfach von wandeln. Was mir geht nur darum. Das ist gut. Wo was ich eigentlich das Gefühl habe? Und es kann sehr gutamam mehr in dem. Steine mich das Gefühl haben, das ist ja, ich kann mich nicht gut leer. Und das Gefühl haben. Sarb mich zu haben. Just scor headed. Isaac gotta而且 Packungen für jeden Fall ist sehr prhm Edition. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, Gerald ist im Chat. Ja, Gerald, musst du unbedingt fixen mit der Maus. Ja, Gerald, fix das bitte. So, bis dran. Gut, was ist das? Ach ja, Igor De Camargo, der Bochum in der Relegation vor zehn Jahren besiegt hat für Gladbach der Wichser. Den will ich haben. Oder war das nicht dick? Doch, das war De Camargo, ne? Nein, doch. Oh, das wird nicht billig für dich. Kannst aber Aktionspunkt nehmen. Würde ich machen. Musst du gestehen, das habe ich für Verhandlungen nie benutzt. Wo meinst du? Ich schon. Aber nicht in diesem Level natürlich. Ich muss, ich kann sonst ein Gehalt nicht leisten. Meistens auch eher bei Verkäufen. Wo ist mein Aktionsding? Na gut, dabei Gehalt kannst du den ja auch benutzen. Ich sehe die Funktion hier nicht. Was sagst du? Ich sehe die Funktion nicht, wo ich... Die ist, ähm... Warte, ich zeig's dir. Ah, da. Okay. Da. Ich muss, ich muss unbedingt aufsteigen, das ist ja mein Ziel. Also, das heißt, ich kann jetzt nochmal verhandeln, ohne dass was passiert? Ich verspreche dir hier gar nichts. Das musst du entscheiden. Ich finde es riskant. Ah ne, guck mal, ich habe Aktionspunkt eingesetzt, da wurde es um 10.000 günstiger. Ich finde, ich... Scheiße. Ich nehme einfach Forderungen, so akzeptieren. Der will zu viel. Scheiße, der will zu viel. Das wird eng. Das klappt nicht. Scheiße. Ich mache mal auch Aktionspunkt. Aber warte, erst mal verhandeln, damit ich überhaupt weiß... Genau, erst mal verhandeln... Das macht keinen Sinn, der kommt nie im Leben auf 55.000 runter. Doch. Ich komme nicht auf 40.000 nochmal runter. Das wird eng, das wird eng. Ich riskiere einfach nochmal Aktionspunkt, einfach, um zu wissen, was passiert. Genau. Auf 70.000, das macht keinen Sinn, Aktionspunkte. Jetzt kannst du aber zumindest immer nochmal verhandeln. Ach du Scheiße. Knapp drüber. Ich will ihn noch haben. Ja, weißt du was? Nee, den kriegst du nicht. Der ist auch zu stark für dich. Ja, dann lassen wir es. Das bin ich übrigens. Aber den Sponsor nehme ich nicht. Ja, ist auch zu teuer. Oh, viel zu teuer. Du musst die Musik ausgeben. Ich habe sowieso einen guten Kader, also ich warte bis jemand... Ja, mit deinem Kader steigst du wahrscheinlich sogar auf. Ja, denke ich auch. Oh, mir ist schwindelig. Ja, Arbeit ist zu fängig. Ja. Ja, gegen Mäusewitz. Ist das nicht ein Stadtteil von Berlin? Ich kenne mich nicht im Osten aus, keine Ahnung. Ich spiele es ohne Libero. Okay, deine Sache. Gut, gut. Ich habe die Vermutung, dein größter Erfolg wird dein Sieg im Freundschaftsspiegel nicht begegnen. Nein, ich gönne natürlich nur Erfolg. Und das reicht mir auch raus. Bei Mann-Deckung ist halt die Gefahr, dass du den Raum haltest. Ja, ich kann gar keinen Wutpunkt machen. Ist ja sinnlos. Ja, die Presse war aber auch mit dir relativ zufrieden, also wir haben keinen Sieg erwartet. Ja, weil die alle davon ausgehen, dass ich scheiße bin mit dem Kader. Warte mal, die Regionalliga hat ja 38 Spiele, ne? Ja, da muss ich sparsam sein. Für den Beginn würde ich mit kleineren Ansprachen doch anfangen. Damit du weißt, nach ein paar Spieltagen, woran du bist. Und natürlich, die Sparen auch keine schlechte Methode sind. Ich weiß nicht, warum hat der Kurt immer gut aufgestellt. Naja, da ist ein guter... Ja, jetzt ist es gut genug. Hm, sehr gut. Prost, Bruch, Bruch! Prost! Prost! Hm, worum hängt das denn das letzte Minute? Ja, jetzt geht's weiter. Ja, wieder ein Angriff von Chemnaps. Karl-Marx-Stadt, was soll das? Ich komme aus Karl-Marx-Stadt. Ich bin ein Verlierer, Baby. Ist das gegen Rune? Das ist Kraftklub. Die kommen von da. Und haben die das so gesungen, oder hast du das spontan jetzt? Ne, die haben das gesungen. Oh! Altenblicke. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Aber ich habe wieder... Scheiße, ich habe den Einsatz wieder vergessen. Der ist also Standard-Schalte eingestellt. Das stimmt. Das müsste ich mal ändern. Aber ich meine, es steht nur 0, also richtig nicht. Ja, aber ich hätte führen können. Das wäre aber nie erfahren. Oh, Team-Stimmung? Ach, das bin ich. Entschuldigung. Ach, ich bin zergewartet, du Idiot. Der Einsatz ist da. Ja, ist das eine Frechheit. Ich habe immer so die dritthöchste Stufe. Ich habe in der ersten Liga zumindest keine Fitnessprobleme. Ich behalte das einfach mal. Oh, da wirst du Fitness kriegen. Ich habe in der ersten Liga. Na, das ist die Kamarkstadt, ja? Komm Karl! Karl! Drück mal auch bei mir auswächsen. Komm Karl! Komm Karl! Vielen Dank. Vielen Dank. Oh Mann, die Konter-Animation hasse ich immer, wenn mir geht ja dann Konter, das kotzt mir ja auch mal an. Dann würde ich mal wechseln. Ich brauche auf jeden Fall nur einen Stürmer, der Roscher, der ist willig, das sehe ich. Dann wäre noch schlecht darauf, der rechte Mittelfeldspieler Grimm. Dann wicke ich seinen anderen Bruder Grimm ein. Meine Stürmer offen blieb. Meine Linken... So, lass ich. Lass ich auch. So, ist noch jemand schlecht gewesen? Ne, alles gut. So. 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 Toll, und Alten Glicke... Wer, wer? Das Guda! Konter! Das kann kein Abstand. Ui, schönes Solo! Der trippelt aber! Was schießt ihr denn? Nein, ey, ihr Affen! Wir leben Affen! Alten Glicke schon wieder? Nein! Wie das ist schon... Alten Japaner, wo ich das Gefühl habe... Nicht schon wieder Alten Glicke... Ne, das reicht mir... Ich mach einen Satz... Gott sei Dank! Ich kenn das! Jawohl! Ja! Nein! Nein! Wie kommt denn? Ich komm! Fuck you, ey! Fuck... Ah, kein Mensch! Da kommt ihr Karl-Marx-Städtler. Komm, Stürmer. Meine Fresse. Ich bin ja auch abgefressen. Zu Hause 0-0. Bin ja auch zauern. Ich bin ja auch ein Stürmer. Ja, ich versuch's nochmal mit einer stärke schwächeren Stürmer. Aber ich bin aus der Abstiegshode. Scheiß alten Glieke. Jawohl, Punkt-Gordi. Ist das ein Neuerbeikrat vom Film? Ja, du hast ja nur einen Punkt-Gordi genommen. Gegen Berliner AK. Und gegen Viktoria Berlin. Das ist eine englische Woche. Ja. Jetzt such ich mal einen Stürmer. Diesmal Stärke 6 wird wohl reichen. Kann ich eigentlich auch raus-tappen oder bleibt es dann stehen? Die steht, die Eingabe ist vorübergehend. Deaktiviert. Aber kannst du noch was machen oder nicht? Nein, kann das tun. Ich sehe nur. Deaktiviert. Okay. Ich muss also wieder rein. Ja, bin unterwegs. Nur noch schnell Fliegel schreiben. Prosti. So, wieder da. So, guck ich mal. Wen kann ich mir leisten. Stefan Meierhofer. Geil. Die wollen ihn nicht verleihen und verkaufen? Ne. Nicht an Bogusch. Schöne militaristische Mucke. Ja. Hol' ich Chris Wondolowski. Kommt der Soldat in mir hervor. Wondolowski hol' ich mir. in. Vadduk nehmen. I jetzt bestgerallt. Vielen Dank. Ach, wollte doch im Gefallenton, indem ich die Windows-Tafel gedrückt habe. Na, geht fix los mit dem Wasser. Ja. Ich habe heute angefangen. Um Gin zu trinken, um den Hype zu füllen. Ja, finde ich nicht schlecht. Es ist nicht so bitter. Ja, es gibt ja tausend verschiedene, aber ja. Ich glaube, ich bleibe der Rüste. Ja, das ist mein letzter Gin. Danach hole ich ein Disco. Mutig, mutig, mein Freund. Es war ja nur ein Gin Tonic. Das ist ja fast wie nichts. Ich muss sagen, im Studium sieht das sehr professionell aus. Was? Ja, im Studium, als ob wir Profis sind. Wir sind doch nur Profis, dachte ich. Achso. Von Spielen, ja. Ich habe eine Nachricht. Ich bin von Fans, die nicht zu gucken. Ob, ich verschiebe das doch. Ah, Belami hat 39 Grad Fieber. Deswegen kann er dann zählt die Lien-Teamspielen morgen. Ich spiele die nicht. Ich gehe mal kurz raus und schreibe beladenen WhatsApp-Web. CT Dream Team Fieber oder echtes Fieber? Oh, was ist das? Du bist dran. Okay, warte. Dann gehe ich mal rein. Stimmt, Wondolowski. Den kenne ich von Pro-Dusers-Doccer, weil er lange Zeit war in der USA. In der Nationalen-Standmannschaft. Der ist ja günstig. Ist ja ein Schnäppchen. Aber gut, ist ja doch 37. Ich kann ihm ihn leisten. Oh, den kannst du dir leisten. Außer wenn er sofort Nein sagt. Ich kann ihn runter verhandeln. Ich bin aufgestiegen. Ich bin schon fix aufgestiegen. Den kann ich nur aufstellen. So, Öffnung bei mir. Okay. Das sehe ich nicht. Was soll das? Margin schreibt in WhatsApp, aber wenn ich in den Stream? Ist das ein Arsch, ey? Du bist dran. Ja, warte. Warte, ein Arschloch, dieser Margin Brolling. So, ich warte. Wondolowski wird natürlich... Wieso, was hat er denn geschrieben? Der hat irgendwas geschrieben, aber... Der hat eine Kerze im Dream Team in der Gruppe geschrieben. Achso. Wer Kerzen-Smiley-Spursen kann, kann auch in den Stream. So, Berliner Abschlussklasse 07. Bo, gut, schlaf. Bo, gut, schlaf. Da ist Wondolowski. Okay, so gut ist er gar nicht. Hey, der ist besser als mit ganzer Kader. Ich spiele dich mal einfach so. Wir haben gut turniert, Jungs. Ah, du bist der Joe. Dann gehe ich mal wieder raus, weil ich eine Vibration gespürte. Ne, ich bleibe heute doch bei Jim. Ich muss ja nicht jeden Tag gute Laune haben. Wieso? Bisschen gute Laune schadet doch nicht. Ne, probleme ist, dann habe ich ja morgen nichts mehr zu trinken. Hat das ein Argument? Hm? Ah, den Einsatz habe ich wieder vergessen. Muss ich direkt vom Spielen nochmal schnell machen. Ich habe immer noch keine Wutansprache. Los geht's. Was soll die Scheiße? Ist das ein Blitz? Boah, die sind ja 18er. Wenn die jetzt das Tor machen, dann weiß ich nicht, dann flippe ich aus. Andererseits, man kann ja morgen auf Einkaufen gehen, oder? So würde ich schon, aber nach draußen zu gehen. Achso. Du faules Stück. Wollt ihr mich der Fick nochmal verarschen? Scheiße. Na, geht doch, mein blöden Wichser. Was? Was? Was geht's denn? Da war schon immer weiter, dann. Ah, ja, geht doch jetzt. Das ist mir nicht mehr zu kassieren. Oh, die haben Stefanie Hertel im Brot. Nein! Oh, ich habe Angst. Gott sei Dank. Pff, ich weiß nicht, was ich weiß, was ich weiß. Idioten. Oh, oh. Oh, guck, die haben Mason Mount. Das ist eine gute Führung. Wondolowski, Note 4,9. Oh, was ist er jetzt? Was ist er denn? Du hast gerade Wondolowski rausgenommen. Ich habe nur einmal kurz gedrückt, auch so sehen wie es Wondolowski. Aber viel Fitness hat er auch nicht mehr. Ja. Ich glaube, das ist ein Fehlkauf. Das kann man jetzt noch nicht sagen. Ich wechsle ihn mal aus, damit er sich holen kann. Er hat auch schöne Gelbe. Einfach mal Fitness trainieren. Das weiß ich. Den Co-Trainer machen. Ich will, ich mach zu viel kaputt. Ja, jetzt wechseln bringt ja gar nichts. Berliner Aka, Berliner Aka, was soll die Scheiße? Was soll die Scheiße? Was soll die Scheiße? Ich weiß nicht, wenn ich nicht wechseln. Ja, das ist nicht schön. Ohhhhhhhhhh. Ich glaube wir verlieren heute beide. Witzig. Witzig haben ihn gesagt. Keiner kommt rein, dann mache ich einfach einen Satz ganz hoch. Kann mein Team überhaupt was? Oh, meine erste Chance. Ja! Sind sie kipzig, was soll das denn in Berliner AK? Dagegen AK 47 verliert die Ehre. Oh, 11 Meter! Oh, 11 Meter! Oh, so wird er noch gleich verziehen. Oh, 11 Meter! Oh! Oh, so wird er noch nicht mehr verziehen. Oh, so wird er noch nicht mehr verziehen. Oh, so wird er noch nicht mehr verziehen. Oh, Gott sei Dank! Ja, ich wollte wechseln, doch wen für wen. Den für den, den Gebruder Gerund für den, die die Gelder hat. Oh, so wird er noch nicht mehr verziehen. Und vielleicht hat er den linken Mittel festgelegt. Der Freistoß läuft sofort gut. Der Bickel schießt! Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Das war dumm. Der dummste Schuss im Nürnchen. Ja, 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 die drei. Ah, Schäcke. Nein! Hallo, Schäck. Wir spielen W.A.F. So eine Krottscheiße! Ich bin Trainer von Chemnitz und Crash ist Trainer von Demania Heide. Jetzt geht's mal mit dem Einsatz ganz runter. Dann können wir nicht mehr verhauen. So eine Bickelscheiße! Jetzt geht's runter. Ja, gut klar. Ich bin's in die Verloren. So, die ist 15. da bist du. Ich bin 4. Was zur Hölle schreiben die? Die haben echt keine Erwartung mehr. Nee, bei dem Team habe ich auch keine Erwartung. So, dann fahren wir nicht mehr. Hab ich ja total vergessen. Das ist ein sehr geiles Ergebnis. Danke. Oder meinst du Crash? Aber von Crash. Ja, wusste ich doch. Dass du den Witz machen wolltest. Okay. Ja, du bist das. Ja, komm mal. Check in Norweger. Mit in der Pfanne. Ja. Ja, du bist das. Ja, komm mal. Check in Norweger. Mit in der Pfanne. Ja. 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 Deine Saisoneröffnung war eine Woche später. Okay. Oh, 326 Besucher. So eine kleine Stadt. Ich glaub der neuer Torwart ist ein guter Coop. Ja, Deiner ist viel besser aber ja. Ja, aber ich frag mich langsam, ob ich nicht lieber ein Achterstürmer geholt hätte als ein Achterkeeper. Uff, na das wird nie was. Ne, kann ich abbrechen. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Aha. Ich bin doch die erste. Ja, die bin der erste. Pass auf die bin der erste. Und jetzt kommt epische Finalmusik. Wenn du das nicht schaffst, jetzt dann lassen wir das mal sehen. Ich hab jetzt einen Norweger im Tor. Damit wird alles in Ordnung. Ich hab jetzt Check. Warum spielst du und ich nicht? Das verstehe ich nicht. Hm, komisch. Das stimmt. Oder hat das nur 19 Vereine? Eine Regionalliga hat glaub ich nur 19 Vereine. Ja, aber wir sind ja in derselben, du Nasenbär. Ja, aber einer muss Pause haben, wenn es nur 19 sind. Check sagt, Go Crash. Danke Check. Ah, der Papa hat da auch was geschrieben. Halberstadt nun Sieg gegen Tabellenführer und Aufruhrer zum Aufstehen. Ich glaub nicht, dass du aufschießt. Aufsteigen auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad mit dem Team? Ich glaube nicht. Also ich bin schon von mir überzeugt, aber nicht so. So überzeugt bin ich nicht. Oh Mist ey, es ist meine Krankheitstage bald vorbei. Scheiße. Und ich wollte, hab mir eigentlich vorgenommen nochmal ein Game of Thrones von Anfang bis Ende zu gucken. Wenn ich Zeit habe. Ah, pfff. Mach ich an Weihnachten. Waffen mit Crash ist besser, sag was du. Stimmt. Warum spielst du nicht? Wahrscheinlich doch 19 Teams. Gucken wir mal gleich die Tabelle. Wie viele Teams sind. Wollen wir nicht machen. Aber ich muss schon entlassen. Hat mir das keiner gesagt. Oder bin ich doch. Ich spiele doch. Ja, aber normalerweise fang ich doch immer an. Ja, das ist ja nur egal wer anfängt. Nein, ich will anfangen. Auf jeden Fall Waffen. Du bist in meinem Herzen erster Bursch. Waffen mit Crash ist besser als GOT. Okay. Ja, aber ich hatte ja Krankenschein schon letzte Woche gehabt. Ich hatte ja letzte Woche angefangen können. Ja, aber dafür hast du Super Soccer gespielt. Stimmt. Ja, gut. Auch immer ein Besser. So, ja. Ich kann so starten. Dann gucken wir mal. Oh, Viktoria Berlin sind auch 18 Teil. Ich mach mal eine offensivere Aufstellung. Auch wenn meine Fähigkeiten nicht gut genug sind dafür. Dann muss man halt eingespielt sein. Dann probier ich mal so. Dann mach ich mal auch wieder eine Ansprache. Und zwar zum dritten Mal hintereinander. Wir haben gut trainiert. Dein Einsatz links. Ah, danke. Wir haben 316 Fans. Warum haben die jetzt einen Angriff? Warum? Wichser. 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 Ich bin jetzt nicht durch. Oh Gott. Ich lieg' noch nicht hinten Leute. Ich lieg' noch nicht hinten. Aufsteigen. Vielen Dank. Quersh, ein taktisches Meister-Gendal, da kannst du was lernen wo. Ich werde einen Stürmer wechseln für Rokan Kourt. 0 zu 2 gegen Platz 18, ja ich sehe es genauso, das ist eine Schande. Ich mache mal extra Motivation, weil das Spiel ist richtig wichtig. Und zwar mit dem Dialekt von einem Österreicher, oder Italiener als immer, wisst ich. Allora, you are two goals behind, but here is my plan. Until the 60th minute, we shorten the lead, do want to do. And Antti, the 75th minute. Kommt ihr Karl-Marx-Schlecker bitte. Karl-Marx! Go, 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 go! Nein! Der Papa sagt, mach extra nur, damit Kölsch-Konkurrenten Punkte holen. Schweine. Ja. Ja, das tut mir leid. Aber, das ist nicht absichtlich. Ich bin dann sehr erst gleich. Und ich gegen den 18, ne? Ja, ich kann mir jetzt kommen. Ich brauche drei Tore, ich will unbedingt gewinnen. Pickel, Pickel! Und Wondoloski mit der Vorlage. Ja. Oh, Gott! Ui. Nein! Oh, ja! Ui, das ging um 8 Uhr, das letzte Mal. Ich hasse mal einen Schnurrwag, das verfängt sich immer der ganze Gin. Ne, ich glaube, ich wechsle erst später. Okay, ich wechsle erst in der 70. Ui, da hast du eine Aktion. Aber das Ende bestimmt mit dem Konter fürst eine Weile. Ja. Nein, das ist wirklich. Nein, euphorisch! Warum? Warum? Weil von mir immer gut ist. Fick die Wand an! Querschef besser als Gabiola wirkt, der Papa. Scheiße, das ist für ein Antoine. Oh, ja! Chemnitz, ey, Chemnitz kommt. Hey, letzte Mal Margin mit dem Bad. Wenn ich Margin mit dem. Was? Konter? Konter! Wie du mir, so ist dir. Ich fall' kao. Gott sei Dank. So, gehen wir uns einsetzen Schaler. Hat doch das Tor gemacht, oder? Ne, das war Breitfeller, oder? Bickel, ne Bickel, oder? Ne, Bickel, oder? Ich glaube, da kann's spielen, wenn wir auf die Bank. Dann lassen wir es. Wunderloski hat aber keine Kraft mehr. Dann wechsle ich mal lieber den Gebruder Grimm ein. Damit die Defensive gestärkt wird. Borisch macht alles richtig, liegt hinten, stärkt die Defensive. Macht doch Löw auch, und der wurde Weltmeister. Dann tue ich mal, aber Freiberger einwechseln, aber als linke Außenstürmer. Dann macht das in der Sinn mit den zentralen Mittelfeldspielern. Den kann ich noch ein wechseln. Kein, ja. Dann lassen wir es. Oder doch diesen Bickel. Bickel. Nein. Kommt, ey, Linz ist unentschieden, Leute. Mach mal den Guardiola. Wechsel alle zentralen Mittelfeldspieler aus. Oh, das wärst du jetzt sicher nach Hause schocken. Dass gut ist, den Gegner kommen zu lassen, in die Offensive. Mach mal dumm. Wo Karl Marx stattkommt. Karl Marx. Ja. Karl Marx. Jawohl. Da war Friedrich Engels stolz. Ja, ist er. Und Kraftklub macht morgen den Gratis-Konzert. Karl Marx stattkommt. Ja. Gut gedreht, Bogus. Gut gedreht. Da hat er wohl doch gekönnet. Was? Oh, mein 18-4. Karl Marx. Nein. Ich hab's gewusst, dass Viktoria Berlin ist auch. Karl Marx. Karl Marx. Pfeif ab, Schiril. Pfeif ab. Ich hätte immer Angst bei eigenen Eingriffen. Konter ist ja auch immer. Oh, Gott sei Dank. Den konnten wir ja immer kennen jetzt. Aber kann das im Konter enden? Komm. Friedrich Engels. Friedrich Engels. Friedrich Engels. Friedrich Engels. Guck mal Leute, ich bin 12. Ich mache mal kurz Fenster zu, bevor die Nachbarn denken, ich bin linksradikal. Ja. Das wäre schon peinlich. Friedrich Engels. Und so, Friedrich Engels. Oh, was ein Kanker-Spiel war ein 1-0 über die Zeit. Schaukeln, ja. Ne, finde ich aber auch, das muss man erst mal schaffen, gegen Tabellenärztin, ne? Den 1-0 zu halten, hast du gut gemacht. Auch wenn Flieger es nicht meinte. Gut, dass ich nicht am sechsten Spieltag schon meinen Job verliere. Wen habe ich denn überhaupt? VfB. So, Leute, direkt Screenshot machen. Oh, guck, wir haben die Reihenfolge getauscht. Ja, du hast ja auch angefangen, ne? Und wie, warum auch immer. Guck mal, guck mal Torjäger-Statistik. Und Topscore. Was ist so lichtig? Ich schieb mal die Lampel kurz weg. Du hast ja... Du hast den besten Scorer der Liga, Alter. Hast du das gesagt? Hallo? Oh, falsches Ohr. Moment. Ich habe die nicht gehört. Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, du hast den Torjäger und Topscorer der Liga. Habe ich? Ich habe auch viel Tor gemacht. So, dann geht es mal weiter. Guck mal, welches Verträge auslaufen, wo Potenzial hat. Puh, ich glaube, ich warte doch bis Winter, wie die sich entwickeln. Was Geralt immer noch nicht gefixt hat, ist die Verkäufe. Ich weiß nicht, ob... Ist halt nicht realistisch, ne? Wer will schon schlechte Spieler kaufen? Wir haben ja beide bisher nicht ein einziges Angebot. Ich mache kein Freundschaftsspiel. So, du bist... Oh, dein DFB-Pokal-Spiel gegen Hannover. Die Musik ist da, macht mir egal, was die Hater sagen. Hier, schön episch für euch, episch. Hier, schön dieses celebrate. Lieré, schön, ihr euch. Hier, schön paks�� macht die wichser alle ja ich würde ich aber du nervst mich schon wieder alles gut ich würde sie den japaner holt nur weil ich einen japaner holte ja ich glaube den kriege ich nicht der ist zu teuer nur den fledermausfresser drunter ja der ist noch teurer ja ich wollte einfach nur das wort fledermausfresser drunter ok warum sind die alle so teuer bogus das sind die masswerte von ihm halt und 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 Aber du die kriegen würdest, weil du da hostest. Den Polacken? Ist das Belarus oder was für eine Flagge? Mhm, das ist Weißrussland, ja. Oh, die Maus, ey. Bringt mich um. Also, oder manchmal die Windows-Taste, Entschuldigung, ist eigentlich kein großer Unstand für mich. Siehst du, du gehst doch schon viel besser. Ja, stimmt. Ich denke mal in WhatsApp, gucken, was da los ist. Und ich kann dir sagen, was da los ist. Weiter gehts? Nichts. Okay. Okay. Ach, das ist ja nicht. Dahlmeier Prodomo. Ich meine, äh, Standard-Kaffee, ja. Echt? Ich meine, das ist, glaube ich, immer das, was ein Angebot ist. Aber natürlich, wenn du da ja kochst, oder was weiß ich. Sie sind abgeändert. Komm, das sehe ich von mir aus nicht. Hey, ich koch immer Dahlmeier. Aber ist, glaube ich, nur wegen Gewohnheit. Also, für mich schmeckt Kaffee sowieso immer gleich. Kannst du jetzt einfach nur wach machen. Ja. Widersprech ich dir nicht. Und jetzt, der Ball. Oh, den kennen wir doch aus der Europameisterschaft. Okay. Da war immer Stürmer. Im Spiel gegen Italien. Genau. Und hat versagt. Ja. Weil der, glaube ich, gar nicht so Stürmer ist. Glauben. So. Hier geht vielleicht was. Hier geht vielleicht was. Du bist ja echt so ein Japaner, ey. Ich bin halt schön. Musst du annehmen. Oh, aber ob ich das Gehalt natürlich kriege, ist ne andere Sache, ne? Aber den wirst du nicht kriegen, der wird den einen sagen, auf jeden Fall. Wenn du nochmal fragen willst. Gebt keine Aktion. Genau. Ne, ne, das ist richtig. So, jetzt müssen wir mal gucken. Vertragsdauer ist okay. Wie kriege ich jetzt den Preis am schnellsten runter? Mit Grundgehalt. Da sind jetzt 5.000 Schritte. Ja, musst du mit Grundgehalt. Mach mal wieder Handgeld alles voll und nochmal Grundgehalt. Aber wenn er bei einer Sache gar nichts macht, habe ich auch nichts gewonnen. Also Tiff für Waffspieler da draußen verteilt schon ein bisschen eure Eier in den Körbchen. Weil manchmal kommt es vor, dass der Spieler dann bei einer Sache sich sagt, hier gehe ich nicht weiter runter. Und wenn du dann nur auf die eine Sache gesetzt hast, dann hast du deine gesamten Verhandlungspunkte verschwendet. Okay, das wusste ich aber auch nicht. Also verteilt. Also verteilt ein bisschen zumindest. Ein bisschen. Dann toll. Du musst nochmal machen, anders gibst du dich nicht. Und hoffen, dass du dich nicht sauer wirst komplett. Aber das wird schon. Mach mal nochmal verhandeln. Ohne, dass du was machst. Keine Sorgen. Da bin ich mir nicht sicher, bogisch. Denkste? Dann mach Aktionspunkt, wenn du dir unsicher bist. Ja. Ja, hast du. Okay. Ja. Nummer sicher. Ist auf jeden Fall gut. Na toll. 14 ist okay. Ein Aufstiegskonferenz. Der ist teurer, den hätte ich also eh nicht gekriegt. Ih, der hat einen Hasenzahn. Klemme und Futh. Das ist die in Europa 69. Das wirst du so geschaffen, oder? Ja. 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 Ne. So Leute. Jetzt werdet ihr mich verlieren sehen. Quatsch. Wir haben es zu tun mit 44 Stärke gegen 90. Das heißt mehr als doppelt. Hörestartweif. Wiss dich also auf das bei München wär. Quatsch. Tipp von mir, Eingriff ist die beste Verteilung. Eingriff ist die beste Verteilung. Tipp von mir, 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 Eingriff ist die beste Verteilung. Eingriff ist die beste Verteilung. Tipp von mir, Eingriff ist die beste Verteilung. was die debattigkeit den kauf ich mir ab scheiße du soll ich die mal batikern jemals abkaufen das war gut konnte konnte die gut aus was was Was? Konter into Konter. Pass auf Hannovers Schindler auf, der hat eine Liste. Norwegen! Norwegen! Könntest du auch, wo Hannover so viele Chancen hat, schaffen, wenn du dich konzentrierst? Nein! Ich meine, das stärkere Team gewinnt am Ende, aber es ist ein spannendes Spiel. Ja, gut herangekämpft auf jeden Fall. Ja, dein Vatikan hier, das gefällt mir. Das sind die Regionen. Danke, danke! 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 Ach der Scheiße! Halber Stadt! Halber Stadt! Oh ne! Matze Knopf! Matze Knopf, genau! Schindler! Ich hab dir doch von der Liste gewarnt. Gino! Ich glaub, ihr erleben gleich ein Wunder. Unbedingt guter Dinge. Ich hab' den Einsatz gemacht! Jaaaa! Ich glaub, er hat einen Einsatz gehört. Jetzt ist die Chance! Nein! Schade! Aber gutes Spiel! Ja! Gutes Spiel! Ach Gott, jetzt geht das zu hoch aus! Und jetzt geht das zu hoch! Aber gut gespielt! Drei-Tore-Differenz ist zu hoch! Ja! Ich bin zufrieden mit meiner Performance! Ja, so wie es begonnen hat. Mit den ganz vielen Chancen in Hannover. Oh, Bochum hat gegen Bayern Alzenau gewonnen, jawoll! Oh, ist gegen Mainz ausgeschieden! Na klar! Jaaa! Ich hab' soviel eingenommen, wie ich geplant hatte! Haha! Ach, sofort auszuscheiden! Ja, genau! Bochum gegen Bayern! Na toll! Wo ist meine WAV-Gruppe? Den Link nochmal? Obwohl es keinen Interesse hat. So, ist es am Verkauf! So! Jetzt drück mal die Wind-Aus-Taste, damit du eine schönere Maus hast. Schwierig! Bist du jetzt rausgelangt? Ich hab' aus, was wir sehen, getappt, glaube ich. Ja, weil ich sehe, nur bitte warten! Der Host ist beschäftigt! Ich bin neu spannend, was der Host macht! Der Host ist beschäftigt! Ich hab' ich raus, oder was? Ich weiß ja nicht, warum du rausgelangt! Also, eigentlich will ich ihn nicht verkaufen! Das ist kein schlechtes Angebot! Aber du brauchst halt einen Ersatz! Man weiß nie, was mit dem Stammkeeper passiert! Ich brauch' halt eigentlich einen Ersatz-Torwart! Ich klebe mal ab für diesmal! Ja, genau! Du brauchst ja, du bist ja kein Spielerverpflichten eigentlich! Ah ja, wenn ich, wenn ich's bequem könnte, ja! Aber... Ich glaub' auch so gut! Das ging in Auerbach! Den hast du auch schon gespielt, ne? Äh, weiß ich gar nicht! Kann sein! Doch, doch, den hast du gespielt! Ich glaub' 0,0 oder 1,1, oder? So, in der Jugend kommt nichts nach! Ich werd' mal versuchen, Jugendakademien zu bauen, wenn ich... Ne, nicht mit 145.000, oder? Wie viel kostet das denn? Schau mal! Alleine Büroetage kostet 200.000! Ja, ich guck mal! Ich geb' auch immer ein bisschen! So, hast du Zeit! So... Oh, gut Schlaf! Ne, das ist aber... Moment! Das ist ne Etage! Ich glaub' damit fängt man doch an! Ach so! Ich dachte... Ach so, ich dachte... Ach so, du hast ja hier schon... Du hast ja da schon eh ne... Du hast ja schon ein Jugendinternat! Stimmt! Eigentlich müsste ich einen haben! Ah ja, da ist es doch! Ja! Da in der Mitte! In der Mitte der Karte! Kostet ja immer noch 300.000! Oh! Ja, jetzt verfehlen wir! Gut! Können wir keine Jugend uns leisten! Schade! Ja! Ja, brauchst du ja nicht! Du hast ja schon ein Internat! Ich nicht! Mhm! Ja! Dann machen wir aber weiter! Ja! 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 Ich bin jetzt immer noch dran, Bobisch! Ach so! Ähm... Dann besetze ich den Organisationsleiter neu! Jetzt bist du da, ne? Ja! 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 Team, das gibt es ja gar nicht. Ich hätte auch lieber Bock gehabt, mit so einem kleinen Verein anzufangen. Keine Sorge bogisch, Chemnitz ist schon klein. Sweet Tea oder Sweet Tea hat gesagt, ich weiß sogar, dass du Super Soccer zockst und Angst vor Team Nintendo hast. Mit, meine Gerüchte, Angst. Weiß schon her. Ich hatte recht. Ich hatte Angst vor Team Nintendo, wie ich die bewegt habe. Ich hatte Was mir fehlt ist bei Statistiken, dass man die Gesamtzahl der Titel sehen kann, wie bei Mannschaftsstärken? Ja, wie mit der Statistik liegt, kann ich auch nicht so klar, was da alles so gibt. Finde ich auch komisch geordnet, finde ich, oder? Oder liegt das an der Übersicht? Warte mal, ich mach mir erstmal nichts. Oder gibt es nicht? Aber Favoriten habe ich auch noch nie gesetzt. Vielleicht ist das mein Fehler. Der beste Spieler der Liga ist bei Bogus. Mein 35-jähriger Japaner. Und mein Torwart ist von mir der beste. Der Norweger. Iven Ausflüge. Auf Platz 14 der Liga. Oh, guck mal, das ist lustig. 19. und 20. ist da Martin Dardai, der Sohn von Paul Dardai und Maurice Sovic, der Sohn von Anter Sovic. Einfelder, beste Notendurchschnitt der Liga. Wo ist ein Zuschauer? Das suche ich noch. Bei Zuschauern? Da, Zuschauern. Oh, Chemnitz Zweiter, ich 15. Guck mal, da ist von Hertha BSC 2 das Stadion, das Olympiastadion, ja, das kann doch gar nicht sein, die spielen noch gar nicht wirklich im Olympiastadion. Stimmt, die sind im Olympiastadion. Schnitt 71, aber ja, das ist das bei Amateurten. Rockige Musik, ist doch abwechslung, was haben die Leute? Oh, gut. Ja, lass mir doch überlegen, wen ich verpflichte. Ben-Luka Steinhauser. Ja, Ben-Luka, dich hole ich dann. Überraschende Einsicht, ach, das gewinnst du. 5 Manager-Punkte, du Arsch. Oh, schön. Das sind noch ein Aktionspunkt, ja. Oh, gut, schlaf. Was mit dir? Ah, du bist gleich bestimmt wieder dran. Genau. Den Ufe-Bank kann ich lieber einsetzen. Keinen. Keinen. Auf, Dennis Start, der für so viel stärker ist meine, das gibt's ja gar nicht. Ja, aber ist halt Chemnitz, Chemnitz ist eine große Mannschaft. Ja, aber ist schon krass der Unterschied in der selben Liga. Das ist ja quasi wie Bayern zu Augsburg oder so. Ich glaube höher sogar, weil in der Regionalliga ist dann meist so, da sind viele Traditionsclubs, die halt aus der dritten Liga absteigen und so, ne. Und dann kommen aus der fünften Liga halt so viele Dorfclubs eigentlich, ne. Ja. Also ist auch hier in der Regionalliga West auch manchmal so, da ist die Diskrepanze ziemlich hoch manchmal. Und was die Leute vielleicht gerade nicht wissen, du musst hier in der Liga Erster sein, um aufzusteigen. Direkt aufsteigen oder gibt's nochmal ein Playoff, das weiß ich nicht, im Spiel? Soweit ich weiß, musst du Erster sein. Ja, dann werde ich halt Erster. Weil Marco ist ja auch Zweiter geworden zweimal. Ja, in echt ist das ja so, da wird immer ein Saison für Saison gewürfelt. Ja, ich weiß, aber ich glaube nicht, dass das bei Waffen auch so ist. Deswegen frag ich so doof, aber du bist dran, Entschuldigung. Aber du hast natürlich ansonsten recht. Du kannst dich bestimmt aufklären als Ostdeutscher, warum Chemie Leipzig, warum Chemie im Namen? Ich glaube wegen dem Sponsor. Also Leipzig ist ja eine der wenigen Städte im Osten, die gut Industrie hat. Aber genau weiß ich, also die Geschichte kenne ich nicht. Also nicht eine Firma, die Chemie heißt? Ja. Oder DDR-Zeiten war halt vielleicht ein Chemie-Werk da oder... Keine Ahnung. Müsste ich jetzt Wikipedia machen. Guckt einfach auf Wikipedia, wenn ihr es wirklich wissen wollt. Später. Da kenne ich mich mit Leipzig gar nicht so gut aus. Und warum heißt es Dynamo oder ist es ein Dynamo? Äh, auch geschichtlich irgendwie gewachsen. Ich glaube, weil die Dynamo cool klingt. Ich glaube deshalb. Ja, manche Namen klingen halt cool, ne? Ja. So, was haben wir denn hier? Dreierkette. Hm, hier könnte man fast durch die Mitte spielen. Aber scheiß drauf. So, jetzt geht es um die Wurst. Ah, Kim jetzt. Ah ja, gegen die habe ich unentschieden gespielt. Wickel, ich zieh das Tor. Ich zieh das Tor an dort. Ja, Wickel. 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 Oh, ah. Und das coole, Leute, ist, in der Regionalliga gibt es noch kein Bar. Ja, ich weiß, ob das cool ist, wenn ich weiß, dass die Wunder geht, wenn man das Tor wieder zurückkriegt. Ja. Warum hat Oma Bach eine Chance? Wie geht das? Ja, von den Sternen her sind die genauso stark wie du, Bogisch. Ja, sieht man nicht, dass die, weil ich dann geht halt vorhin habe. Kawashima. Spielst du auch? Oder wie ich ihn gerne nenne, Hiroshima. Oh, du hast es. Wieso kommt Auerbach zu Chancen? Nein, nein, nein. Der Bruder Grimm. Konter! Wir, wir Leute, wir. Was ist los? Ach so, das geht. Gut. Oh, oh. Okay. Aber ich habe einen guten anderen Linken-Mittelfeldspieler und zwar den Darge. Kennt ihr jemand jemals, der Darge heißt? Scheiße, den Witt wollte ich auch. Ich wollte wirklich mal sein. Denies denkt mir ähnlich. Zittert. Ja, endlich mal ne Scheiße. Wilmatz. Wilmatz. Wilmatz? Keine Spieler loben, wenn du dich einige Spieler loben wollen. Ja, ist seit gestern kaputt. Ich weiß auch nicht, wieso, Leute. Ich werde da Geralt nochmal ne sexy Privat-Message schicken auf Instagram. Das glaub ich kann nicht sagen. Falls du dir bei Instagram folgen wollt. At Monstrumirko. Oh, nicht der Jemals. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das ist nicht gut. Das ist dein bester Mann eigentlich. Äh, offensiv ja. Ah ja, dein Ausbild ist ja auch ganz gut. Ich mag deine defensiven Spielweise. Du hast ganz genau, dass du verteidigen musst. Danke. Wann du lobst, die hat doch schon mal ein Tor gebracht? Aber eine Vorlage. Eine Vorlage hat er gemacht. Toll. Wieso was wir sehen. Aber Tor ist mich noch nicht leh. Oh, es kommt ja noch. Ja, die können gar nichts. Es ist mir jetzt auch aufgefallen in den meisten Spielen, dass die überhaupt nicht zielsicher sind. Die Spiele. In der 4. Mühle. Das muss in der 70. Mühle sein. Das muss weg und der 20. M foresee also figura sein. Wir hoagen nicht das. Ich weiß nicht, dass die 20. Mühle sein ist. Aber es ist einer als sein Sten. Soęd takes auch ablässigt. So wird ein Griff. Ja, eine Unterzahl auswärts ist natürlich immer geil. Und das gegen Chilmecker. Jawoll! Jetzt tue ich auch mal Wechsel. Wer hat das für den ausgewechselt? Wondolowski hat aber keine Power, der arme Junge. Ja gut, der kam ja auch mit wenig Power an. Den musst du erstmal hochziehen. Jetzt wundere ich mich nicht, warum so wenig Ablösung und wenig Gehalt gefordert wurde. Was, Breitfelder ist gar nicht dein Stammspieler? Wo ist ein Breitfelder? Du hast ja gerade eingewechselt dafür Wondolowski. Ja stimmt, weil ich halt zwei bessere Schwirme habe, aber das ist mein bester Mann auf der Bank. Du hast den Torschützenkönig der Liga auf der Bank? Was? Ja, wegen Wondolowski. Ich denke, der schlägt schon zu. Der Torschützenkönig. Ja siehst du, und so klappt es auch. So klappt es auch. Jetzt aber. Los Leute. Was ich enttäuschen konnte. Oh ne, Alter. Mein 2-0-Inverteidiger. Zum Glück hat Leipzig auch nichts. Oder? Oh ne, warum sage ich das? Scheiß Schiri. Ja kurz vor Ende, das tut weh. Gerade unterzahl. Ist jetzt auch egal. Rote Karte eh. Ja, das war, bin ich boh. Bogusch ist jetzt erster. Also mit dem Team ist das auch eigentlich Pflicht. Ja, mit dem Team ist das Pflicht und du hast eine harte Aufgabe gegen den Abstieg. Dein Team hat ja null Infrastruktur auf. Mein Ziel von meinem Präsidium ist Klassenhalt, ja. So, das interessiert keinen. So, den musst du selber verbessern. Komm, wird berät mein Handy die ganze Zeit, wenn nichts im WhatsApp los ist. Oh, ich schlafe jetzt mein Handy aus, dann wird meine Kamera gleich ausgehen. Ach, ich bin das. Ah, gegen Mose wird es da auch schon gespielt. Aber Peter Neuro ein Video wieder gepostet hat. Und die Tagesschau. Das erklärt das natürlich. So. Okay, dann gucken wir mal, wie viele Moneten habe ich die noch. Gar keine Moneten. Gut. Niemand will meine Spieler haben, auch gut. Was kann ich denn sonst tun? Nichts, ne? Dann schenke ich mal die Fanclubs. Das Geld hast du ja. Das ist das Problem beim Budget für den Verein. Man hat das, man muss das irgendwie auch ausgeben dann. Mach mal halt gegen Scheiß für die Fanclubs. Und Fans abwerben. Wo bist du nochmal? Demania Halberstadt, ne? Kann man Halberstadt-Fans aufnehmen? Ja. Da hab ich mal ein paar Fans in Halberstadt. Du Arschloch! Lass mich in Ruhe! Du wärst nur noch ein paar aus Dresd... Ne, wo bin ich? In Chemnitz. Dann wärst du ein paar aus von Chemnitz. Boru schwirrt mir meine Fans an. Tennis Borussia Berlin. Kult-Club, geil. Naja, Winnie Schäfer in der 2. Liga mal Trainer. Habt ihr euch erinnert? Ne, also da nicht. Aber Winnie Schäfer weiß ich ja. Ja, Winnie Schäfer, die trainiert in der 2. Liga. Der hat eine Ambition in die 1. Liga aufzusteigen als Berliner Klub. Wurde nichts draus. Dann spielen die ab. Und dann hatten die den Sponsor auch nicht mehr. Ich weiß nicht mehr der Sponsor war. Typisch Neuro. Was hat Neuro damit getötet? Winnie Schäfer? Ne, bloß so. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Also, bis auf... Bis auf 5 Spieler... Läuft mein ganzer Kader aus. Ich geh gar gar nicht seh. Bis auf 5 Spieler verliere ich alles. Das ist glaube ich nicht gut. Okay, da muss ich früh anfangen zu verlängern. Sonst schaffe ich das nicht mehr. Aber mein Budget ist halt auch schon total scheiße. Ja. Ich muss versuchen die alle runter zu handeln. Okay. Okay, wo... Dann fangen wir mit meinem Ersatztorwirt an. Ähm... Ja, ich würde lieber Feldspieler anfangen. Weil wenn du nächste Saison, wenn es hart auf hart kommt, dass du dann 11 Spieler zusammen kriegst. Kein Interesse? Ich habe mit dem noch nie verhandelt. Aber okay. Ist ja nicht stimmt. Dein Vorgänger oder so. Kann sein. So, dann nehmen wir mal Gino. Besondere Mühe nötig für eine Verlängerung. Boah! Der Schwierigkeitsgrad ist krass. Ich spiele das ja zum ersten Mal auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Das ist nicht krass. Aber das ist eher richtig. Ich glaube, damit haben richtige Manager wirklich Probleme, ne? Mit so welchen Situationen. Das ist heftig. Das ist heftig. Okay, der will wenigstens. Dann fangen wir mal mit dem an. Kaderplaner brauche ich es nicht. Scheiß drauf. Aber wer will dann Kaderplaner planen wollen? Och, die scheiß Maus. Ich raste aus. Ja, dann mach ich mir noch was. Du hast gesagt das doch. So, HIT brauchen wir ein bisschen. Aktive Erholung. Dann Dribbling auf jeden Fall. Hier machen wir Wiederholung. Individuelle Fähigkeiten. Was brauchen wir noch? Pressing brauchen wir noch. Was machen wir hier? Höchste Intensität. Höchste Intensität. Und hier machen wir noch Standards am besten. Wo ist Standards? Ich find's nicht. Nein Standards. Danke, Buru. Standard. Standard. Mach mal. Ecken kurz. Ecken Strafraum machen wir. Genau. Das ist okay. So. Passt das? Ich sehe erstmal keinen Fehler. Ja. Sieht gut aus. Denke ich. Bogus fickt wieder bei der Maus. Ja, ich hab grad wieder. So. Wondolowski hat sich verletzt. Oh, Wondolowski hat sich verletzt. Oh, Wondolowski hat sich verletzt. Oh, Wondolowski hat sich verletzt. Und wo ist denn der Trottel? Hat doch kein Gehirn. So, Vertragen verlängern. Alle Spieler sehen aus wie Schimm. Das stimmt. Ablöse kann man gerne haben. 1,8 Millionen ablösen. Ja, das ist gescheuert eigentlich, ne? Du kannst mit keinem verlängern. Du hast gar kein Budget. Ich hab ein echtes Problem, ne, ja. Das ist noch nicht mein Jugendinternat, dass wir Spieler hochziehen können. Das ist wirklich der Babo-Modus. Ja, aber die kosten mich ja auch was, Bogus. Ich krieg die ja nicht gratis. Ja. Das war's jetzt. Ich glaub, ich hab einfach einen Spieler zu viel eingekauft, wenn wir ehrlich sind. Ja, im Nachhinein muss man das schon sagen. Aber hätte ich auch nicht drauf geachtet, eigentlich. Wer hätte das gedacht, dass die halbe Kader sind. Ja. Halbe Kader? Junge, das ist 80%. Ich wollte dich nur aufmontern. Ich sag's ja nur. Oh, neues System schlägt's vor. Wollen wir das machen? Ich glaub, wir machen das so, ja. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Wir sind sogar stärker als unser nächster Gegner. Das ist mal ne Ausnahme für mich. Das sieht auch bisschen komisch aus, dass wir in der Abwehr anscheinend keinen haben. Oder der Torhüter in Dianos. Aber die sind fünfter. Die sind fünfter Tennisboschen. Mhm, ist krass. Konter will ich eigentlich nicht. Und das machen wir mal runter. Über rechts spielen ist richtig. Da sind wir stark. Sooo. Sieht gut aus. Und endlich können wir uns mal aufregen. Ja, manchmal wundere ich mich selbst, warum diese Feueransprache nicht auftaucht, obwohl die scheiße gespielt haben. Ja. Dann machen wir mal nicht zu viel einen Satz, weil unser Fitnesswert wird immer beschissener. Der nervigste Fehler, meiner Meinung nach, war immer dieses Seid Galliger mit T geschrieben. Das hat mich am meisten aufgeregt. Ich finde das mit den Spieleansprachen schlimmer, aber okay. Ja, gut. Wondolowski, wie lange fällt es denn aus, du Kleiner? Dicken machen. 30 Tage noch. Oh Gott. Das ist echt ein Fehlkauf gewesen. Das ist ein Fehlkauf. Aber gut. Ein Felder ist ja eh besser. Eigentlich schon, aber... Naja. Enttäuschend. Geld eigentlich? Ich würde ja mal... Ich wüsste, was mich mal interessieren würde, wie bei dir die Vertragssituation ist. Nicht so viele, die auslaufen, aber ich kann nochmal gleich mal zahlen. Da habe ich kurz geguckt gerade. Ich bin da jetzt erster, dann probiere ich... Was soll ich probieren? Soll ich wirklich riskieren, keine Ansprache zu machen? Ich mach das einfach mal, um zu gucken, was passiert. So. Oh. Die Panatstadt, wieder gut in Form. Blau. Oh, jetzt, mein Japsel! Oh, ne. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Ich will mein Geld zurück. Gerald, ich will mein Geld zurück. Moselwitz, was soll die Scheiße? Weil ich keine Ansprache gemacht habe. Das ist ein Wichs, ein Wichs. Moselwitz. 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 Du Maus! Dann will ich es verlieren nicht nur ich. Wer weiß, ich habe wenigstens Chance. Aber die zerfickte Maus ist kommt an die Aune. Disney ist zu stark. Ah, das ist kacke. Das ist nicht gut, Leute. Jetzt mal wieder extra Motivationsgeld. Kacke hoch drei, Leute. Einfach nur kacke. Wow, du hast viele Formszenen auch noch aufgemacht. Da hätte ich gewusst, dass wir heute spielen, hätte ich mal meine Datenbank abbildet. Kokosch, bist du noch da? Ich habe genickt, hast du nicht gehört? Ne, ich habe dich nicht nicken gehört. Du bist dran übrigens. Ach, ich bin dran, Entschuldigung. So, dann gucken wir mal. Oh, nee. Erstmal gucken wir, ob die Note hat. Darge. Aber der Darge hat irgendwie einen Witz auf dem Lager. Mit dem Darge heißt ich nicht mehr den. Dann lass ich den noch spielen. Ich werde wieder, wie oft kann man extra Motivation machen? Schwester stimmt dabei, ne? Ach, ist noch mehr. Noch verfügbar, ja. Dann mache ich mal als Ost-West-Fahrer. Ne, als Bayer ist bestimmt lustig. Okay, Leute. Wir haben 99% vom Spiel beherrscht, ja. Die anderen 3% war ein Shootaround, dass wir jetzt liegen hinten. Ja, oder? Ich glaube ja. Wir können gewinnen dieses Spiel, ja. Also, show them, dass wir sind der Boss und der Platz. Für mich war das eher amerikanisch. Gebe ich dir auf jeden Fall recht. Hoffentlich irritiert das die Jungs nicht. Ne, Breitfeller. Der Torschützenkönig. Dein bester Mann. Willst du Wundulowski für 500.000 kaufen? Ja, ich kann... Mein ganzer Kader... Ja, klar. Heil, Borstadt. Heil, Borstadt. Heil, Borstadt. Leck mich! Hm. Ich will dir keine Angst machen, aber du hast nur zwei Saisonpore. Ich will mir keine Angst machen, aber ich wäre bald gefeuert. Ach Quatsch. Wir sind ja zufrieden mit dir, die Presse ja auch. Wir sind mitten in der Nacht und draußen ist irgendwas los. Verrückt. Du brauchst Wundulowski. Hast du eigentlich Twin Peaks gesehen, die alte Serie? Ne, hab ich noch nicht geguckt. Aber ich weiß, dass es gut ist. Ich glaube, das ist dein Fall. Wenn ich dich einschätze, ist das, glaube ich, deine Serie. Auch in dieser Alten. Ja, ich bin großer David Lynch-Fan, also ich würde da nicht widersprechen. Ich würde da auf keinen Fall widersprechen. Ist halt nur nicht auf Netflix oder Prime. Ja, stimmt. Deshalb habe ich es wahrscheinlich noch nicht geguckt. Man guckt, es gibt ja eine neuere Serie, was dann noch gemacht wurde, eine vierte. Ich weiß, ich weiß. Und die hat das richtig geil. Würde ich aber natürlich nicht vorher gucken. Ne, aber die ist ja richtig geil abgeschlossen. Das ist eine abgeschlossene Serie, auch durch die neue Serie. Ja. Ne, ne, triffts ja. So, dann wechsel ich in der 70. auch ein. Oh, meine Stürmer haben auf jeden Fall Note 1. Aber hier die Außenspieler, die sind nicht gut. So, dann gucke ich mal, ob ich ihn einsetzen kann rechts. Ich habe keinen linken Mittelfeldspieler. Dann lasse ich mal Darge am besten spielen. Sein bestes Werk ist Mulholland 2 für die Zuschauer. Wenn ihr den noch nicht geguckt habt, guckt den. Den habe ich gesehen. Den fand ich richtig gut. Das Problem war, dass der mir zu ähnlich war, wie der eine 90er Jahre Film von denen. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Lost Highway? Ich glaube, ja. Das hat mich jetzt nicht so überrascht, dass es so eine Wendung gehabt, sozusagen. Um nicht zu viel zu spoilern. Kann sein, ja. Das ist ja in dem Körper von der Frau, oder? Oder war das das? Korrekt. Ja, genau. Das war mit Bonnie Startausch, ja. War ich halt spät dran. Ich habe den Film erst vor kurzem gesehen. Vor zwei Jahren, oder? Oder war? So war ich einmal zu spät dran, dass der Film nicht flashen konnte, oder? Ja, dann bleibt das bei einem Wechsel. Ja, bei einem Wechsel. Gut. IO Ui! Jetzt... Jetzt krysse hier fest. OK. Joo! Jetzt mit dis Wissen, glaube ich! Ich glaub, du wusstst das alles an! Ok. Und das klappt es dann, Jimmy. Du bist... Ah! Sehr bisschen. Du bist... Oh, noch... Was? Bin ich mal gespannt. Was passiert jetzt? Ah! Jawoll! Von da aus, ey. Das ist doch ein Traum eigentlich. Und noch nicht schon. Ah! Nennt mich Guardiola, Leute. Ah! 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 Gegen den fünften Platz möchte ich nicht anmerken. Ah! 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 Okay. Ja jetzt kommt das 3-2 eigentlich. Geht doch. Jetzt schon abgefunden wieder. Na egal. Unentschieden. Audi. Oder? Ja. Wow, gutes Spiel. Gut, dass du auf Offensive noch umgestellt hast. Das war, glaube ich, ein Start. Ja. Es hat mich gerettet, so. Guckt mal Leute, ich bin öfter. Oh, die Spieler sprühen vor Motivation. Ich glaube, das war ein Wendepunkt für dich. Das habe ich für dich überschwungen, Entschuldigung. Alles gut. Oh, die Aufwertung bei Bogusch. Aber ein Torwart, der nie gespielt hat, okay. Dynamo gegen Chemnitz. So, jetzt gucken wir mal die Verträge. Oh, doch, bei mir sind einige. Boah, bei dir ist ja viel besser. Ach nee, wäre doch viel besser als bei mir. Ich versuche mal mit Breitfelder, das ist ja mein bester Mann. Oh, nein, jetzt muss ich auch Mühe einsetzen. Ne, dann warte ich im Winter erstmal. Den boah ich nicht, den auch nicht. Den Dutch boah ich schon. Der will auch... Das gibt's doch gar nicht, oder? Und bitte? Das wird nicht einfach. Ha, Aktionspunkte, ich habe doch nur einen. Ist das ein Witz jetzt gerade? Äh, Mirko, du musst Level 2 werden, dann kriegst du wieder Aktionspunkte. Ja, dann muss ich mich beeilen. Den baue ich nicht. Denk an deine Weiterbildung. Egal, den Casanides kann ich machen. Äh, stimmt, Weiterbildung auf jeden Fall. Hohen Eder, obwohl er alt ist, würde ich gerne auch mit dem Verlänger. Okay, immerhin zwei, du eins. Dann gehe ich auf Persönliches und auf Weiterbildung. Gut. Perfekto. Und dann biege ich mal an Fanclub. Und jetzt bis... Du da. Oh, Bischofswerder FC. Oh, wo ich mein Abitur gemacht habe. Okay. Interessant. Das sind Fake-Namen, aber wir waren schon echt. Die Stadt gibt's und das Team gibt's echt, ja. Ostdeutschland im verrückter Haufen. Ich hatte da meinen Sportunterricht in der ihrem Stadion. Ah, okay. So, Mission, also meine Hauptpriorität die nächsten Wochen ist folgende. Ich will nicht, dass mein ganzes Team abhaut. Also? Deshalb muss ich probieren, dass ich ein paar Verträge irgendwie verlängert kriege. Ja. Das Problem ist, die wollen alle einen Aktionspunkt haben. Ja, das ist... Zumindest die, die ich gerne behalten will. Mhm. Der zum Beispiel bleibt gerne. Das finde ich gut. Und mein Budget läuft ja auch parallel aus. Also... Wie viel habe ich noch? Kaum noch, ne? 17.000 nur noch. Ich muss ja eigentlich einen Spieler verkaufen. Aber Geralt hat immer noch nicht das Problem gelöst, dass meine transfertesten Spiele nie weggehen. Ich bin mir nicht so sicher, ob das ein Problem ist, weil... Ja, aber es kann doch nicht sein, dass du... Ich verstehe, worauf du hinaus willst. Ich habe den Argumentationen gehört. Aber das... Dass du gar keine Angebote kriegst, ist wurschtbar. Ja, ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn es noch eine untere Liga oder zumindest mehr Teams gibt, die Liga unabhängig sind. Also schlechter als... Ja, aber es wurde ja nicht besser in der dritten Liga. Also das Argument trifft gut. Okay, ja gut. Dann, okay, das weiß ich nicht. Ich bin in der dritten Liga ja gestartet mit Dynamo. Ja. Und da war es ja genau dasselbe. Okay. Ja, macht schon Sinn, wenn Interesse von anderen Vereinen da ist. Dann sollen sie halt wenigstens Scheißangebote machen. Ja, genau. Richtig. Richtig. So, mal wieder Jugend besuchen. Du Pädophile. Eigentlich eh nichts machen, ich habe kein Geld. Also noch das Training einstellen. Ja, im Training traue ich mich noch nicht so ran, weil ich Angst habe, komplett was Falsches zu machen. Bei Anstoß war das immer so, da waren die Fitnesswerte im Arsch in der Grunde immer. Ja. Da hab ich gesagt, mach ich Co-Trainer. Das ist doch James Bond Musik. Wissen schon. So, Mirko ist dran. Ah ja, den wollte ich verlängert haben. Oh, ich hab doch gar kein Geld fast. Ich hab doch gar kein Geld. Okay, aber das reicht. Ja, aber du hast das ja in Grundgehalt runter verhandelt, das war schon gut. Okay, mein Ersatztorhüter ist ausgefallen, den hätte ich nur verkaufen können. Ja, okay. Hä, hab ich, hab ich nicht auch Trainerseminar gehabt? Ja. Mal gucken, wie viel ich... Tatsächlich, ich kann Budget vergrößern durch Verlängerung, das ist so lustig. So verdammt lustig, dass ich sofort akzeptiere. Ja. Und dann flucht der Karibik weg. Ein bisschen, ja. Oder was maesthetisches irgendwie. Doch, die Musik ist gut. Richtig angenehm. Für Spiele. Ah, Mann! Okay, das nervt. Ich war doch über der Hälfte, aber das ist der neue Schwierigkeitsgrad. Ich muss wissen, wer der Babo ist. Nö, du hast einen Managerpunkt bekommen, steht er da. Hat er auch mehr. Aber nur einen, du zwei? Du bist ein Schwieriger. Ja, ich bin halt von uns beiden, der gebildet hat. Ja, du bist ja auch ein Bischofs, der das dein Abi gemacht hat. Genau. Deshalb. Du bist dran. Ja. Ähm, gut. Dann spielen wir mal so, du Po. Gucken wir mal, wer auf der Bank ist. Darge. Darge muss spielen. Köhler, wer ist das denn? Oh ne, ich spiele ja nicht mit dem linken Verteidiger. Also, scheiß drauf. Dann kommt lieber Kampulka für den rein. Doch, so können wir spielen. Morgen fahre ich hier wieder in die Heimat. Und was ist für dich die Heimat? Dresden? Äh, Eltern bei Bischofs Werder, ja. Wie weit ist das denn entfernt? Äh, von Dresden aus, 30 Kilometer nach Osten. Oh, passt dann. Dann ist das ja nah, würde ich behaupten. Ja, ich habe mich nie getraut, meine Familie weit zu verlassen. Ich würde auch nie aus der Heimat weg. Oder würde ich schon aus Bochum raus? Das stimmt. Wenn ich in Bochum wohnen würde, würde ich nie wegziehen. Bochum oder Ruhrgebiet allgemein hat einen schlechteren Ruf, als es eigentlich ist. Ich glaube nicht. Wie wahrscheinlich der Osten. Ja, wem sagst du das? So, Standardausstellung ist gut. Aufgaben passen noch. Wir trainieren auf jeden Fall weiter unsere Standardformen. Gehen mehr über rechts. FTVP1234571 fragt, ob wir berühmt werden wollen. Wir können Follower kaufen. Primes und Viewers. Auf code.fi. Danke FTVP. Verlockendes Angebot, mein lieber TVP. Aber so toll ist es gar nicht berühmt zu sein, glaube ich. Nö. Das nervt. Da hast du ja Druck. Da musst du einen Plan haben, wann es du liebst. Das ist ja nervig. Ne, danke VT. Ja. Ich muss mir einen Tonic-Water holen. Ja, ich muss auch gleich einkaufen gehen. Einkaufen. Aber ich warte noch den Spieltag ab. Einkaufen? Und du machst den Kühlschrank? Ne, ne, ich muss einkaufen. Ich habe nichts mehr da. Heute? Ich habe doch gestern gesoffen. Da habe ich dir doch erzählt. Aber du musst doch jetzt gleich einkaufen gehen. Ja, wenn ich nichts darf schon. Wir haben 22 Uhr. Äh, ist egal. Ich habe vor der Tür ein Späti stehen. Achso, ja gut. Dann sagst du doch gleich. Ich dachte, du musst jetzt 5 Kilometer laufen. Nein, nein. Ich bin 5 Minuten mehr da. Ich bin mal ein Gin-Jung oder Tonic. Du kannst mir ja nichts geben. Deshalb muss ich ja. So. Ich weiß nicht, welche Ansprache wir machen. Ich glaube, wir machen Taktik. Aber ich muss sparen. Wir sind erst am siebten Spieltag, Leute. Am siebten Spieltag erst. Was ist passiert? Was ist los? Ähm, wir sind erst am siebten Spieltag. Und ich habe schon neun Ansprachepunkte rausgehauen. So, normale Zweikämpfe. Fitness wird... Fitness erholt sich langsam. Das ist gut. Oh, geht schon los. BFC Dynamo. Ist ja auch aus Berlin, ne? Berliner... Ah ja, steht da. Berliner Fußballclub Dynamo, ja. Ja. Das ist Berliner. Doch, der achte ist. Also ein gutes Team. Gefällt mir nicht, dass ich ihn nicht führe. Ja. Da. Es ist gut, dass ich ihn eingewechselt habe. Ja. Das ist ein Videoweltsch. Den kenn ich gar nicht. Kennst du überhaupt deinen Kader? Ne, ich glaube nicht. Wie... Ja, habe ich auch das Gefühl. Wie Christian Groß. Kennst ja die Schalke-Story, dafür die Namen nicht kannte von seinen Schalke-Spielern. Haha. Ich wusste es nicht, aber jetzt, Lobis. Haha. Hat dich alle falsch genannt bei der Kine-Spielung. Haha. Breitfelder hat mal der Möde geschossen. Bereiter Breitfelder. Meine verfickte Fresse, eh. Ey, deine Spiele sind immer so 10, ne? Außer einmal ist so der Vogel dann abgeschossen. Als du deinen Offensiver gespielt hast. Hallo, kann ich auch mal ne Chance haben? Vielleicht? Eine? Das ist genauso wie wenn ich Bayern nehme und du, weiß ja nicht, Mainz oder so. Ist halt leider nicht. Na, Dynamo hat ne Chance auch kommen. Der Kawashima fragt sich auch, wo bin ich denn hier? Wie lange? Welche Liga? Vor allem das Dumme ist ja, ich hätte ja noch zwei Angebote durchswitchen können, aber ich wollte halt in Bogisch Liga spielen. Ja, stimmt. Und ich hätte ja auch Angebote switchen können. Ich wollte nicht so einen großen Verein. Ja, du hättest auch switchen können. Ich hätte lieber auch so einen kleinen. Und dann hast du zufällig einen großen Verein trotzdem gehabt. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Also, groß in Anführungsstrichen. Also für die vierte Liga groß genug. Für die vierte Liga ist okay. Die waren noch eine Saison davor in der dritten, oder? Die haben ja sogar ein Jugendinternat. Und die waren dritte Liga, ja. Das stimmt. Das ist ja ein Traditionspropiwander. Das ist ja ein Traditionspropiwander. Das stimmt. Das stimmt. Oh jetzt. Oh nee. So schnell vorbei. Da habe ich eh meine Chance. Da habe ich eh meine Chance. Was ist jetzt los? Äh, Chemnetz. Ah ja, ich führe das schon. Okay. Ich freue mich, dass ich jetzt noch einmal auf der Liga verteile und nach favorites bin. Genau. Okay, bis jetzt mal da clean. Okay. So schön. 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 Ich würde dir vielleicht vorschlagen, dass du vielleicht einfach nur probierst, gleich offensiver zu spielen, ob das dieselben Effekt hat. Ist zwar riskant natürlich, ne? Ja. Aber ich glaube, ich würde es probieren, weil es ist ja so ein bisschen rumgewirkt. Ja, ich hätte jetzt eh hochgestellt, aber du hast recht. Ich würde keinen hier auswechseln. Du bist jetzt in die Überzahl, jetzt ist ja egal. Ich will nicht den Bickel, aber nicht auswechseln, Bickel ist Bickel. Oder weiß was ich wechsle Bickel aus, der muss sich auch noch schonen, denkt der Junge. Ja, das stimmt. Du musst auch viel Spielerfahrung sammeln. Und der rechte Mittelfeldspieler auch raus. Ich habe keinen Innenverteidiger hinten. Ich versuche mal den Bickel. Trotzdem für... Ne, Widerwitsch hat ein Tor gemacht. Zick hat es ja auch gut in der Offensive. Denn ja, lass ich es. Nicht zu viel wechseln. Alles gut. Ich versuche mal den Bickel. Ich versuche mal den Bickel. Ich versuche mal den Bickel. Zing. 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 Uebertreibst doch nicht ihr Karl-Marz-Städter. J. Karl-Marz? Du missgeburt! Ihr blöde Affen! Ihr Affen! Komm, noch eine Chance, noch eine Chance! Ja, 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 ja! Okay. Kriegst du Öffnung? Was? Auf dem Siegfall? Oh, nee! Hoi, hoi, boi, alles wird gut, vercheckt, ja! Ihr Arsch, Wichser! Das ist ein verlorener Sieg-Check! Fuck you, ey! Fuck, fuck, fuck you! Bogusch hat den Überzahl verloren! Ja, ich hab auch nicht schön gespielt. Also, Punkte verloren, zumindest. Ah, das ist nicht schön, das ist nicht schön, Jungs! Das gibt eine Feueransprache im nächsten Spiel. Ja, die lehnt mit dir zufrieden, Gordon Bosch. Man konnte sehen, dass die Spielenden ihre Grenzen gegangen sind. Ne, sehe ich anders. Der Einsatz war hoch, aber trotzdem leidet ja nicht die Fitness drunter, finde ich. Gordon Bosch gegen Abitur 0 zu 0. So, wie ist denn die Frische bei den Fritzen? Gucken wir mal. Die Fitness-Werte gehen ja noch. Ach, die gehen doch in Ordnung los. Völlig in Ordnung, völlig. So, dann gehe ich mal eine Weiterbildung machen, damit ich mich bilden kann. Und ich schicke Vidovic, den Torschützen, mal zum Fernklub. Freundschaftsspiele mache ich mal nicht. Kein Bock drauf. So, jetzt dürftest du dran sein, genau. Doch nach der Saison wechsle ich nach Norwegen extra für Scheck. Breitfelder immer noch Torschützenkönig. Ich wundere mich ein bisschen. Epische, gale Musik. Hast du gut gemacht, ihr seid. Gut komponiert. Ja, also mitten in der Saison könnte ich mich an das Zeitlimit halten, aber jede Runde nicht. Ne, das stimmt schon. Vor allem in der Saison Vorbereitung. Es ist auch klar, dass man da mal braucht. Ja, das geht gar nicht so. In der Saison ist es egal. Es ist ja gut, dass man einstellen kann. Ja, das finde ich auch gut. Ich finde, das ist gar nicht mal so schlecht, aber kann man sich gut abwechseln. Ach ja, Entschuldigung, ich mach mal wieder Windows-Tasten. Tabst du da raus, oder was? Nee, ich mach nur Windows-Taste, da kommt ja diese Programmansicht. Und dann sehe ich ja trotzdem. Ach so, und dann geht's schon. Aber die sehen die Leute noch, was ich mache? Ja, ja, weil ich stream ja den Bildschirm vom Spiel und nicht vor meinem Desktop. Desktop. Stream ja nicht mal Desktop, sondern ich stream ja das Spiel. Okay. Ich hab ja halt Stream auf dem Fernseher laufen, das passt schon. Verstehe. Ich bin doch gleich fertig. Ein Tag zum Deadline-Day, gleich geht's los. Moment mal, wir haben noch nicht Ende August? Tatsächlich nicht. Scheiße. Scheiße, mir kommt es vor, ob es im Winter schon wäre. Ich bin dran, ne? Das ist lustig. Hast du wirklich einen Mitteln Namen mit Jay, oder? Nee, ich war großer Zurück-in-der-Zukunft-Fan, Michael J. Fox und auch Homer Simpson-Fan mit Homer Simpson. Hat dann beides gepasst zu der selben Stadt. Habe ich halt in der Schule immer auf Arbeiten oder so immer Jay als Name geschrieben. Habe ich auch dann paar Lehrer bei mir kurz Jay genannt. Achso, was machst du? Nee, das bin ich. Okay. Wie ist jetzt? Du bist das, okay. Du bist das. Jetzt muss ich mich konzentrieren. Ja, ich bin das. Oh, eh, das. Wer ist das? Den könnte ich gebrauchen. Genau. Der ist defensiv, ne. 55.000, ich hab nicht so viel Geld. Wie viel Budget hast du denn noch? Achso, das steht ja da. Das ist mein Ersatzkeeper, den kann ich verkaufen. Der ist mir jetzt ein Müller. Den brauch ich noch. Den brauch ich. Den brauch ich. Boah, der ist offensiv. Und 75.000 nur. Oh, du hast wieder Transferbudget. Ja, ich hab ihn ja verkauft, den anderen Spieler, deswegen. Geil, den kann ich gut gebrauchen als Back-up. Oh, du hast wieder Transferbudget. Doch, den brauch ich mir. Wie viel Geld verlangt der Wichser? Oh, der will. Ach, der hundert sich. Ne, tut mir leid. So viel hab ich nicht. So viel hab ich nicht, Junge. Für'n Back-up, ne. Für'n Back-up, nicht gut. Was? Innenverteidiger? 5,7? Geil. Das ist stark. Das ist stark. Den muss ich haben. Das ist stärker als meine gesamte Verteidigung. Den muss ich sowas von kriegen. Geil, den krieg ich auch. Der ist gut. Wow. Das war ein gutes Angebot. Zum ersten Mal, dass bei Deadline-Day mir ein guter Spieler angeboten wird. Ja, ich hab noch nie Deadline-Day gekauft. Ich auch nicht, eigentlich nicht. Ne, ist mir zu riskant. Das nehme ich an. Ist mir scheißegal, ob ich verlängern kann mit anderen Leuten oder nicht. Der ist richtig gut. Ich kann mir nichts mehr leisten. Verkaufen kann ich höchstens nur noch. Mach ich mal schneller. Boah, der ist auch super. Guck mal, der ist immer 4,8, 19 Jahre. Boah, das ist gut. Könnte ich es brauchen. Könnte ich es brauchen. Wird das auch zeitgleich angeboten? Das hätte man zeitgleich machen müssen, aber es geht ja nur mit einem Mauskreiszeiten. Ich hab bestimmt nicht Tobias Müller, die Idioten. Ne, dann war's das gut. Obwohl, guter Preis, ne? Oh, warte, der Preis ist gut. Der Preis ist gut. 400.000 hochhandeln oder so? Ich probier's einfach mal. Ist versauer, wenn das dann nicht klappt. Das ist kein schlechtes Angebot für die vierte Liga. Ich weiß aber nicht, welche Spieler ich auf der Position noch alles habe. Ja, das weiß ich auch nicht. Aber das ist auf jeden Fall ein gutes Angebot. Habe ich doch angenommen. Wieso kann man den nochmal verhandeln? Wer ist das denn? David Wunsch? Den kann ich auch noch verkaufen. Keine Ahnung, okay. Verkauf ich auch mal. Da hab ich aber kein Torwart mehr, aber ne, scheiß wieder. Bogus kann doch ohne Torwart spielen, der ist so gut. Geil, ey, ich hab so viel Geld gemacht. Oh, jetzt hast du ja richtiges Budget. Hä? Guck mal, das ist ein Bug. Das ist auf jeden Fall ein Bug. Ich mach auch Verhandeln noch, ist vorbei auf jeden Fall, 44 Stunden. Ich mach Verhandeln, Tobias Müller. Da kommt der Nächste. Den nicht da. Der kommt noch ein anderer. Immer ein anderer. Guck mal. Aber jetzt kann ich nicht mehr verhandeln. Okay. Jetzt aber trotzdem noch ein Bug. Schade. Das ist ja selber gleich. Probieren das bisschen, oder? Ich bin auch viel für einen 3,8er. 340.000. Das Blöde ist, der hat jedes Spiel gespielt, verdammte Axt. Okay, dann lass das. Das sieht gar nicht aus wie ein Stammspieler, aber für dich wahrscheinlich schon. Ja. Dann würde ich es lassen. Dann würde ich den nicht verkaufen für 300 Stunden. Aber Vertrag läuft auch aus. Okay, dann vielleicht doch. Vielleicht hab ich den gar nicht verlängert. Dann vielleicht doch. Ja eben. Du hast ja ein Problem mit Verlängerung. Ja. Dann würde ich den auf jeden Fall verkaufen. Das ist wahrscheinlich mein größtes Talent. Ja. Was willst du machen? Dann ist der nächste noch weg. Ja, musst du wissen nicht. Ja, klar. Muss ich wissen nicht. Ich würde nicht überlaufen. Und hast du dann genug Geld für Verhandlungen, Verträge verlängern? Und vielleicht hast du ja gleich noch eine Chance, den guten zu holen. Für wenige. Das ist nur meine Meinung. Wenn der Stammspieler ist, ist es auch eine gute Sache. Nee, ich verkauf keine Stammspieler. Mir egal. Guck mal den. 5,75.000. Ist aber auch Stammspieler. 5,5. Ich meine andere Seite hier. Die linke. So kaufen. 5,5. Und 80.000. Ich habe noch kein Budget dafür. Wieso ist das so schnell? Ich will langsamer. Naja, das kann ich mich auch an. Ich mache schon auf Minimum. Und dann geht das durchschnitt. Ach so, es war falsch. Ach so, das war ein Bug. Okay. Ich musste hin und her switchen. Dann ging es. Oh, okay. Oh, okay. Jetzt ist es richtig. Nee, also ich habe keinen Ersatz für den aktuell. Ist ein gutes Angebot, aber muss man wirklich sagen. Aber wer weiß, was ich dann kriege. Und das ist jung. Aber der hat halt jedes Spiel auch gespielt diese Saison. Egal, ich muss ja nur auf die Verkäufe gucken. Ich kann eh nicht kaufen. Klar, vielleicht hätte ich jemanden verkaufen sollen, aber das würde mich schon noch schlechter machen. Nein, verkauf ich nicht. Nee, mache ich nicht. Ich warte auf mein Handy. Bei der Maus war jetzt. Ah, den muss ich verkaufen. Ja, den verkaufen wir auf jeden Fall. Den verkaufen wir auf jeden Fall. Der scheiß Albino. Mach mal nochmal verhandeln. Geh mal auf verhandeln drauf. Da kommen wir schon mit anderen Spielen. Ja. Wer ist das jetzt? Ja, das ist einer von dir. Und den kannst du verkaufen für 2018. Nee, das ist aber keiner von mir. Ja, ist doch ein gemeiniger Halberstadt. Doch, Twatstick kenne ich. Der ist von dir. Der Twatstick ist von dir. Wie viel hat der gespielt? Sechs Mal. Hä? Der 100 Pro, der habe ich oft ja gelesen, den Namen. Ach so, das ist dann der, der im offensiven Mittelfeld spielt oder was? Klar. Ach so, das kann sein, dass der ORM spielt. Aber da habe ich ja wieder keinen Satz. Ja, dann verkauf den nicht. Dann mach mal X und dann nochmal verhandeln. Dann kommt schon noch ein anderer Spieler. Ist das ein Bug? Das war doch nie so, oder? Das habe ich noch nie bemerkt, jedenfalls. Das habe ich noch nie gesehen, dass das geht. Lass mich überlegen. Denzelvertrag läuft aus. So viel ist klar. Das Angebot ist 50.000 über seinem Marktwert. Mal gucken, wie hoch die gehen. 330. Aber das Ding ist ja, es ist ja Deadline Day. Nee, das heißt, ich könnte jetzt auch keiner Satz holen, richtig? Ja, aber die Verträge kannst du verlängern. Ja. Aber ich muss dafür Aktionspunkte stecken. Musst du wissen, ist ein schwieriges Thema. Also der Vertrag läuft halt auch aus. Oh, der ist 27 Jahre alt. Der ist 27 Jahre alt. Wie weit kann er sich eigentlich noch entwickeln? Aber wenn der Stammspieler ist, dann schon... Doch, als Stammspieler geht der noch hoch. Ja, eben. Das ist die andere Sache. Der Stammspieler... Also ein OM geht bis 31, 32 Jahre hoch. Habe ich auch schon bemerkt, dass in dem Alter trotzdem noch Aufstiege möglich sind. Musst du wissen, du hast nur halt kein Geld. Ich überlege. Nee, ich überlege. Ich habe ja einen Spieler gerade verkauft. Das Ding ist, ich habe halt keinen Ersatz. Nee, ich habe keinen Ersatz. Oh, es ist schon wieder ein Stammspieler. Ja, den würde ich nicht verkaufen. 4,1. Nee, den musst du behalten. Ja, aber guck dir mal das Angebot. Das ist das höchste Angebot, was du in der Viertelliga kriegen kannst. Ja, das ist nur 100.000 mehr als der 3, noch was. Nee, den würde ich nicht verkaufen. Stimmt, der Marktwert ist ja noch höher. Der Jünger auch noch. Und Stammspieler. Ja, gut, es waren alle Stammspieler bogisch. Außer der Ansatzbauer. Aber der ist jünger und stärker und Stammspieler auch noch. Hast du noch einen Ding? Ich weiß nicht, der ist aber auch Stammspieler. Acht Spiele gemacht, nee. Ja, der spielt auch irgendwo. Warum wollen die nur Stammspieler haben? Aber Vertrag läuft aus. Großes Talent? Nee, verkaufe ich auch nicht. Du wärst jetzt Millionär, hättest du alles verkauft. Ja, aber dann könnte ich ja nichts kaufen. Weil Transferliste ist vorbei. Bestimmt. Außer Vertragsloser Spieler, aber ich weiß nicht, in der ersten Saison gibt es da, glaube ich, besser, ne? Also, das bin ich, ja. Glück, mein, den hab ich geholt. Für 5,7 Stärke, wow, geil, ne? Boah, das ist ein richtig guter Spieler. Guck mal, der ist 22 Jahre alt, alter. Ja, das war ein geiler Transfer. Den kriegst du ja riesig nach oben. Ja, so bin ich sehr, also du bist das. Was bin ich jetzt? Kann ich jemals. Das ist ein guter Mann. Der hat gegen Hannover super Spiele gemacht. Oh, sehr gut. Das lief besser, als ich erwartet hab, dafür, dass wir auf dem höchsten Schwierigkeitskreis spielen. Also, ich glaub, Vatikan ist sehr zufrieden in dem Verein. Bei Anschluss 3 waren ja immer diese Nachrichten halt lustiger gemacht. Das ist ja auch aufgeplockt. Und irgendwie waren die Texte lustiger. Muss man schon sagen. Hier ist es irgendwie steriler. Das ganze Spiel ist steriler als Anschluss 3. Stimmt schon, ja. Aber trotzdem, Anschluss 3 ist halt trotzdem nervig. Guck mal, was du da alles mit ablösefreien Spielern machen konntest. Das war ja pervers. Das hatte seine Fehler und als man die bemerkt hat, war zu spät. Also, Anschluss 3 war zwar lustiger, aber es war auch perverser. Ich finde, man sieht die Ansätze von Anschluss auf der Anschlussserie in Wacht. Und das ist ein Spiel, das immer geupdatet werden kann. Das ist schon ein richtig guter Fortschritt. Na, vor allem jede Woche Updates, Leute. Und wir kriegen alle zwei Wochen einen neuen User-Patch. Also, das gab's bei Anschluss 3 nicht. Genau, und bald werden bestimmt die Bilder, die Ingame-Bilder, die sind die schlimmsten, weil die sind so random. Wenn die lustiger sind... Das ist ja der User-Patch. Das ist ja der User-Patch. Ich meine die Bilder. Hier zum Beispiel das Stadion, was man hinterm Transfer-Trainings-Bilder sieht. Ach so, die Bilder meinst du, ja. Genau. Ich überspring mal auch bei dir. Außer du willst was sehen. Oh, es ging den ersten. Nö, ich geh jetzt eh gleich runter, dass du siehst. Du kannst jetzt Zeit lassen. Okay. Dann bin ich mal gespannt, wie schnell du wieder hier bist. Gehst du jetzt, oder bist du schon gegangen? Du bist schon gegangen? Geil. Okay, dann bist du ja gleich wieder da. Tatsächlich sehe ich dich im Stream, dass du weggegangen bist. Okay. Dann kann ich mir ja wirklich Zeit lassen. Okay. Schaut mal die Aufstellung an. Und das sind meine drei Innenverteidiger mit 5,7. Das ist doch richtig geil. Perfekt. Eigentlich muss der Aufstieg drin sein. Auch wenn ich keinen guten Backup-Schwimmer habe. Wondolowski immer noch verletzt. Oh, Schala ist auch verletzt. Die Blende fällt Schala aus. Er hat die Grippe. Er wird auf jeden Fall zwei Wochen fehlen. G-J-P-Ai-S-G-Ai-S-G-Ai-S-G-Ai-S-G-Ai-S-G-Ai-S-G-Ai-Ai. Trikotverkäufe, kein Fan wollte ein Trikot haben mit meinem Namen, okay. Schade. Bugelschlag. Was, bist du schon da oder wie? Nee, ich war pissen. Ach du Kacke, ich dachte schon was. Erstmal die Schuhe anziehen. Ich gucke noch bis ins Stream, bis ich meine Schuhe angezogen habe. Ich bin aber gleich schon fertig. Ich konnte jetzt schon weiter klicken. Scoute doch mal jemanden Bugelschlag. Wo sollte ich? Spieler scouten? Mich interessiert kein Spieler. Oh, warte, ich gucke mal kurz, ob jemand vertragsfrei ist. Was sind das denn? Eins, zwei, hä? Gibt es jetzt Tabs bei der Suche? Das sind Tabs, die sind neu. Kann ich dir erklären? Okay. Du kannst da Voreinstellungen speichern. Ah, endlich. Du kannst da die Filter festmachen. Suddenly, endlich. Es gibt natürlich keine vertragsfreien Spiele an der ersten Zeit. So, jetzt gehe ich aber bis gleich. Ja gut, dann bis mal. Das sind ja echte Verträge. Das sind ja echte Verträge, die in echt auslaufen. Bevor ist er gewechselt nach Parma, Cilini, Aguero. Nicht schlecht. Jetzt gucken wir uns ein paar Statistiken an, bis Crash wiederkommt. Torschützen, alles, das ist doch meine. Ich will die gesamte Liga wählen. Das ist ja Verein, die Statistiken, okay. Hier, Torjäger. Mein Breitfelder, da kommen lange nichts mehr. Vorlagen, auch Breitfelder, wow, das ist ein guter Typ. Mehrfach Torschützen, interessiert auch keinen. Der größte Spieler, 2,02 Meter, ist von Moselwitz der Kottrell-Exsequen. Einsätze, interessiert auch keinen. Zuschauer, okay, da sieht man, Chemnitz ist am Zuschauerstärksten nach. Tims Borussia, dem Kultklub aus Berlin. Transfers, was ist Transferrekord? Ach ja, stimmt, ich habe Tobias Müller verkauft, deswegen hatte ich so viel Geld. 430,000, das ist viel. Und wie ist es in der Bundesliga aus, das ist der Transferrekord? Oh, Dortmund, 26 Millionen für Lemar. Und Pavard, das hat Intermall gewechselt in der zweiten Liga. Na gut, auch nicht. Ne, würde Bochum nie machen. Mikkel-Durlund für 4,4 Millionen holen. Ne, würden die nicht tun, auch wenn das ein guter Spieler ist. Das ist ganz schade, für eine Stärke. Videobeweis. Regionalsäger Nordost. Ah ja, gibt es ja, bin ich blöd, es gibt keinen Videobeweis in der Regionalsäger. Also skippen. Ewige Tabelle. Ach, da sind die DDR-Stände auch noch mit eingerechnet. Chemnitz. Ist deswegen 22 da, okay, wusste ich. Zuschauerrekorde, ja, ordentlich nicht. Höchste Siege. Auch gut, klug. Torstücks und Könige gibt es noch nicht. Das war es mit den besten Statistiken, gehe ich nochmal bei Persönliches und Weiterbildung machen. Ich organisiere auch meine Party am besten. Und zwar am Dienstagabend. Nutzung, okay. Netzwerk. Ah, ich besuche dann auch mal meine verletzten Spieler am besten. Wondolowski. Und Schala. Sonst habe ich alles gemacht. Gucken wir uns mal nochmal mein Vereinsgelände in 3D an. Zwei Trainingsplätze. Ne, drei. Sonst nichts. Parkplatz und irgendwelche Jugendakademien. Schön. Und das Straße ist nirgendwo. Schön. Und jetzt das Stadion. Das Stadion sieht so aus. Kann man das ausbauen? Ich habe aber nur noch 100.000 zur Verfügung. Guck mal. Oh, bist du schon am Stadion ausbauen? Ja, ich wollte nur gucken, wie viel das kostet. Aber 880.000 nur noch, um einmal Spielplatz in der Reihe zu haben. Er ist bogus, to the law. Er hat einen Knackarsch. Endlich wieder Bier. Du warst schnell. Muss ich dir lassen. Jetzt bist du aber jetzt auch dran mit Kader. Okay. So. Ne, noch nicht. So. An Bex hast du. Wow. Gut. Freut mich. Bex ist einer meiner Lieblings-Commerce-Biere. Ja, Dapp gibt es beim Spiel, die nicht. Ne. Gibt es überhaupt Dapp? Oder im Osten oder außer bei Trinkgut? Ich kriege Dapp nur im Rewe. Schon lustig, weil das ist ja nur ein Dortmunder Bier. Die haben ja 5, 4, 4, 3, 3, 4. Weißt, das habe ich irgendwann vor 10 Jahren mal in Berlin gedruckt und dachte ich mir, das wird jetzt mein Stammbier. Und dann habe ich gemerkt, das gibt es eigentlich nirgendwo. Ja, das ist ja ein Dortmunder Bier. Deswegen dachte ich mir, das ist lokal. Genau. Ja, einartig. Und jetzt kriege ich es halt nur, wenn ich ins Rewe gehe. Ja, weil es ist halt eine riesige Bierauswahl. Da gibt es jede scheiß Bier. Okay, nur was ich mich. Weil in Bochum kriegst du das ja auch nicht. Du musst ja schon nach Dortmund. Krass. Oder ein Trinkgut. Trinkgut hat auch manchmal halt exklusive. Ne, Dapp hat einfach die perfekte Mischung. Ich weiß, wie Dapp schmeckt. Das ist ja so genau. Das ist so normales Dortmunder Bier. Also es schmeckt für mich jedes Dortmunder Bier. Wie Ritter Export oder so. Ja, aber du bist Bochum und du bist da nicht objektiv, glaube ich. Ich war ja ein Kompliment. Also ich finde Dortmunder Bier gut. Oder meinst du? Achso, das klang jetzt gerade nicht so. Ne, doch. Das ist nur ein Kompliment für sowas. Außer Hansapilz. Das ist Assi. Aber ich mag die Marke an sich. Hansa, das ist für Assi steht. Das finde ich. Okay. Okay, wir haben jetzt wieder ein bisschen Transferbudget. Aber wir gucken erst mal die Verträge an. Ne, habe ich den noch nicht verlängert? Ach, der will ja auch einen... Der will ja auch einen Aktionspunkt haben. Wen können wir denn noch verlängern? Den hier wollen wir eigentlich noch ein paar Jahre behalten. Okay. Der will zumindest. Brettgeld. Ja, die verlängere ich auf jeden Fall. Mann, ey. Ich kriege meine Leute nicht verlängert. Ich kann eigentlich aus dem Fenster springen. So, du musst bis zum Winter warten, wo dann alle selber Angst haben, nicht zu wissen, wo die dann lang sind. So, wenn der Satz-Torwart will verlängern, das ist schon mal gut. So, Ambrosius würde ich auch gerne verlängern. Der will auch... Oh Gott, die Maus, ich bring mich. Achso, Mündersatz, Entschuldigung. Ich töte mich. Also... Sabade, Wenzel, Wendel, Wenzel. Ja, Wenzel will irgendwann... Was ist mit dir? Irgendwann? Ne, noch investiere ich keinen Punkt. Hier, dich will ich auf jeden Fall verlängern. Hallo? So, persönlich passt. Gut. Es war gut, dass ich den Torhüter verkauft habe. So, jetzt wäre ich schon tot. So. Und zwar wieder... In den... Erst im Timber, wir haben schon alle Spiele. Unglaublich. Ja, aber überleg mal, wie lange wir jetzt sitzen. Wir haben 17 Uhr angefangen. Was? Ne, 19 Uhr oder 18 Uhr. Ne, also... Wir haben ja eine Stunde lang erst mal den Stream eingerichtet. Ja, mal gucken, wie lange wir streamen. Das kann ich ja sehen. Vier Stunden, acht Minuten ist irgendwie. Ja. Du fixst immer noch meine Maus. Ich mach wieder Windows-Taste. So habe ich Uhrzeit bei Windows von Berlin. Ah ja, weil Berlin wahrscheinlich Standard ist in der Zone. Damit können wir leben. Und so, dann weiter geht's. Das bin ich, ne? Ach so, ach ja, ich wollte ja meine Kranken besuchen. So. Was? Mal drückst du mal? Lass meine Maus in Ruhe. Ich bin... Ach so, das ist doch Deiner. Ne, das bin ich. Hä? Moment. Hä? Da steht ja oben Chemnitz. Das ist doch mein Spieler. Das ist ein Bug. Okay. Okay, ich kann mit Leuten sprechen, die... Du kannst also mit meinen kranken... Genau. Du kannst mit meinen kranken Spielern sprechen. Das ist nämlich mein Ersatz-Torwart. Gute Besserung. Der Spieler fragt, wer sind Sie? Oh, schade. Mit dem kann ich nicht sprechen. Ja, das hat jetzt geklappt. Äh, sprechen. Persönliche Situation. Gute Besserung. Danke, Bogus. Ist schon wieder einer von dir. Weißt du was? Ich mach dich richtig fertig. Ne, mach mal du mal. Bei Spielergesprächen einfach ignorieren. Hä? Das ist ja nett für dich. Ich hab außerdem nur zwei Besuche gemacht. Jetzt darfst du wieder. Ja, das ist nur Schaller und Vondelowski, die einzigen, die ich besuchen wollte. Komisch, ne? Naja, ich hab auch nur zwei gemacht. Aber... Ach so. Okay, dann war es irritierend, dass da oben links Chemnitz stand. Okay. Ja, ich weiß. Ich fand das auch üblich. Ich dachte schon nicht besucht, tatsächlich deine Spieler. Ne, ne. Das war schon ich. Die Anzeige war noch falsch. So. Schauen wir mal, ob wir den runtergehandelt kriegen. Ja. Das ist mir eigentlich kein Aktionspunkt wert. Hauptsache verlängert. Boah, nur 1300 Budgetbelastungen. Meine Güte, es freut mich wirklich, Sie wiederzusehen. Aber wir vermengen besser nichts Privates mit dem Geschäft. Höchstens umgekehrt. Das bist du gewesen, ne? Warum redest du das? Ich brauche noch einen Sherry, wenn es geht. Das ist auch wie ein dritter Mann noch da sein. Ah ja, gegen Tabellen, ersten, vier, ersten Ball. Oh, das ist ein wichtiges Spiel, Leute. Da mach ich mal eine größte Motivation. Aber erst mal fange ich an, wie es aussieht. Ja, manchmal wechselt das halt. Oh man, Leute, wieso wechselt denn ihr? Nur wegen dem Innenverteidiger? Krass. Ich wette nur wegen Whiting Bull. Machst du diese komische Verteidigerposition mit nur einem Innenverteidiger und zwei Außen. Ne, das hat mein Co-Trainer, falls du es nicht gemerkt hast. Ne, hab ich nicht gemerkt. Na gut, dann. Aber wir probieren es mal. Wir probieren es mal. Ja, aber Whiting Bull klickt auch. Das wird schon schief gehen. So, wir spielen gegen den Zweiten. Sieg dir mal bitte, weil ich brauche die Punkte. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe, aber wir sind eigentlich fast genauso stark. Ja, wir sind doch gar nicht so schief, wie du denkst. Oder wie alle dachten. Doch, ich bin schon scheiße. Ja, na gut. So, wir spielen defensiv. Denk dran, wenn du offensiv warst, was dann erfolgreich ist. Spiel zerstören. Ja, in ehem Spiel, ja. Das kannst du nicht auf jedes Spiel beziehen. Was haben die denn für eine Aufstellung? Die sind aber auch sehr defensiv. Schwachpunkt ist natürlich ein ganz bestimmter, den ich da sehe. Boah, ich muss pinkeln, aber mache ich nach dem Spiel. Jawohl. Guck mal, meine Verteidiger mit 5,7. Das ist eine richtig geile Truppe hinten. Das ist eine richtig geile Geschichte. Aber dann kriege ich bestimmt jetzt drei Gegentore wieder. Das kotzt mich dann. Oh, Vidovic, war noch der Torschütze. Ja, Mist. Aber egal. Und hier mein Wondolowski und Schala. Die fallen beide leider aus. Aber Breitfälle habe ich ja noch immer noch vorne. Gut, sonst spielen wir halt so. Guckt uns doch jemand zu, endlich, oder? Die schreiben nicht zumindest. Aber angeblich habe ich drei Zuschauer. Okay. Check jetzt bestimmt dabei. Der wird die gebelden. Hier, eure Eltern werden heute stolz auf euch sein. Und eine Prämie gibt es auch, Leute. Boah, das... 604 Euro für die Spiele. Boah, das ist aber heftig. Das ist heftig. Das ist ein 6-Punkte-Spiel. Muss ich auf jeden Fall hier zuschlagen. Mein Einkauf. Oh, nee. Ach, gehen wir jetzt. Oh, kann Kurt. Freiberger. Ryota. Heber. Oh, nein. Bickel auf Casanalidis. Schimmel. Auf Kurt. Freiberger. Fre- Oh, Freiberger Latte. Latte Freiberger. Ah, nochmal. Seht ihr? Das hat geklappt mit der... Ansprache. Sickert auf Schimmel. Der Bogus ist ein Fuchs, ich sag. Wißt du, wie es ist? Bickel. Breitfelder. Breitie, 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 Breitie. Drei Kilometer daneben. Füstenwalde, nein. Oh, Leute. Ich hab euch doch angespornt. Ach, was ist denn der Fall? Ist der denn hier? Nicht, oh, nicht weg. Nein. Oh, Elfmeter. Elfmeter, Elfmeter. Oh, Kimberley. Kimberley. Oh, Mario. Das ist immer mal ein Freiberger. Auf Türkmen, der neue. Ah, okay. Ah, normal für dich? Okay. Dickes Spiel. Jemals. Ja. Jemals. Bester Mann. Frisch verlängert, glaube ich, oder? Und... Genau, frisch verlängert. Ja, ja. Letzte Woche. So wie mein ganzer Kader muss ich verlängern. Boah, schade. Nur kein Kurt. Okay. Bogisch, wegen mir bist du erster. Ja, danke. Gar. Schon wieder, du hast sucht wieder auf die Vaktion. Unglaublich. Jemals auf, Rogal. Ah, Mann. Aber nicht schlecht, so nicht schlecht. Die können beide im Moment nicht zufrieden sein. Ich würde ja gerne mal veransprachen machen, aber das würde ich auch ziemlich gerne. Oh, du wirst motiviert, obwohl du führst? Okay. Ja, ist der zweite Platz. Italiener ist ja US-Amerikaner, haben wir nicht bemerkt. Spielt das eigentlich eine Rolle, welche man hier nimmt? Nee, das ist lustig, wenn man das sich anhört, glaube ich. Ja, ich meine, wir nur automatisch. Männer, damit das immer alles so klappt, müsst ihr euch das so vorstellen, ich bin ein bisschen wie ein Elektriker. Der hinkommt, nur einen Wackelkontakt beheben muss, weil ja eigentlich alles schon funktioniert. Ich fühle mich die richtigen Stecker zusammen und plötzlich ist alles wieder unter Höchstspannung. Boah! Wer von euch war das? Oh Mann, alles schwarz hier. Weiß ich, das war mal ausnahmsweise lustig, jetzt bin ich dran. Ich wechselt, ja, ich würde so gerne loben. Nee. Ich mach keine. Gerald, bitte fixen. Ich lass alles so, wie es ist. Chemnitz. Kall, Karl Marx. Karl Marx hat noch fast ein Tor. Oh, was ist das passiert? Oh, was ist das passiert? Oh, was ist das passiert? Ah, gegen Union für jetzt den Wahl, der meine Ärztin hat. Sag mal, Leute, die einen Hinternamen von dem Bier haben. Ach, braun. Was, Hinternamen von dir? Ja, der ist doch Freiberger. Ach so, ach, Freiberger. 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 Aber nur aus kulinarischer Sicht. Hm, kann man mal machen. Nein! Mit einem Konter, keine Sorge. Guck. Oder so. Geil. Ich bin in Topform. Aber er hat ja auch 5 Punkte gekostet bei der Ansprache. Das stimmt. Du hast alles reingebrüllt. Vor allem, du hast 10 zu 1 Chancen. Ryota. Andrusios. Ich verliebte den 2. Platz. Drei Felder. Geil ist manchmal gleich wechseln. 4-0. Wollte ich auch gerade, aber mach du zuerst. Geil, die MacGuylo. Oh, guck mal, die Noten. Geil, die MacGuylo. Der Linke. Da hat's nicht Stammspieler. Da hab ich total vergessen. Aber anscheinend hat's den Gauen. Ja, mach ich so. Milder. Da probier ich mal den Linken und Außenverteidiger, als Innenverteidiger langsam umzuschulen. Und Grimm kommt auch rein. Das kann nicht mehr schief gehen. Geil. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ja wir müssen verträge weiter verlängern leute ich habe echt den worst case hier erwischt so lasst uns nachdenken irgendwann vielleicht irgendwann vielleicht so bin wieder da abrechnen der will nicht hier brauche ich einen aktionspunkt hier vielleicht irgendwann den hier will ich auch behalten auf jeden fall und der will sogar cool nehmen wir den als nächsten besucht habe ich alle hatten wir ja alles schon ja hatten wir alles wo vierte liga schon hart breit schneit breitfelder immer noch mit drei punkten vorsprung ja aber das würde ich sofort nehmen also für eine million ja klar so verpflichten macht keinen sinn läuft eh gerade keine transferperiode also weiter training muss man noch einstellen charity macht man gerne mit ich bin links also mache ich auch charity so pressing und h.i.t. volle power haben die bospos alle zu tun das kann noch gar nicht sein möglich ist es ja wer wisst dann freitagabend die haben nichts zu tun ja es war doch gestern schon geschluss wer wisst aber wie gesagt es ist so es ist sowieso besser wenn man spaß im spiel hat als leute im chat wenn man keinen spaß hat also ich bin sehr begeistert von diesen hotsteen das würde ich es läuft besser als erwartet ja es gab zwar jetzt paar bugs aber nichts schlimmes es läuft sehr flüssig und das wundert mich aber auch mit dem ablauf du bist dann ich bin dran und so ja die maus nervt halt aber ich habe schlimmeres hat gelesen deswegen dachte ich mir das kann nach hinten losgehen was wir gelernt haben heute ist komisch rechner kann der hosten weil zu langsam das habe ich schon bemerkt meine maus treibt mich in den wahnsinn und bogus darf meine spieler gespräche führen ja und aber das damit kann man leben besser so welche fehler als andere ich finde das immer noch so komisch dass man das stimmt bogus dass man ihn steuern kann wenn man einfach seine maus berührt also dass man praktisch dieselben mauszeiger benutzen kann denkst du ich kann auch mal ich glaube nicht oder doch einmal kann es ja aber vorhin war es auch auf meinen namen nein entschuldigung das war noch nicht mal die hälfte wie hätte ich das anahmen können vorhin war es genauso bei mir das heißt weil babo musst du wahrscheinlich 60 prozent einplanen okay ich mache mal 50 ja gut entschuldigung also vorhin nee alles gut ich bin nicht sauer ich habe ich brauche ja mehr beispiele dafür erfahrung haben du musst erfahrung sammeln genau 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 bsg chemie leipzig zweite mal dass ich deswegen verkackt freiberger links ist sogar nicht links oder doch der ist linker mittelfeldspieler dann lass ich den ne der hat vorn zehn mal bis weg neben mir wirklich gar nicht ich wundere mich nur dass er links ist ich dachte nicht dass er linker mittelfeldspieler ist aber ist er anscheinend ich habe das gefühl der rechte seite schimmelt ein bisschen bogus schimmelt ein bisschen dass wir was ja ok so gut da sind die gegner nicht bei dem spiel heran also wenn du mit der elf nur aufsteigst dann drastisch aus nicht aufsteigst und dann hast du aus ja ich bin auf jeden fall mein ziel ist aufstehen ja auf jeden fall was sagt denn dein präsidium was hast du 100 100 prozent auf jeden fall das weiß ich hier mache ich mal keine ansprache ich kann nicht jedes mal ansprache nutzen der oberliga auf keinen fall ich glaube das können wir jede woche spielen das macht spaß aber theoretisch natürlich nicht wenn keine zeit hat von uns ja logisch klar so gegen rathenor sparen wir natürlich nicht defensiv sondern neutral oder bist du mutig ok du bist mutig gegen rathenor ja du kommst jetzt von deiner taktik ab ok ja bin ich mal gespannt wir gehen auf leeroi auf leeroi gehen wir auf jeden fall los und wir sparen uns mal die ansprache oder ja doch und trainings freien tag du musst aber auch trainings freien tag nicht so wie ich auch einstellen das macht automatisch inzwischen das macht automatisch inzwischen wieso das war der gegner übrigens mit optik rathenor war shadows als erstes wachtteam ja ich weiß deswegen kenne ich den namen auch allererste ist von seinen teams äh wollt ihr mich verarschen wollt ihr mich verdammt nochmal verarschen jaaa das reicht nicht das ist ein witz nur weil ich keine ansprache gemacht habe denke ich die spiele oh dann wollen wir wohl nicht gewinnen oh wenn du ruhig das sagt dann kann ich ja scheiße spielen los kommt leute sie muss mann wenn ich gegen shadow verliererat sich aus die auch würde ich auch ja leute es kommt mal das ist chemie leipzig ihr spinnt ihr spinnt keine einzige chance wow wow der ist der falsche redio da mein zugang mein neu zugang ey das ist enttäuschend leute das ist ein witz jetzt mach ich gleich extra motivation das ist moment im sturm hab ich gar nicht aufgepasst das ist das ne der bleibt auch im sturm ich hab ja sonst keinen sind da zwei verletzt von mir das ist scheiße ich mach ne extra motivation und diesmal als österreicher wir sind erst am achten spieltag sei immer bisschen sparsam aber ich muss punkte ausbauen dann kann ich mir auch hohe phasen erlauben herrschaften dun kann manchmal gut gicken vor allem aber nie ab jetzt gibt es da wir sind nicht bei anstoß es geht nicht von alleine weiter werden ich dachte das dauert noch länger was soll das denn oder du ich war ich liegt zurück gegen die affen aus leipzig ey ja komm 3 3 feld ja der Ja, Torschützkönig wieder. Ja! Respekt, gut. Oh, noch eine Chance. Sehr gut. Du hast hier ein Team aufgebaut. Ja, du auch. Schade. Vor allem witzig, nach all den Wechseln bist du halt immer noch ein Stern vor mir. Wir haben uns eigentlich nicht geändert. Breitig! Breitig! Gino Dürnte! Schalalala! Oh, Dropkick! Ah, schon wieder. Du hast viele Chancen. Oh, schade. Einer geht noch rein. Einer geht noch rein! So, ich wechsle mal schnell durch. Wir haben eine relativ komfortable Führung. Relativ. Und wir wollen ja bisschen, dass die Leute auch Erfahrungen sammeln. So, das sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, ich glaube, das war sowieso. Ja, ich glaube, das war sowieso. Du bist, du warst schon, als du, als du null Punkte hattest, erster. Einer, Roscher für Dodge. Weil der Dodge, der ist irgendwie... Aber vielleicht Dodge für Freiberger und Freiberger. Nee, der kann nur links. Nee, Freiberger und Scheißenrotor, da muss er ausgewertetzt werden. Sonst sind die sehr fit. Die sind sehr fit. Das überrascht mich ein bisschen. Deswegen... Ich verstehe auch nicht, warum du viel bessere Werte hast als ich. Höhere Fitnesswerte meinst du? Ja. Oder welche Werte? Ja. Das macht nicht viel aus. Der Einsatz... Stärke... Stärkewerte, Motivationswerte und Fitnesswerte meinst du? Motivation... So, das... Motivation, das sehe ich mir nicht. Das ist eigentlich... Für mich ist wichtig nur Fitness. Und da macht es nicht viel aus, wie viel Einsatz du gibst. Deswegen mache ich immer so viel Einsatz. Da habe ich das Gefühl, weil... Der Nachteil ist nicht so groß, finde ich persönlich. Aber muss man in der Saison abwarten. Dein Erfolg gibt dir ja recht, also... Außer wenn wir jetzt ein Tor machen, wie geht's dann. Ihr musst missgeboten! Oh, oh, jee! Aber Chemnitz kommt! Konter, ihr Bastarde. Jetzt hole ich Karl Marx. Den Geist von Karl Marx. Ihr Affen, Affen, Affen! Wird das etwa bogisch erste Niederlage? Echt? Noch keine Niederlage? Okay. Also, abgesehen gegen mich, gegen mich hat er natürlich verloren. Und... Ihr Bastarde, ihr Missgeburten! Chemie Leipzig, ey! Wer kann... Jetzt kommt ein Konter bogisch! Konter! Ich hab verloren! Ich hab echt verloren! Oh! Ich hab echt verloren! Gegen die Missgeburten hab ich verloren! Weil ich keine Ansprache gemacht habe! Du bist Zweiter! Du bist Zweiter! Du bist Zweiter bogisch! Aber das reicht nicht! Ich muss direkt aufsteigen! Auch wenn mein Saison 10 nur Siebter ist! Oh, ich bin Fünfter! Du kannst auch aufsteigen theoretisch! Nur drei Punkte hinter mir! Nee! Mit dem Team bogisch will ich nie aufsteigen! Aber du hast das Momentum! Dein Team ist gut drauf! Da sind wie die Kickers! Wie die Kickers sind die gerade! Ja! Aber die Kickers haben auch im Finale verloren! Das heißt, dass wir Zweiter werden können! Aber nee! Zweiter! Ich hab den Chat von letzte Woche erst zu spät gelesen! Die Kickers haben gewonnen! Es gibt ein alternatives Ende, was in Deutschland genommen wurde! Als richtiges Ende! Okay! Weil in meinem Ende haben sie verloren! Gib mal bei YouTube Kickers alternatives Ende ein! Oder so! Und dann siehst du, das ist das japanische Ende! Was in Japan gezeigt wurde! Da haben die Kickers gewonnen! Ja! In Deutschland haben die... Von Doblowski ist in sieben Tagen wieder da! Ja! Toll! Der nützt mir sowieso nix! Der nützt mir sowieso nix! Dann gib mir doch Krate! Oh! Ich muss die Auslastung! Ich muss grad nicht mal auf... Junge, du hast eh keine Büros! Stimmt! Ich mach wieder! Egal! Egal! Oh! Oh! Was? Ich brauch mehr Physiotherapeuten! Ich bin mehr Masseure! Wollt mir die Masseuren! Was? Oh mein Gott! Ich bin unter... Ich bin wetzt! Wahnsinnig! Das wird ja irgendwann... Wirst du das bereuen! Ich bereue das nicht! Ich muss zufriedene Mitarbeiter haben! Das ist mein Lebensziel! Ja, aber die Mitarbeiter sind ja nicht zufrieden, wenn kein Platz ist! Ja, stimmt! Da krieg ich wieder Geldstrafe für 500.000! Das wäre richtig! Der worst case? Ja! Aber das wäre schon der worst case! Den habe ich ja mal bekommen! So, du... Ne, noch nicht! Oh, was? Wir sind dran! Wir sind dran! Geineinander geil! Also, du bist jetzt dran! Ich bin dran! Ja! Dich muss ich so fertig machen! Sonst bin ich sauer! Sonst bin ich sauer! Sonst bin ich sauer! Dann sind wir ja punktgleich ohne gewinnen! Dagegen hätte ich nix einzuwenden! Ich würd's dir gönnen, aber ich will's nicht! Oh, jetzt hab ich mal so weiterbilden auf mich jetzt! Das lässt sich auch noch weiterbilden vom Spiel schnell! Damit du Tricks drohst! So, was können wir denn machen? Ich hab eine idee! Wechsalle mal deinen dritten Kiefer ein! Ich werd nicht alles geben, um dich zu gewinnen! Oder wex gå deinen dritten Kiefer als Stürmer ein! How do you win Odds? 아이� nur guys! Wichtiges Spiel! Ich mache die höchste Gewinnprämie, die es gibt. Ne, also will ich nicht. Aber mach, was du willst. Ich muss das Spiel unbedingt gewinnen. Unbedingt. Sonst hältst du mir das noch 17 Jahre vor. Ich habe die schon besiegt. Mir ist egal, wie es aussieht. In Freundschaftsspiel. Da habe ich auch mit C-Kader gespielt. Ich habe es auch so. Da hat man bei der Musik selber Bock, Klavier zu spielen. Wie soll ich dein Team besiegen? Die haben das Momentum. Die Morse bringt mich echt um. Achso, ich muss wieder Windows-Test machen. Entschuldigung. Bospospospike, was tut ihr uns an? Wir haben so viel Spaß und wir wollten daran teilnehmen. Außer Scheck. Außer unser guter Freund Scheck. Außer unser guter Freund Scheck. Wir haben so viel Spaß und wir wollten daran teilnehmen. Aber umso besser mehr Spaß für uns. Aber umso besser mehr Spaß für uns. Ah, du bist noch dran. Entschuldigung. Ich habe die Windows-Test du jetzt erst gemacht. Noch nicht mal Gerald Köhler im Chat. Ich dachte, du guckst jeden Stream an. Überwaffen. Echt, Mann. Was erlaubt er süß? Gerald, was erlaubst du dir? Das sind deine größten Fans seit 20 Jahren. Was erlaube, Gerald? Du bist. Okay, was habe ich da? Eine Verhandlung? Ach, Mitarbeiter. Okay. Dann hole ich mir mal einen guten Mitarbeiter. Das ist immer was Gutes. Ich finde immer lustig. Ich weiß nicht, wie viel Fleiß ausmacht. Man orientiert sich immer nach Stufe. Aber wie viel Wert ist Fleiß? Müssten wir mal in die Hilfe gucken. Kann ich gar nicht sagen. Ich warte auf das Lösungsbuch. Das Lösungsbuch ist die Hilfe, du Fachmann. Dann würde ich es ausgedruckt haben und für 10 Euro kaufen. Okay. Du musst einen medizinischen Pfützen suchen. uma vezeden Trinkstil Na, nochmal. wo ist was sagst du immer noch oder kämer theoretisch könntest du noch aber du brauchst das nicht du hast gar nicht nötig das ist ja ich glaube es ist gerade mal 60 prozent dann passt das ich würde ja gott sei dank das wäre eine gute das war auch meine idee die melodie zu nehmen für unseren kissenschlacht song problem kann den ost den ost also den soundtrack nicht irgendwie entnehmen weder aus dem spiel die tür aber auch nicht immer bitte eigentlich mit ein ja eigentlich wird dann überwachsen oder gerald oder so ja genau aber das war mir zu anstrengend habe ich einfach neuen neue melodie gesucht und die ist auch gut ich habe zwar die nicht mehr im kopf weil sie jetzt im endeffekt bekommen das kann ein sehr gutes lied werden soll ich bin ich dran ich bin gespannt hat alle performt auf jeden fall ja problem war weil ich mag mir zum beispiel anders vorgestellt habe und irgendwie haben die nicht so harmoniert die beiden im duett wie ich mir gedacht habe deswegen ist glaube ich gut dass wir uns erstmal ein discord absprechen das nächste mal ja das sollte man immer machen ja eigentlich schon weil ich habe meine vorstellung ist ich habe eine vorstellung und eigentlich kann es ja nicht ganz so abwegig sein wie es mir vorstellen kann deswegen musste man sich da mal einsprechen aber können wir nächste woche machen in ruhe alles wird dann erst nächstes wochenende ausbeschieden sollte ein problem also ist ja kein zeitdruck also auf das lied wartet ja keiner wie bei der em das muss ja vor der em ja stattfindet das stimmt jetzt bin ich aber gespannt wie borisch mit vernichten wird aber aber ich bin ehrlich ich gehe von der lager aus kommt jetzt sagt die 93 kommt auf die vorstellung an genau um die vorstellung zu meinem song du weißt dass ich sonst mache es wie team aber nicht allgemein hast du recht man muss es kommt auf die vorstellung an wie stelle ich mir das vor ich kann auch nach hinten losgehen ja du siehst ja meine auch danach erst ich kann mich ja nicht drauf einstellen ja du kannst ja in der ersten minute umstellen also du bist wahnsinnig bogisch du bist völlig bescheuert in der vierten liga du hast schon gegen mich verloren ja freundschaft spielt fehlt kein dann bin ich mal noch in die dose hast du schon wieder weiter gedrückt du nase doch hast du ne moment was soll das ich will gar nicht so spielen doch spiel ich hab ich habe eine geile idee macht man nur ein innenverteidiger nur eine und der rest stürmer und wenn du dann gewinnst dann rass ich auch du gewinnst sowieso du bist stärker team ja das heißt ja nicht du hast das momentum dein team sind die kicker das sind die nie gewinnkickerst du auf einmal gewinnen immer jemand verraten wo mein bester stürmer grad ist auf der bank ok dann leckt mich gut trainer ich glaube ich habe von dir am meisten respekt in der liga das ist erfreulich aber ne das ist ja auch schwachsinn ich hasse das dasselbe zu machen ich liebe es ich würde nie nur mit einem innenverteidiger spielen bei zwei außenverteidiger würde ich nie tun aber das spiel anscheinend ne ich bin auch müß wie hast du da prospekte auf dem tisch ne du kannst die selbe punktzahl haben wie ich und dein ziel ist klassenerhalt mein interner wunsch aufsteht mein interner wunsch aufsteht das topstürmer das automated nap der beste manchmal drei sterne besser als meiner ja theoretisch muss ich gewinnen ich muss eigentlich gewinnen aber ich habe keine hoffnung eigentlich ich kenne dein team dein team ist teamgeist pur ach du deckst das auch noch meine spieler wirst du doch am bonus spiel okay als ob ich am liebsten würde ich ja das tier machen geht aber ich kann ja ich kann ja nicht machst du wirklich bis fünf punkte das ist ja ich weh es du weißt selber nicht was du machst du machst auch kommen 431 euro krieger spieler super kann ja jeder in halben neun fernberg wer du arsch du arsch das ist die erste chance augusta das gehalten ich will auch was sehen oh mein angstgegen frei wäre die jota jota wir 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 Junge, du weh! Oh nein! Oh nein, oh Kahn, Kurt! Oh nein! Boah, ich hatte echt Schiss gegen dich, weil du bist ja so ein ausgezeichneter Trainer, wie ich die Erfahrung gemacht hab heute. Ach, Schi-Lei! Mit dem Tiefen geht's schwer. Nee, für mich bist du wirklich in der Regionalliga, der Guardiola der Regionalliga. Schallahe! Das bin ich erleichtert. Bin ich erleichterter, das tut mir gut, weil ich hatte echt großen Respekt vor dir. Bisher, gibt's nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Die Liederlage hier war eingeplant, mir geht's gut. Knächtel, wer ist Knächtel? Wo hat er gespielt? Oh, dann Kurt? Oh, dann Kurt hat hier nicht gespielt. Ach, Freiberger war links, jetzt hab ich wieder okay. Ähm, schlechte Not hat Freiberger tatsächlich? Nee, glaub ich nicht. Den würde ich wieder motivieren, aber es geht ja nicht, wenn ich die Spieler nicht spreche. Ja, das nervt. Finde ich auch blöd. Problem ist, wenn ich jetzt nichts mache und du machst eine extra Motivation, dann geht das Spiel anders aus. Ich werde keine extra Motivation gegen dieses Spiel verschwenden. Gut, dann verlasse ich mich drauf, dann mach ich nichts. Das Spiel ist einfach. Absatz! Ecke! Puh, dafür dass ich so große Angst hatte. Doch, das sei ziemlich gut. Ihr blöden Käppnützer, das kriegt ihr in der Rückrunde alle zurück. In der dritten Liga kriegen wir zurück. Ja. Das können ja nicht zwei aufsteigen, übrigens gibt ja keine Playoffs in der zweiten, für zweiten Platz noch. Vielleicht bin ich echt auch still zu weif. Vielleicht bin ich echt auch still zu weif. Ich muss das Wechsel voll mal gleich aus. Du hast geschont? Nee. Gut, kann ich nicht mehr. Das ist aber auch nicht so fair. Ich habe ja ein Aufstiegsteam, du gegen Abstieg. Dafür ist deine Platzierung sehr gut. Du meine eher nicht so. Ja, ich bin zufrieden. Kennt ihr jemanden, der da scheißt? Warte, jetzt würde ich schon mal. Alles gut, in Twitch guckt ja niemand zu. Außer Sweet T390, Check 2 und FTVP12345, der mich dann das machen will. Puh, bin ich überheblich genug, den Torhüter zu wechseln? Ja, bin ich. Gut, passiert. Bitte, danke. Anscheinend. Puh, vor dir habe ich am meisten Respekt vor allen Tränen in der Regionalliga. Glückwunsch. Danke. Verdient gewonnen. Oh, ich habe Kreislaufprobleme. In echt oder im Spiel? Im Spiel, ne? 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 Ich habe keine, keine Fähigkeiten. Du bist der Einstige, der heute reinkommt. Ja, weil ich die ganze Zeit Individualtraining mache. Ah, okay. Ah, okay. Das ist, glaube ich, das Manko. Aber ich brauche auch keinen Individualtraining. So, was haben wir denn hier? Ein Jugendspieler, 18 Jahre? Ach, zwei Punkte, das bringt mir gar nichts. Yeah! Du Arsch. Du mieser Arsch. Yeah! Freier Spielerbruch. Da muss man sagen. Also, was du bisher erreicht hast, hat es drin. In dem Team. Oh. Supergeil. So, Torhüter vielleicht? Aber da lohnt es sich kaum. Wir nehmen mal Jömers. Irgendwie, der war gegen Hannover richtig gut. Und dann macht der irgendwie, du komische Spieler wohl über das Tor schießt. Komischer Typ. Ich habe einen Neg... Oh, krass! Es gibt also auch Negativtalente jetzt. Ja, doch, weil... Warst du von mir auch? Das gab es ja nur... Das gab es ja nur nie. Okay, da muss ich nicht... Ich lasse gar nicht. Krass. Ja, stimmt. Ich hatte bisher auch keinen negativen Manager. Ja. Ich habe das Cäsar zum ersten Mal gereist. Ja. Ja. Bischof Werder, dass du dein Abi gemacht hast, habe ich gehört. Genau. Und wir gucken mal, wieviel Moneten habe ich. Wahrscheinlich immer... Wow. Stimmt. Ich versuche mal Verträge zu verlängern. Genau. Kurt. Ne, das ist so alt und so schlecht. Aber Bickel auf jeden Fall muss... Ah, ne, der will ein bisschen Fähigkeitspunkte haben, ne? Genau so ein Bastard ist das, ne? Und Duff, da habe ich vier Leute, alter. Aber Darch... Darch will auch Fähigkeitspunkte haben, ne? Beko mit 1,7 will ich nicht. Den brauche ich auch gar nicht, ne? Oh, der Tor schützenkönig. Ich warte im Winter, ich warte bis zum Winter. Ich warte wirklich bis zum Winter. Das ist gut, weil dann kann ich mir Breitfelder holen, wenn Vertrag... Ne, erst ab 1. Februar kann ich das ja nicht erholen, ne? Ja, stimmt. Und bis dahin will ich auf jeden Fall verlängern. Ja, wirkt eine heikle Sache bei den Leuten hier. Das kann alles gefährlich werden. Oh, Verkauf von Anteil manchmal. Oh. Okay, wir sind sehr zufrieden mit mir, die Wichser. Sehr gut. Und hier, Trikotverkäufe habe ich schon mit Fans im Chat gezeigt. Niemand will ein Trikot mit meinem Namen haben. Schade. Du hast ja ein größeres Transferbudget als am Anfang. Ja, höre ich einen Moment mal gucken. Ja, das stimmt. Aber liegt auch an den Deadline-Day-Verkäufen, ne? Ja. Nur, was gehe ich aber? Weiterbildung machen, das ist wichtig. So, und jetzt bis... Richtig, du musst schnell Aktionspunkte kriegen. Ja. Jetzt tust du am drann sein. Oh, gegen Carl Zeiss Jena, okay. Gegen den ersten? Das weiß ich sogar. Carl Zeiss ist tatsächlich eine Firma. Wie Bayern, oder? Die machen auch Medikamente, oder nicht? Ja. Ich arbeite mit Carl Zeiss zusammen, ja. Ach, wie? VW? Was? Du arbeitest mit 2014? VW letztes Jahr, dieses Jahr BMW, aber wir haben auch Carl Zeiss. Okay. So, jetzt muss ich mir den Kopf machen. Äh, eigentlich sind es Optik-Typen. Optik-Typen, also Brillen, oder was? Ja, oder technische Anwendung davon halt. Technische Anwendung von Brillen? Oh, Mann, die. Eigentlich von Brillen, von Optiken. So, jetzt will der, das ist gut. Ich mache zumindest langsam Fortschritte. Ich brauche wahrscheinlich die ganze Saison dafür. Ja, aber das ist auch realistisch. Ich mag diesen Babo-Modus, der ist richtig lecker. Der ist lecker. Babo ist sowieso lecker, ja. Aber ich glaube, Geras Problem war, dass er das so leicht wie möglich haben wollte, am Anfang, damit jeder denkt, wow, wir haben einen Erfolg, geiles Spiel, ne? Aber, geht's nicht immer so. Also, ich will schon eine Herausforderung haben. Das stimmt. Ja, es war schon zu einfach, ja. Das ist das Fakt. So, Weiterbildung haben wir gemacht. Sport machen wir. Sport? Sport. Ich bin völlig fertig. Hast du das auch schon gepackt? Mit dem völlig fertig, oder ist das gar kein Back, was man so schnell ausgebraut ist? Kann auch sein. Wie ich mache, ich mache halt auch viel, ne? In meiner Standard-Saison mal ich fast gar nichts. Ich fand das auch nie so backwürdig. Obwohl alle am Anfang gesagt haben, das darf ich nicht mehr. Aber es ist schon heftig so. Aschek 2 sah. Niemand möchte ein Trikot von Bochum? Diese minisen Hunde. Ja, aber ich bin noch nicht berühmt. Ja, da gebe ich Scheck recht. Ich bin noch nicht berühmt. Aber muss man sich überlegen, Peter Neuber war ja auch beliebt bei Bochum. Wer macht solchen Peter Neuber-Trikot auf Bochum? Das geht nicht, ne? Ne. Das ist ja einen ungewohnten Trainernamen als Trikot zu nennen. So, schauen wir mal. Jetzt geht's gegen den Ersten. Erst gegen Bogusch und jetzt gegen den Ersten. Moment, bin ich der Erste? Nee, du bist zweiter, steht doch oben oben links. Ja, wenn ich mich zurücklehne, sehe ich nicht, was da steht. Und so. Kümmerling. Das verwechsel ich nur mit Kümmerling. Kümmerling kennt man ja. Das stimmt. Das stimmt. Kümmerling. Ich habe ein Kräuter jahrelang Mainz gesponsert. Du weißt, was es ist? Nee, du kannst nicht noch mal verhandeln. Nee, ich weiß nicht, wer Kümmerling ist. Ich weiß auch nicht. Kümmerling habe ich noch nie gehört. Kümmerling. Kümmerling. Nette Menschen trinken gerne Kümmerling. Boah, der ist aber ganz schön alt geworden. Oh, ich dachte schon. Jetzt ist eine solche Person wieder im Discord. Ich habe immer Angst bei der Stimme. Trotz weg, den wolltest du fast verkaufen. Nimmst du dich? Also ich habe gleich noch einen Termin. Das ist auch wirklich eine gute Person. Puh, also den wollte echt keiner. Ja, point. Dann machen wir ganz schnell drei Kreuze. Gümmerling. 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 Der Mensch hat mich selber gerne leben. Gümmerling. Ich schaff's noch. Budget für Gerüstung sogar. Ja, schaff's noch locker. Ja. Gut gemacht. endlich endlich sporisch weil die zweikampfschwäche aussehen ich habe ganz gedrückt war noch nicht mal mit dem mauszeiger oben so bischofswerder wurde in abi gemacht und katz als jener wo ich meinen ausbildung macht das wird nicht einfach mach mal werbung in whatsapp kann doch nicht sein dass alle bospos pennen oder bei familie sind das geht doch nicht das ist die wichtigste phase im herbst karls als jener ich muss dir sagen persönlich finde ich das richtig schade dass die bundesliga das nicht akzeptiert dass die ddr meisterschaften als offizielle meisterschaften gelten ne das ist eigentlich ja und schwer ach hier kann ich wieder ansprachen machen und ich habe das konnte ich gegen sie konnte ich gegen dich nicht machen ja wahrscheinlich weiß man aber jetzt oder aber obwohl ich hier natürlich nicht ne das war der erste aber egal bischofswerder da wo so viele leute ihr abi schon gemacht haben ja wundelowski ist mittlerweile fit aber der hat nur 8 fitness den lasse ich auch noch nicht spielen ach so das ist wenig ich tue mal auf dem bank für die letzten 10 minuten oder so gut wie sehen ich muss den auf jeden fall wieder hochpäppeln also aber das geht ja nur wenn er nicht spielt dann wird die fitness glaube ich auch höher glaube ich bin ich mir nicht so sicher aber ja mal gucken gucken wir mal der hat auf jeden fall jetzt 8 fitness und mal gucken was gleich passiert und hier sag ich die null muss stehen ich will auf jeden fall keine experimente haben ach so geht der gehört los Das finde ich wahrscheinlich ein bisschen naiv, aber warum musste Chemnitz also die Karmatstadt ihren Namen ändern? Warum war Karl Marx ein wichtiger Mensch? Das weiß ich auch gar nicht, warum das so kam. Aber es war doch nach der Wende, oder? Oder haben die davor der Mannschaft in der Wende? Ich glaube es war durch die Wende mit. Wahrscheinlich links und so weiter, obwohl kann ich dir halt gar nicht beantworten. Aber es wurden einige Namen im Ostgebiet geändert. Zum Beispiel geboren wurde mein Vater in Stalingrad, ne nicht Stalingrad, sondern wie hieß Eisenhüttenstadt früher? Ich hab's vergessen. Auch so ein Kommunistenname. Aber Karl Marx? Ja gut, okay, das ist doch das Allgemeine. Was? Ich will damit sagen, in der DDR gab es einige Kommunistennamen. Ja! Der Weg zurück gegen deinen Abi-Stabding. Ja gegen die hab ich auch nur unentschieden gespielt, also. Ne, verloren, oder? Unentschieden. Ne, verloren, oder? Unentschieden. Was ist denn da? Breitie! Breitie Breitfelder. Der Torschützenkönig. Ich hab's gesehen, Check, du hast Werbung gemacht, danke Junge. Du bist ein treuer Fan. Ein guter Junge bist du. Ich, ich hab's dir guter Junge. Ach, schaller... Schaller Fails, schaller. Aber gegen den ersten 1 Einfluss ist da haben wir eigentlich nicht richtig, oder? hamburgisch die offensiv hat gute noten schimmel hat keine gute note deswegen wechsel ich jetzt ob b freiberger wieder keine gute noten darts danke schick für deine unterstützung wondolowski jetzt hat er auf einmal form 5 obwohl er gerade 3 hatte am anfang gespielt er sagt auf der bank und hat jetzt form 5 der 21 krasse dazu bekommen auf der bank aber wechselst du das nicht mit motivation das ist hier vor ach nee mit fitness wechsel ich das entschuldigung mit fitness habe ich verwechselt ja du hast glaube ich achten gesagt so vorn habe ich gar nicht darauf achte es ist egal dann wechsel ich so extra motivation nicht mehr ich mach mal ich mach mal ich mach mal super höher aggressivität wie geht es eigentlich nee 1 1 aha du hast jetzt nicht es geht gegen den ersten Du hast viele Chancen wieder, das ist beeindruckend. Ich würde auch gerne gewinnen. Oh, Kowalwitz ist da ein, okay. Blöder, bist du dir da sicher? Ich glaube ja, du bist dir sicher. Ich glaube, du hast das Trainingssystem begriffen. Deine ganzen Spieler haben 10 Formen. Das wäre Hammer. Ich glaube, du hast das Spiel verstanden. Ja, aber gegen Bogus hat es nicht gereicht. Ich habe auch das beste Startteam geschafft. Okay, ich muss wahrscheinlich mehr auf Training machen. Dann muss ich mich jetzt mal informieren, was gut ist. Ah, Chemnitz. Das bin ich. Bitte Friedrich Engels. Lenin, Lenin, Lenin. LENIN! Was? Stalin, Stalin, bitte Stalin. Gulag, Gulag. Stalinstadt. Stalinstadt hieß es. Stalinstadt? Und was ist es heute? Da bin ich nicht geboren. Du bist in Stalinstadt geboren? Okay. Also Eisenhüttenstadt hieß es dann schon. Ah, okay. Stalinstadt. Aber es hieß vorher so. Okay, das ist übel. Okay, das ist wiederum übel. Karl Marx ist ja... Karl Marx geht noch, ne? Mann! Wieso? 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 Also es hieß schon, äh, äh, Eisenhüttenstadt als ich geboren wurde. Aber mein Vater, bei meinem Vater hieß es noch Stalinstadt. Na gut. So, Dutch ist aber auch nicht gut in Form. Da hab ich doch frisch eingewechselt. Was soll die Scheiße? Na, neun geht ja noch. Ich hab viel Schlimmeres. Guck mal die Noten an, als ob wir füllen würden. Ich, ich kann also nichts machen. Ich kann nur noch eine Stufe rauf. Auf. Kannst du das Pressing erhöhen? Nein, 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 nein. Da will ich nichts ändern. Ah, Kim, jetzt. Bitte Dutch. Ja. Ja. Ich kann nur noch mit. Oh! Ja. Oh! 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 Aha. Gegen den Ersten, willst du da gewinnen? Bin ich mal gespannt. Ja, klar will ich da gewinnen. Ja! Geil. Ja! Sehr geil. Kannst du noch einen? Ne, abseits. Ey, was ist mit mir? Ach, ich bin Erster, obwohl ich nur 1-1 spiele. Ja, weil ich gerade gegen Carl Zeiss spiele, du Tate. Ich will, aber trotzdem. Geil. Kowal. Oh. Pfeif ab! Pfeif ab! Pfeif ab! Scheiße. Fuck you. Nein. 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 Das war auch wichtig für mich, ey. Kacke. Schade. Schade, aber gut gemacht. Ey, gegen den Ersten, Hammer. Ja. Nicht schön. Ey, ich habe nur 1-1 gespielt. Ja. Ui, Winterpause. Jetzt schon? Das stimmt, wie beim 5. der 10. Winterpause. Ja, aber da steht ja 12 Tage bis zum Pflichtspiel. Und weil wo DFB-Pokalwochenende oder sowas ist, wahrscheinlich? Oder Länderspiel. Ja, gut, das kann sein, ja. Und weil ich... Mach weiter Bildung. Ja, genau. So, jetzt bist du da. So, jetzt bist du da. Ja. Ja, gestern war ja auch nichts im WhatsApp los. Aber gestern war ja auch Donnerstag. Aber finde ich, das ist nicht so schlimm. Mh, das stimmt. Das ist irgendwie seltsam. Sonst war immer Freitag viel mehr los. Na geil. Aber da du auch nicht auf der Party eingeladen wurdest, kann das keine Anti-Bogosch-Party sein. Das stimmt. Das kann ich bestätigen. Jetzt hättest du sagen müssen, scheiße, ich habe die Partys erfasst. Ach, scheiße, die Partys. Ich bin viel zu alt dafür. Zu alt, okay. Schau mal. Ich würde gerne Pressing mehr machen. Oh, Entschuldigung, ich mach wieder die Windows-Taste. Gegenpressing machen wir auch. Ich glaube, Gerard hat es begriffen, ein benutzerfreundliches Manager-Spiel zu machen. Das ist das A und O. Ja, das stimmt. Und Ecke Strafraum natürlich noch. So, passt. Ja, vor allem macht der ja noch was dran. Also der macht ja schnell nicht fixes noch. Wird ja immer, immer bequemer. Oh, also. Oh. Ha, ha. Der habe ich vor eine Woche gemacht. Das war bogisch, der versucht, meine Fans abzuwerben. Das war bogisch, der versucht, meine Fans abzuwerben. Frechelt. So, 23 Jahre. Jack schreibt eine Party ohne uns. Wenn das so wahr ist, dann sind das wohl die Mieten. Genau. Das stimmt, Jack. Jack, Daumen nach oben, mein Bruder. Ne, keine geile Party, dann glaube ich nicht. Was machen die so nicht? Ist schon Corona vorbei oder wie? Äh, für einige Menschen, ja. Typisch Passwurst. Aber die Zahlen steigen schon wieder, also. Ja, war ja klar. Schauen wir mal. Oh, das wird jetzt eng. Das wird jetzt eng. Knappe Geschichte, Freunde. Knappe Geschichte, Freunde. Äh, ich weiß nicht, was das für ein Smiley ist. Jack, ein Beutelkopf-Typ, der seine Hand im Mund hat. Okay. Keine Ahnung, was das für ein Smiley ist. Ich bin zu alt für Smiley. Oh, ich war schon mal über 17, ey. Aber Marco hat recht, in der 4. Liga kann man echt die Leute runterhandeln. Das ist schon ganz praktisch. Schön, dass der Teamgeist runtergeht, ja. Ah, endlich. Oh, oder bogisch. Sehr gut. Ne, kann ich nochmal Zweikampf machen? Er scheint. Ne, doch. Ne, der hat es halt nicht gelernt. Der hat nur woanders Fortschritt gemacht. Er hatte Zweikampf zweimal Minus, glaube ich. Und jetzt? Ah, ja. Ach so, das war woanders Fortschritt. Das war jetzt nicht. Einfach umlesen. Oh, schön. Jetzt habe ich einen 3 Sterne-Torwort. Oh, mit 17 Jahren, okay. Ja, das ist gut. Da kann ich mir ihn runterholen, ja. Ah, jetzt bin ich wieder, okay. Oh, gush, boh, gush. Ja, ich kann nur noch Weiterbildung machen. Also mehr willst du ja nicht. Verträge und Jugend bist schon durch, oder was? Ich bin durch. Jugend ist also jeder zu schlecht. Und Verträge will keiner, deswegen warte ich bis zum Winter. Kann es ja noch scouten geben. Warum? Ich habe nie ein Leben gescoutet, will ich auch. Scheiß auf Konter braucht kein Mensch, Leute. Braucht kein Mensch. Ich gehe lieber auf... Auf was gehe ich denn? Passspiel. Passspiel klingt gut. So, spätestens 2 Uhr hören wir auf, wenn es ja wirklich bleibt. Also noch 2 Stunden. Okay. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie spät es ist. Ich hasse es erst 4 Uhr oder später ins Bett zu gehen. Weil wenn ich dann aufstehe und schon Mittag, das hasse ich. Ich hasse sowas. Du nicht anscheinend. Manchmal lässt sich es halt nicht vermeiden, ne? Ne, das stimmt schon. Ach, okay. Wenn wir Spaß haben, wenn ich als zu betrunken bin, dann machen wir bis 6 Uhr. Ne, wenn du pennen gehen willst, geh pennen, alles gut. Ich bin da noch nicht müde und auch noch nicht... Wie weit sind wir denn überhaupt? Wir haben noch nicht mal die Winterpause geschafft. Ne, eben nicht. Machen wir... Okay, dann setzen wir uns mal da. Die Frist. Winterpause ist unser Mindestfrist. Ja, klingt für mich erstmal ganz gut. Aber alles ja gemacht. Das passt. Dann weiter. Noch Training schnell einstellen. Ecken passend. Pressing immer noch nicht. Was ist denn mit Pressing hier los? Hast du gelesen, wie du das machen musst mit Training? Oder machst du das jetzt spontan? Ich gucke mir nur die Balken an. Im Prinzip. Ich habe mich damit noch gar nicht auseinandergesetzt. Weil deine Form ist halt immer so hoch. Du, also bei Dynamo Dresden habe ich genug Formprobleme. Das läuft vielleicht nur jetzt gerade gut. So, fertig. Guten Morgen. Also ihr Gesicht kommt mir irgendwie bekannt vor. Da kommt mir irgendwie im Discord jemand da. Wer ist denn im Discord? Keiner, nur wir. Aber die Stimme, wenn die auf einmal auftaucht. Hast du ihn nicht gehört? Kann ich doch so einen Kaffee? Heute ist anscheinend Ausdauer gefragt. Eieieiei, da mache ich aber drei Kreuze. Den wollte sonst echt keiner. Du hörst ja auch die Stimme. Die der Pfanne, oder? Nö, nö. Ich höre es nicht, was du hörst. Ich höre nur die wunderschöne Mirko Stimme. Vielleicht musst du mal kurz die Tore absetzen. Absetzen? Wen? Ah, Lichtenberg hast du auch schon gespielt gegen die. Mh, hab ich. Mh, hab ich. Ich glaube, du hast irgendwie verloren. Das ist gar nicht. Kann sein. Und der habe ich negativ in Erinnerung. Oh, Wondolowski ist fit. Oh, 32 Fitness. Siehst du das nicht gespielt? Das hat der Fitness dazugekommen. Eine kleine Ruhe. Oh, ich habe auch überall vorm 10. Okay, dann kannst du nicht liegen am Training. Dann sehe ich erst jetzt, dass ich gut umlau... Nee, ich glaube, Form hat auch nichts mit Training zu tun. Na gut. Wondolowski, lass ich das noch auf der Bank, weil Breitfelder und Schalter sind auch ein guter Form. Gut. Du wachst, ne, nochmal zurück. Türkmann ist auch Innenverteidiger. Was soll die Scheiße? Das ist Scheiße, was du gemacht hast, Co-Trainer. Das ist dumm. Ja, du hast halt den guten. Du hast ja auch niemanden auf dem rechten Mittelfeld. Was soll denn das? Oh, Bidi mit 2,7. Super. Der ist 19, da wird auf jeden Fall gut Punkte machen. Darge. Ich werde Darge spielen lassen. Der ist schlechter. Aber Darge, ich glaube nur wegen deinem Witz, kommst du mir besser vor. Deswegen Freiberger war gut. Ja, aber Freiberger hieß wie Bier. Also, wir haben jetzt folgende Situation. Wir haben Bier gegen Witz. Schwierig. Aber es kommt auf das Bier an. Freiberger habe ich nicht gute Erinnerungen, das Bier. Aber wer hat überhaupt die beste Strategie? Ich sag mal so, Freiberger ist ein gutes Mittelbier. Das ist kein Premiumbier. Das ist kein Premiumbier. Aber wenn wir ihn gratis Freiberger gibt, dann sauf ich das. Ich würde es auf ein Niveau stellen wie Oettinger. Zum Beispiel. Und Oettinger ist nicht gut. Oettinger ist doch ein Billigbier. Ja eben. Das Freiberger habe ich so in Erinnerung. Ich habe das noch einmal getrunken. So, der hat drei Tore gemacht. Freiberger. Und wie viel? Hä? Aber Charlie Sheen trinkt Freiberger. Du kannst es so nicht trinken. Freiberger. Radeberger trinkt er doch. Das ist ja noch schlimmer als Oettinger. Oh Gott. Premium. Hey. Radeberger ist Premium. Ja, aber ich habe Radeberg mal getrunken und nach zwei Bieren gekotzt. Ja. Aber... Okay. Freibier ist viel. Okay. Ja, gut. Dann ist das... Freibier ist viel, ja. Ich meine... Freibier ist schon kotzen? Okay. Aber Rade... Ja, Radeberger ist... Nee, es hat einfach... Es hat mir einfach... Es hat mir einfach überhaupt nicht geschmeckt. Na gut, dann tun wir Darts rein. Dann der Witz, ne? Wenn du... Ach nee, Radeberger hast du beleidigt zu... Freiberger war gut. Genau. Ich glaube, ich finde Freiberger ist ein gutes Sächsisches Bier. Dann gucken wir mal, ob Freiberger ein gutes Bier war. Das entscheidet dich in diesem Spiel. Aber Darts ist natürlich trotzdem gut, also... Ich gebe mal Prämie für... Guck mal... 596 Euro kriegt jeder. Ich weiß nicht warum, aber mal. Die Musik ist geil. Guck mal, diese Musik zum Beispiel gibt dir ein bisschen Hoffnung und die sagt... Komm, mach mal dein Team zusammen. Vertrau auf dein Team und dann gewinnst du vielleicht. Das ist die Art von Musik. Ich spiele jetzt gegen den Letzten. Also wir schauen mal. Ja. Ich habe kein gutes Gefühl. Ich verliere gefühlt immer gegen den Letzten. Aber vielleicht bist du anders. Ich weiß es nicht. Wir fangen mal neutral an. Ja, Decken macht hier keinen Sinn. Wir können Lukas Feeling zerstören. Unsere Fitness ist auch nicht so gut, wie ich es gerne hätte. Ich glaube wir machen hier keine Ansprache, ne. Ne, ich glaube nicht. So wichtig ist uns das Spiel auch gar nicht. Wir sind über Planen. Wir haben keinen Stress. Achter, das ist ja hervorragend. Das ist ja richtig genial eigentlich. Ich muss ja nur Klasse halten. Ich weiß nicht. Ich hasse die. Ich weiß aber nicht warum. Kurt. 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 Nein, Kontern die auch noch. Nein, wo ist das? Logisch. Wie Kontern. Ne, Lichtenberg darf nicht. Oh gut, haben wir uns. Halberstadt, das bist du, habe ich gehört. Das ist diese hässliche Ossi wieder. Und es hat wieder überhaupt nicht funktioniert. Luckenwald hat hohe Ambition anscheinend. Ich kenne jetzt Freiberger, der hat immer gute Freispürze geschossen, oder? Oh ja, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Boah. Boah. Schöner für dich. Oh nein. Freiberger. Kurt. Obbidi. Freifelder. Grimm. Du Bruder Grimm. Du Bruder Grimm. Dein Märchen sind scheiße. Ja. Ah, gut gemacht von Ambrosius. Schon wieder Freischlöp. Bickel. Bickel macht gute Freischlöpfe. Besser als Freiberger. Bickel. Oh, Knapp. 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 Auch Bickel. Kurt. 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 Ohne Lippen, ohne Brot. Hier kommt Kurt. Ohne Helm und ohne Brot. An die Schaller sogar. Schaller. 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 Seher. Schaller. Ohne Helmne. Schaller. Schaller. Ohne Wichte. Ohne Wimmerweiler. Oh Gott, gegen den letzten, hier kank ich ganz schön ab. Okan Kurt, der Torsche ist. Freiberger aufgelenkt. Ist dein Bruder Schaller? Schaller, Bild Schaller. Freiberger, jetzt! Fikator! Noch mal ne Chance. Türkmen auf Bili, Kurt, Breiti Breitfelder, Schaller. Schaller, Bild Schaller. Noch mal ne Chance. Gering auf Hoheneder, Hoheneder. Nächsten. Natürlich, nach 17 Chancen kamen die noch eine Chance. Ganz knapp vorbei. Okay, ja, offensiv gut in Form. Lieste man wie Analyse. Freiberger ist nicht so gut. Das Bier ist nicht so gut, wie gedacht. Aber es geht einfach weg. Dann holt Darts schreiben. Wir könnten ja mal nach der, nach dem Spiel gucken, was für nur Darts scheint. Ja, genau. Und deswegen spielt jetzt Darts die zweite Hälfte. Türkmen. Waren anscheinend... Oh, was hab ich jetzt mal? Ich hab nur geklickt. Also, ich scheiße. Hat schon was gewechselt. Ich hab nen Namen gesehen. Ähm, dann wechsel ich mal Türkmen aus. Für Widowitsch hat einmal ein Tor gemacht. Das fand ich sehr beeindruckend. Dann kommt er jetzt rein. Und das lass ich jetzt dabei. Gefühlt ist deine Bank stärker als mein Team. Was soll das denn? Ja, das ist halt Chemnitz. Wir sind der Absteiger aus der dritten Liga. Und du bist aufsteiger in die Vierter. Das ist halt der große Besatz. So ansprachen darf ich's nicht machen. Gerald, bitte. Darts, Grimm, Bigger. Ogbidi. Kurt. Schaller. Ecke. Jack. George. Scheiße. Oh, Elfmeter. Die haben verloren. Was? Ob die gewonnen hätten. Hä? Ist aber kein Elfmeter. Warte doch, jetzt kommt Elfmeter. Komisch. Das war... Oh, fuck. Ambrosius. Hier war's. Oh. Jaaaa. Cool. Oh, kein Kurt. Again. Breitig. Breitig. Elfmeter. Schaller. Die. Die. Die zweite Elfmeter, die nicht raus. Ne. Oh. Die. 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 Gut gemacht. Schaller. Hey, Schaller. Schaller. Hey, Schaller. Brombo. Hä? Charla. Händen wohl, oder? Ja. Die. 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 Das du. Das ist. Ne. Nein. Nein! ich hab's ja schon mal gesagt die heber gegen gefühlt in einer reihe und das kotzt mich an also das geht nur dir so so ich bin alleine heute habe ich zwei heber von mir vorbei gesehen war ja du warst das bessere team ja sei dumm was passiert ach so die kack maus alter ich fick mir ins knie was soll denn das so die arschgeigen er dribbelt wie ein wichser der kleine der co-trainer hat den vorschlag gemacht ich ignoriere das scheiß vorschläge gesagt felix schimmel für schala schimmel ist rechter fett außenverteidiger das ist ja bescheuert sei aber ich wechsle ich schon noch mal die wechsel schimpfen gestern idee ein gewollt ist ja aber los gewollt ich ja auch noch schwarzen lassen für schalat den mache ich das ich würde 3 1 jetzt nicht allzu übel ausgehen hoffe ich zumindest mal gucken wo wirst du da ist schon mal ein angriff aber jetzt wickel auf sickert auf hohen ära was macht ihr mal jassen noch mal okay jetzt los noch mal okay jetzt los ach schade da wären sieg drin gewesen ja eigentlich schon aber immerhin nicht verlor guck mal du bist immer noch achter das ist ja eigentlich der hammer wird noch aber ist alles sehr eng guck mal da unten vor drei punkte unterschied zu sichten könnte eng werden aber ich glaube du hast das momentum bei dir dein team ist sehr gut so optik gerade noch gegen das auch schon mal ein spiel gegen chemnitz und ich bin erster das ist team shadow der das team ruiniert genau der hat zehn spieltage dort gemacht hat hat sich verpisst ich habe vorhin schon mal nachgeguckt als du weg warst bei interessenten da hatte ich auch schon so sieben sterne teams drin aber kann ja sein kann man es gibt ja immer beispiele wie zum beispiel bochum wo hat der an trainer groß in art allein kennst du wahrscheinlich weil ich in der szene wissen die idee kenne ich gar nicht der war sport von lotte hat er ja hochgearbeitet in der dritte liga und dann holt man halt diese trainer man holt diese talentierten trainer und das machen auch zweitliga team zum beispiel oder hannover hat ja auch so ein drittliga trainer geholt von dem man angeblich viele hälfte das habe ich dem ausberührt aber ich bin der viertliga trainer so wir haben dann eigentlich bald wieder genug jemanden zu holen aber machen wir es noch nicht wer hat denn noch mal ein angebot oder auch sport will mich okay das ist das ist hoch okay aber gut es sind nur interessenten aber ja aber deine leistung war ja auch nicht schlecht du bist als aufsteiger der mix hat kein jugendinternat macht nichts dann kann man vielleicht ins auge gestoßen vielleicht auch schön gesagt so so schauen wir mal dich würde ich gern du willst man nicht ich würde ich gern du willst man nicht so dich würde ich auch gerne ja von mir aus so bisschen fitness muss sein beim pressing wird beim pressing wird echt nicht schneller besser wie ich es gern hätte so die verholung absetzvolle aktive erholung muss ich auch sagen das fand ich ein bisschen enttäuscht als gerard köhler bei wo er den wohl war und der wollte ja den trainingstipps haben ich hatte das gefühl gerett wirst du selber nicht was jetzt wirklich gut ist oder nicht er sagt mach einfach was du denkst das stimmt ja aber das würde ich halt als entwickler ähnlich machen ehrlich gesagt als ich weiß dass es nicht so geil ist also dass man lieber irgendwas gehört da aber das mysterium macht es interessanter dass die spiele halt probieren und gucken was genau selber die erfahrung weil das finde ich auch eigentlich genau wenn ich jetzt als entwickler dahin gehe als als programmierer und sage mach das ja das ist das beste was gibt irgendwie langweilig ne stimmt aber ja klar im prinzip hatte ich auch das gefühl dass er ein bisschen verpeilt war das stimmt schon das sehe ich auch so ich bin stell dir vor ich als simbo programmierer wäre angekommen und hätte gesagt spielt mal alle die strategie die ist die beste mach nur brechstange die rechtliche taktik brechstange ist am stärksten das wäre völlig sinnlos gewesen das hätte ja alles ruiniert im prinzip und eigentlich kommt es ja auch das team auch an wie ist das team eingestellt also korrekt das kommt das team an das stimmt das sehe ich auch so ja in diesem 19er kurzpunkt ist echt so schlecht ja ist krass ne was sie hier verloren haben aber wie ich mich kenne werde ich nicht dagegen gewinnen also mal gucken das heißt nur du kämpfst ja eigentlich gegen den abstieg du bist zwar achter aber eigentlich ist ein punkt gewinnen gegen die unteren teams gut eigentlich ne eigentlich genau unentschieden ist gut ne ich bin doch mit dem unentschieden gegen korpus zufrieden so das ist krass ich hab ich hab nix irgendwo mehr als instern ich glaube ich hole mir die gog edition weil ich noch nie im leben anstoß 1 gespielt habe und wenn es auf windows klappt dann bin ich glaube ich richtig glücklich das mal zu spielen einfach nur zu sehen wie der spiele damals war oder anschluss 2 gold ja ich bleib okay wir haben wieder punkt bei taktik dazubekommen das ist schon mal interessant dann brutteln wir auch mal was rein du bist dran optik gerade noch das schädelteam ich bin schädel ich bin schädel ja der war noch zwischendurch in der englisch dritten liga aber ja außerdem war er nie bei manchester united sondern bei man city ja ich hab's übertrieben auch hier mensch das was hätte ich dann noch schlimmer jedenfalls ich ja im prinzip im prinzip gebe ich dir recht ich glaube ich habe mich mit marco gestritten dass das nicht realistisch ist dass man so viel geld hat das ist ein liga und da wollte das nicht einsehen oder so ich glaube jetzt mit den neuen patches ist das gar nicht das geht das ist doch perfekt das ist doch eigentlich perfekt du musst spieler verkaufen damit du geld hast perfekt freiberger das ist das gute bier deswegen spieler nicht gehen oh guck mal deine motivation und dein künstlerindex ist gerade nach oben gegangen von freiberger oder insgesamt ja hast du nicht gesehen guckst du dir deine balken nicht an oder was ne ich guck mal nochmal da und dann guck mal nach unten da sag ich nicht okay wo ist der nochmal wo ist der oder ne ne da freiwillig so künstlerindex geht hoch ja perfekt kann ja nichts mehr schief gehen ich werde trotzdem eine ansprache machen und zwar werde ich sagen wir sind unangenehm wir haben nichts noch verlernt wir haben nichts noch verlernt kann ja nochmal so nein nicht optikrate noch wehe bitte bitte nicht die sind 10. und haben zwei spiele in folge gewonnen ne guck mal gute spiele aufbauen Freiberger! Lächerlich! Was ist denn los? Steht überall nach 0-0! Das ist ja echt C! Das ist alles C! Dann kommen wir in der 4. Liga, bogus! Das ist kein gutes Spiel, Leute! Aber du bist erstmal dran! Und du bist dran! Okay! Wondolowski, was soll ich von dir halten? Anscheinend viele, weil ich keinen auf der Bank habe, der annähernd an dich rankommt. Was ist denn mit dem linken Mittelfeldspieler? Der Freiberger hat immer noch 4,0! Der hat erstmal 4,5 gehabt! Ja, der hat sich verbessert! Ja, toll! Aber Darge, die kann sich trotzdem spielen! Und das war's! Doch Darge reicht! Okay, halber statt! Ja, sehr schön! Schöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Gah, schön. Sehr schön. Scheiß auf Shadow. Wondolowski zurück auf Wickel. Und Wickel auf Breitief. Breitfellet Lange von Korn, oder? Sehr gut. Chemnitz. Das bin ich. Oh. Toll. Das ist ein guter Freistoß. Super Freistoß. Da, da, da. Da, da, da... Richter Kan behö MBA. Vielen Dank. Bickel, Knechtel, Hoheneder, Oh, das habe ich bei dir aus Versehen auswechseln gemacht, dann wächst es aber halt nochmal aus. Ich habe halt keinen Lach, ich habe so gut wie keine Position doppelt, das ist lächerlich. Ja, ja, das ist auch bei mir ein Problem. Wow, alle gut. Oh, Knechtel hat eine scheiß Note. Knechtel, dann gucke ich mal auf Bidi wieder rein. Boah, sonst haben alle gute Noten, das wäre super. Das ist so super, dass ich denke, dass ich nicht verlieren kann. Oder? Nein, nicht ob... Ich habe es gewusst. Eine Chance, ob sie geraten oder... Nein, 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 ich weiß es, nein. Nein, nein, wird nichts, keine Sorge. Okay, zähl, ich schliess schon doch so. Ah, da hast du noch, noch schon. Ja, mach mal, ich habe noch einen Satz. Ach, nochmal. Mann. Das ist so scheiße. Karl Marx. Ach, Karl Marx, ey. Acht Kilometer daneben. Der Dickel ist übermotiviert, glaube ich. Das ist schon wieder so ein scheiß Schuss. Dickel. Nicht schön, aber in den 19 auch noch. Das ist bitter. Oh, Ratschenau ist auch noch am Besuch. Aha, vielleicht ist gut. Nein, ich will nicht, dass wir noch eine Chance haben. Leute, bitte. Ach, halt die Fresse. Halt die Fresse. Arschloch. Ist schon ein Witz. Ah, ich habe noch eine Chance. Abseits. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Auf flut ist scheiße. Lief für uns beide nicht gut. Aber unser Polster ist, glaube ich, gut. Guck mal, du wirst immer noch immer ein Elfter. Ja. Ich bin immer noch ein Erster sogar. Okay. Guck mal, die traurige Musik habe ich heute noch gar nicht gehört. Ich habe die traurige Musik, weil ich verloren habe. Und läuft für uns beide doch richtig gut einfach, ne? Ja, ich beschwere mich nicht. Ist halt nervig, ne? Aber gut. Schöne Cowboy-Mut-Hermonica-Musik für deine Steigerung. Zwei Sterne bringen wir gar nicht. Jetzt bin ich gegen Tele-Berlin drin. Okay. Okay. Und traurig. Aber das ist überhaupt nicht traurig. Ich bin Erster, du bist Mittelfeld. Das ist super. Ich bin die Musik. Aber warum wird traurige Musik gespielt? Das macht keinen Sinn. Aber wir haben beide versagt, ja. Boah, geht. Boah, geht. So, du bist dann. Geh ich mal schnell Pirin, ne? Mit dem Großel. Auf. So traurig. So traurig. So fucking traurig. Die Transferliste hat man nicht offen. Dann kann ich ja mal weiter Verträge. So, mal schauen. Super sieht's nicht aus. Super sieht's nicht aus. Vier Liga, fünf unentschieden, vier Niederlagen. Hm. Dann haben wir den 3er Topos. David. They for me. They for you. He says... What? Maybe. They for me. Ein Big in Japan, tonight! Big in Japan, tonight! Ach du bist immer noch dran, gut. Ui, hohes Transfer, bitte. Relativ hohes. Genau. So. Das ist ja auch eine gute Musik, habe ich auch noch nie gehört. Das ist so eine Underground. 80er. Gefällt mir auch. Nachdenkliche 80er Musik. Alter, wenn mich die Maus jetzt nochmal fickt, dann rastet sich aus. Meine Windows-Taste, warum sagst du das nicht? Du siehst es doch, hoffentlich. Ja, aber ich denke nicht daran, dass ich dann die Taste drücken muss. Okay. Ich habe ja die Pospospospalker, die tun nur was die wollen. Du machst dich einfach zu sehr abhängig von anderen. Ne, das ist halt das Problem, weil ich habe Spaß, ich habe richtig Spaß an dem Hotseat-Modus, hätte ich nie gedacht. Mit dir zusammen. Dass das so gut läuft. Und keiner guckt... Was hast du denn gedacht? Was hast du denn gedacht? Oder dass so dieses Timer, dieser Timer uns nervt oder so. Das könnte wirklich sein. Aber es ist ja flüssig, es läuft rund. Und man hat Spaß, hätte ich echt nicht gedacht. Gut, dass ich so ein Hammer-PC habe. Kann dran liegen, ne? Hätte du das bei dir gespielt, da wäre jetzt Polen offen im wahrsten Sinne. Polen wäre ja... Polen ist immer offen. Bospospospalker, ihr enttäuscht mich, aber ihr enttäuscht mich seit 15 Jahren schon. Also das ist mir scheiße. So. Mitarbeiter suchen. Welche Positionen? Athletiktrainer, da holen wir auf jeden Fall den Besten. Stefan Graz hat 3 Flies, aber Luca Rüther hat 4 Flies. Hülter ist ja, hau ich dir jemanden. Hülter ist ja. Hülter ist ja, wie immer. Ja, das ist ja, wie immer. Bähig, ja ich bin doch der Tag, das ist ja. Das war, wie immer. Wir sind ja sowas ja. Wirown die Leute, die Leute haben ja auch gelegentlich! Ja, wir haben ja noch ein paar Sachen gelegtes, Aber ich werde mich immer wieder hier. Und wir haben ja noch mal, wir haben ja noch mal. Ich glaube es ja noch mal. Ich denke, wir haben ja auch schon, dass wir immer noch nicht. Mal ja, wir bin ja noch mal, da ist ja auch da. Man hofft, dass sie in Zukunft auf das Mal vorbeikommen. Tennis, Borussia, Berlin. Wer ist Ufer Bank, der Potenzial hat? Ich habe Freiberger so oft Chorons mehr gegeben, den gebe ich noch. Wunderschön. Wenn du immer vom Bier schwärmst. Lass hier so Schimmel. Das ist ein solides Mittelklasse-Bier. Das ist jetzt kein Premium-Bier. Du hast, glaube ich, zu wenig Bier anscheinend getrunken. Weil Freiberger war für mich echt wie Oettinger. Oder ich war nicht offen genug. Man muss dazu sagen, ich bin jetzt auch kein Bierfachmann. Ich trinke eher Schnäpse. Jo, okay. Ah, hier. Nach der letzten miserablen Vorstellung erwarte ich eine Reaktion. Dann werde ich bestimmt auch gewinnen. Oh, gegen Hertha 2. Wie lange ist er denn noch verletzt? Oh, nur 19 Tage leckt mich am Arsch. Viel zu lang. Im Ruhrgebiet sagt man Lecomio. Ja. Oder sagt man das auch auf euch? Ja. In Italien auch. Ja, das gefällt mir überhaupt nicht. Das ist so ein Hertha 2. Gut können die sein. Können so gut sein. Die sind die besten Spieler auf dich. Guck mal, wir haben den Palko Dardai, der in der ersten Mannschaft sogar hat. Ein paar Mal spielen. Das ist dreist. Das ist dreist, was Hertha 2 läuft. Das ist wirklich echt dreist. Bonus-Spiel. Oh, die sind 4. Okay. Komm, besieg die, damit die nicht an meinen Rücken heranrufen. So, Tim ist Borussia. Wer, Leute. Wer? Ich will nicht die liebige Schilfacher fallen. Da. Okay. Kurt? Pickel? Pickel! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das ist alles, was zu sagen. Aha. Geht es schon? MEIN! Ah, Chemnitz. Die weltberühmte Karl-Marx-Stadt. Schimmel. Böret. WAND-O-LOCK-S-KI! WAND-O-LOCK-S-KI! Oh nee, kommt da aber. Chemnitz, das bin ich. Bereit die Breitfelder. Endlich hat er wieder in vorne. Läuft gut. Die Moodelböde und was? Was passiert? Bereit die. Bereit die, ja. Bereit die. Iiii. Ich gehe wieder in der Vorte. Ich gehe wieder in die Welt. Läuft gut. Läuft gut. Läuft gut. Ents? Äh! Ents? Ents. Ents! Ö. Ents! 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 Ich hab's doch gewusst, ich hab's gewusst, mach nur noch einen Scheiß verficktes Misstor. Schimmel, du kannst nichts, du musst raus für Okbidi. Der linke Mittelfeldspieler Freiberger. Guck mal, der verbessert sich immer um 0,5. 4,5, dann 4. Nee, der wird immer besser. Der wird immer besser, deswegen lass ich den nochmal spielen. Wondolowski, du hast das Tor gemacht. Deswegen bleibst du noch auf dem Feld, weil ich keinen guten Ersatzspieler hab. Der Brennfeld hat das andere Tor gemacht. Gut, lass ich so spielen. Aber du hältst dich wacker gegen Hertha. Das ist auch gut. Diesen 4. Muss man auch. Darf man nicht unterschätzen. Oh Jesus ey, Plattenkreuz. Oh Jesus ey, Plattenkreuz. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Hört auf, bitte. Hört mit dem Scheiß auf. Nicht Oschmann. Du verfickter Hohre. Du wütter Wichser. Kackdreck. Kackdreck. Arthur, du hast das gemacht. Hä? Hast du für mich geklickt oder was? Hast du für mich geklickt? Habe ich mir wahrscheinlich falsch geklickt? Oder willst du was waren? Welche Minute sind wir denn gerade? 56? 56? Nee, da noch nicht. Gut, dann ich wollte nur hier das machen. Okay, ey. Komm. Bereitfell. Oh mein Ohrstöpsel. Bereitfeller. Alles gut. Jawoll. Nochmal Angriff. Endlich. Endlich habt ihr es begriffen, dass ihr mit dem Scheiß aufhören sollt. Wondolowski. Willst du den haben? 500.000? Nochmal. Oh, jetzt läufts. Also die haben sich wieder aufgerascht. Das ist gut. Oh, jetzt läufts. Oh, jetzt läufts. Bickel. Sauber. Bickel. 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 So. Achso. Nee, du bist das. Entschuldigung. people. Ne Ice. I wo han. Abey hat man sich. too. Empt sł��i. Gib mit 말씀. Servgon übernît. moves. Also nic. Och mir stehen. Esther. Despre spüren muss. Das Ei receiver hat größer. Nee, du bist. Vielen Dank. Wir können nach Hause fahren. Wir können nach Hause fahren. Was? Die rote? Das ist ja fit, der Bastard. Wer war mein Stürmer? Die rote bekommt. Breitfelder! Der Torschützenkönig. Das geht nicht. Dann tue ich mal Rocha rein. Okay. Es sieht seltsam aus, wenn ich jetzt das Mittelfeld aufreiße. Aber es macht Sinn. Ich kann es mir nicht erklären, aber wenn ich gewinne, macht es am Ende Sinn. Du spießt ja in die Überzahl. Jetzt nicht mehr. Links. Freiberger kann sich jetzt ausruhen. Es kommt Darch rein. Den wechsel ich echt nur ein wenig gewitz. Ich glaube, ich. Virovic kommt rein für Rohen Eder. Wieso ist Eder der der besten Spieler? Passt schon. Boah, wenn ich das noch verkacke, dann gute Nacht. Aber da kann ich nicht. Guck mal, ich habe eine Chance. Und doch nicht. Ich konnte. Genau, konnte. Konnte. Achso, Jack sagt gute Nacht und noch viel Spaß euch. Ja, gute Nacht, Jack. Danke, dass du da warst. Gute Nacht, Jack. Schlaf gut. Och, bidi, och, bidi. Es ist so, doch. Och, bidi. Türkei. Ja, ich bin abgehärtet. Sehr gut. Darch. Abseits, wie du willst. Wenn du wieder wirst, wie du willst. Wasch. Wasch. Ja, jetzt ist es auch egal. Ja, egal. Geil, 6, 2. Immerhin hast du 0, 0. Ist ja super gesündet. Ich bin mir auch persönlich, ja. Ja, im Mittelfeld ist ja super. Und ich bin erst da mit 2.0 Sprung davor. Hier wird vorschlagen, wir machen auf jeden Fall die Hinrunde zu Ende. Ja, okay. Und dann bin ich nämlich auch zu voll, aber ist auf jeden Fall noch genug Zeit. So, Breitfäller 2 Spiele Sperre, da will ich auf jeden Fall gegen reiten. Gut. Einspülen nur noch. 6 Tage bis zum Derby gegen Carl Zeiss Jena. Okay, das kann gefährlich werden. Oh, ich habe meine Deutschlandkenntnisse auch ausgebaut. Gut. Und der 15-jährige Finn Heidler ist Stärke 3. Ich nicht. Oh, Jena ist Zweiter. Das ist ein Derby, ey. Das ist ein Ultra-Derby. Da muss ich auch meine volle... Das ist echt Hammer-Spiel, ja. Geh ich mal zur Weiterbildung lieber. Ja, klar, du brauchst Reaktionspunkte. Jo, ich bin auch gar nicht der Bezweid, was er längst geschafft, ey. Aber ich bin immer noch dran, im Moment. So. Babelsberg Fun Fact. Babelsberg war mal 2. Liga, wo Bochum auch 2. Liga war. Und da hat Thomas Christiansen das Tor des Jahres geschossen mit dem Farozean in Babelsberg. Kann ich mich heute noch dran erinnern. Mut ab. Danke, Thomas Christian. So, langsam löst sich mein Problem. Der will noch nicht. Machen wir mal ein Gespräch mit dem. Aber will er auch nicht. Okay. Den werden wir mal besuchen. Den auch. Auch ein lustiges, rockiges Lied. Mit Charakter. Gerard, du kannst gut komponieren. Was bleibt? Ja, das war auf jeden Fall Gerard. Mit der Gitarre. Hey, hallo. Die epische Mittelaltermusik. Weiter geht's. Du, wie ein Babelsberg und ich bin, das große Karl Zeissberg von Karl Zeissberg. Spieler, ich hab gar keinen Spieler, schläg, schlecht gemacht. Ach, du hast bis zu wieder mit der Anzeigen. Okay. Ja, das ist verbockt. Gerard, wenn du zuguckst, behebt das mal bitte. Aber Gerard, ansonsten lieben wir dich. Ja, auf jeden Fall. Wir lieben dich, sowas von. Und wenn das dann der Firma was wird, ich bin für Gehaltsverhandlungen immer offen. Lass ihn aber nie Konter einbauen. Er machte nur Faxen. Wieso Konter? War ein CT-Germitz. Ich weiß, aber da gäbe es gar keinen Konter, oder? Haben wir doch geklärt. Du hast einfach nur den Code kopiert und das war nur die Hauptsache. Das sollte so sein. Und du wusstest gar nicht mehr selber, ob du das kopiert hast oder nicht. Genau, ich hab's vergessen, aber es hat ja trotzdem eine Rolle gespielt. Ja, genau, aber Nice dachte, du hast einfach nur nichts gemacht. Weil er mich gefragt hat und ich mich nicht gerade erinnern konnte, dann habe ich halt gesagt, ich erinnere mich nicht, es spielt keine Rolle. Ja, aber in Bad hat du den Code kopiert. Deswegen ist es trotzdem richtig gemacht worden, wie ich es wollte. Genau, genau, genau. Hast du recht. Auch wenn es nicht wahr ist, sag mir das wohl so, weil sonst ist nur Stassenzittigen. Achso, was bin ich? Ich lüge ja nicht. Wir haben es ja getestet. Ja, genau. Wir haben nach deinem großen, nach deinem epischen Ausraster haben wir es ja getestet. Ja. Weil das wäre aber nicht mehr wahr, jetzt, dass du gemacht hast. Ja, weil ich nicht mehr wusste, genau. Stimmt. Aber es kann auch nicht normal sein, dass jeder oder praktisch jeder die Form 10 hat. Hat Gerhard da zu so gutherzig hier das gemacht mit der Form? Das kann gar nicht sein. Also mein Torwart hat Form 8. Ach, ich habe in der... Mein linker Außensturm hat Form 9. In der ersten Liga spiele ich mit Borum mit Form 2 oder 3 und bin trotzdem gut. Kann ja auch nicht sein. Ich nicht. Also mir schadet das. Aber ich glaube, du bist einfach gepowered. Ja, ich habe auch... Bundesliga ist halt so, die haben nicht so starke Spieler. In der Champions League macht das viel aus. Das schon. So, meine Fitness erholt sich. Das ist schon mal gut. Oh, oh, der Erste gegen den Zweiten. Okay, jetzt bin ich dann. Grimm im Sturm. Was hast du genau da gemacht? Co-Trainer, du Arsch. So, Schallah-Hitschallah auf jeden Fall. Und Wonder Woman Lofsky. Knechtel, nee. Der war so schlecht, dass ich auf jeden Fall... Oh, Bidin. Der Torschützenkönig. Ach stimmt, wo ist er denn im Moment? Wo ist der Torschützenkönig? Der ist verletzt. Nee, rot hat der Breitfelder. Genau. Scheiße, nicht gut. Das ist nicht der gute Schimmel. Mach ich auf jeden Fall recht der Mittelfeld. Freiberger ist das Bier, der verbessert sich immer. Der kriegt die Gleichnote 3,0 oder so. Und dann die Prämie. Ich mach auf jeden Fall gleich die Prämie hoch. So. Prämie... Wow. So kann man die Prämie machen? Okay, mach ich auf jeden Fall. Maximum. Das ist ja 6 Punkte Spiel on Mars. Eure Eltern werden stolz auf euch sein. Das ist ein wichtiges Spiel. Ich muss es so machen. So. Hat schon Macht? Alles bei dir? Okay. Ja. 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 Ja, passt der zurück? Aus der sich? Boah, das ist ein Lotto von der sich? Boah! Konter. Nein! Aus der sich? Nein! Vergib. Vergib. Gobenbusch. Noch mal Konter. Noch mal Konter. Konter! Gut. Konter! Noch mal Konter? Nein! Hm. Okay. Becker. Schaller hit schaller. Wondo. Der kann nix. Rundelosten kann nix. Ein Tor nur. Kommt bei Habelsberg. Klärt souverän gut. Oh! Konter! Konter! Oh! Kein Kurt! Jetzt komm! Beide Müll. Unglaublich. Hm? Bist du noch da? Hallo? Hallihallo? Hallihallo? Hallihallo! Oh, ja, brauche ich ja nix machen. Ich bin nur schnell pissen gegangen. Aber in Twitch bist du noch da? Das sieht man gestoppt oder die? Äh, nö. Habe ich. Sieht man mich nicht. Die sieht man aber nur gestoppt, dass du noch da sitzt. Muss ich mal gucken. Äh? Ist aber lustig. Wenn das dann Standbild war für die letzten vier Stunden. Und ich das nicht bemerkt hab. das wäre witzig so. Hä? Was? Wirklich? Warte mal, ich guck mal, das ist gut. Wieso? Hä? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß ja. Ja, ich weiß. Ich weiß nicht. Was ist denn jetzt los? Warte mal. Ich glaube, auf dem Handy ist es abgestürzt. Okay. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Siehst du mich? Nur grün und es lädt noch mal kurz. Doch, jetzt bist du wieder da. Man, das ist klar. Was zur Hölle? Die Nachricht von Check, das der Werbung gemacht hat, hat nur eine Person gelesen. Also alle sind beschäftigt außer eine Person. Und die eine Person erwartet man im Chat. Und es ist, warte mal. Shadow. Nein, die erwartet man nicht im Chat. Sondern Margin Brolli. Das stimmt. Dann muss es Margin sein. Margin, ja. Was ist das für eine Hanse-Wurst? Was macht ihr sonst? Du bist dran übrigens. Achso, ich bin dran. 0-0. Okay. Gegen Karts-Size. Okay. Alle, außer Schimmeln. Da müssen die Leute halt auf YouTube gucken. Margin, ich bin sowas von enttäuscht von dir. Und das, obwohl vielleicht nächste Woche schon die Elder Scrolls klartig wird. Wir haben ja, wir haben ja, wir, wir haben ja uns wirklich. Ja, das freut mich auf jeden Fall, weil ich hab, ich hab mal Spaß, du, anstatt auch. Oh. Elfmeter, 1-0, ne? Wie viel Elfmeter du immer kriegst du? Einige. Ich glaub nur drei. Und den einen hab ich vermasselt. Ja. Ja. Ihr Wingsler. Oh, nochmal Elfmeter. Okay. Ich möchte recht. Geht's auf die Witte. Ja, auf die Witte. Challah. Hey, Challah. Nochmal. Angriff. Geil. Oh, jetzt hab ich meinen Jim Bär. Das wäre ich unglaublich. Okay. Ja, deshalb war ich ja einkaufen gerade. Normalerweise kann ich schon. Ich hab ja nicht mehr auf die Witte mehr. Ich hab ja nicht mehr. Ich hab' ja nicht mehr. Ach, ehrlich. Ah, okay. Ah, schade. Ah, schade. Sooo. Er hat scheiße gespielt. Du hast Scheiße gespielt. Du hast Scheiße gespielt. Hat dann Vatikan jemals überhaupt ein richtiges offizielles Saisortor gemacht oder nur ein Pokal? Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Das enttäuscht mich, der haut immer die Dinger über das Tor, habe ich das Gefühl. Seit Hannover. Kann gut sein, ja. Ja, weiter. T'chala. Oh, nö, da. Ja! Nein, nicht Carl Sais. Carl fucking Sais rät auf mit dem Mess. Das ist nur die Witzung. Was? Hab ich noch ne Aktion? Wann du los geht, du kannst nichts, du Arsch. Du musst raus. Du bist jetzt raus. Kommt du Rosha rein. Du kannst nichts. Du siehst ein, du kannst das nicht. Und der hat noch Power Schala. Oder? Tue ich mal Keller rein für Schala. Und Bickel und Keller sind offensiv. So. Perfekt. Oh, das ist glaube ich nicht gut, was ich mache. Und Darch. Freiberger, welche Note? 4,5. Der ist nicht gut. Darch rein. So. Kann ich noch einen wechseln? Widowitsch für Zicker, weil er gelb hat. So. Perfekt. Und jetzt strengt euch an, ihr miesen Affe. Ich hab den drin gesehen. Ich hab den drin gesehen. Gott, der Select. Noch mal. Gott. Und wieder heim. Wie oft denn noch? Wie oft? Eh! Bestimmt, doch mal Ptonpfosten, oder? Jawoll Dich! Rorschach oder wie die Fans ihn saniert, einen Rorschach? von watchman hast du schon geguckt ja logisch hat mir auch sehr gut gefall ich habe 20 tore mehr als der zweite das ist geil ja du hast mehr als ich auf jeden fall das ist der hammer das ist viel das ist viel aber du hast ja durch den torschützenkönig und er hat nur noch skills verloren was soll das denn meine fresse ich würde lieber die schwäche ausbrechen ja 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 bei alten leuten ist ja eigentlich schon paraden klingt doch gut jawohl immer noch zu schlecht auch so ich sag mal so bogus wir haben auf dem höchsten schwierigkeitsgrad beide unsere saisonziele übertroffen aber überrascht mich eigentlich gar nicht wirklich weil ich weiß was ich kann du was wahrscheinlich auch was du kannst ja aber ich wusste ja nicht wie es heute läuft das spiel ist ja zum ersten mal ich war mir gar nicht so sicher ob es heute so angenehm wird ehrlich gesagt vor allem als du dein team ausgewählt hast dann dachte ich mir für dich das könnte übel ausgehen also mit chemnitz also ich habe ja eine gute basis also das kann ja nicht schief laufen auch wenn die aber hast du dir die basis vor so genau angekommen oder hast du einfach herausgefunden dass ich weiß dass chemnitz halt ein großer club ist aber ansonsten nicht davon das stimmt das ist ein argument nötig lass ich weg du bist mir egal aber mich stört bisschen das ist anscheinend scheißegal ist ob man spieler aus dem ausland holt bei 1 schuss 3 war das bisschen anders dass man nicht so leicht das stimmt da gab es mehr nachteile ja aber ich glaube das macht er auch noch ich denke das kommt nur noch aber ja das ist gebe ich da recht und jeder spieler hat ja eine eigene sprache die können ja sprachen man kann ja einstellen drei sprachen geht auch für die spieler und das ist da muss man mehr achten wenn zum beispiel kein spieler aus dem ausland deutsch kann und man holt nach deutschland da muss es eigentlich nachteile geben aber anscheinend jeder ausländer mann holt kein achter da gebe ich dir recht zu in zehn tagen kann ich endlich wieder normal spielen wo gegen lokal leipzig und die habe ich schon mal gespielt das ist der erste gegner gegen den du spiel muss in dem ich mal gespielt habe sonst das immer ungefähr das stimmt da ist was dran kurz die transferwerte checken ich bin so begeistert vom hot seat dass ich schon nächste woche bock habe noch mal zu spielen mit dir es gibt ja nicht im holz die zu der mir bogus ja das ist nämlich das so wir hätten glaube ich jeden schall aber trotzdem dauern wir warten wir noch mit bei den ganzen fehlern die war schon hatte bisher läuft der hot seat modus richtig gut muss ich sagen das stimmt die haben da wahrscheinlich echt was gemacht da gebe ich dir recht ich kann mich noch erinnern wie ich anschluss 3 immer probiert habe netzwerk online zu spielen hat einfach nie geklappt und das war immer eine herausforderung ja ja sehr gut es läuft so langsam läuft das meine 80 verträge habe ich auch langsam verlängert bin ich das ich habe ein zeichner so den kenne ich gar nicht aber es unter marktwert ist mir egal weil linker unter markt der mich auf das verletzte gepackt weil ich nicht mit außenverteidiger spiele deswegen fand ich mit dem markt geil das gibt viel geld ich will mindestens 380 ja aber willst du den unter marktwert verkaufen wirklich ich spiele die position halt nicht das ist die sache ach generell nicht oder was ich will keine außenverteidiger also habe ich das plus gemacht du bist ja was bist du für ein peter neuro ich bin guter peter neuro aber geh mal mit der zeit jungen tu ich doch mit libero ja absolut aber ich spring für dich mal rüber so sehr schön endlich endlich ich bin oh wursch endlich gratis spieler boost 17 monate nach dir tue ich das mal ne runde los geht wirklich nicht türkmann war doch jung oder warte 60% ich wüsste mich nicht schala ich mach schala ne oder warte mal schala ist auch eine gute wahl wer hat sich mal der breiten typ äh breitfelder heißt der wo ist der ah da ist er wie jung ist er denn wie alt ist er denn komm mal in der welt moment äh rechtsklick 23 23 mach ich den auf jeden fall boost auf jeden fall ja ist gute wahl sag ich mal 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 nach hab ich auch fähigkeiten gucke du hast auch einen minuspunkt stimmt fitmacher fitness ist egal lass ich erstmal minus weil irgendwie macht fitness nicht viel aus ich hab's genauso gemacht ich hab auch was anders genommen also ich hatte noch gar keinen smalltalk das sei sinnlos dann verbessere ich wahrscheinlich doch meine doch fit machen lassen für das ist okay ja macht sind so gehe ich mal zur fortbildung jawohl alsoops danach kannst du oh schön jetzt will er reden das gefällt mir sehr gut das gefällt mir immer wenn er bei dir gespielt hat immer wenn er den ball hat obwohl der ist gefährlich so wann geht das transferfenster wieder auf weselus am ersten januar kannst du schon verhandeln aber erst ab dem ersten zweiten das will ich sowieso nicht ich will mich jetzt verstärken aber das machen wir das nächste mal wir machen auf jeden fall ja außer es geht ich weiß nicht wie lange die hinrunde geht das stimmt da hast du recht ich kenne mich nicht so aus mit amateurs aber ich mache mir das werden wir jetzt sehr viele sorgen mit dem vfl bochum es gibt viele beispiele die von teams die unerwartet aufgestiegen sind nicht mithalten konnten denn abgestiegen sind und dann auch nicht mehr mitteilen konnten in der zweiten liga und da mache ich mir große sorgen weil buchum ist so ein team was wirklich aufgeschrieben das stimmt guck dir wo aachen oder kottbus mittlerweile sind oder karlislautern tut weh auf geht's das kann sein weiß nicht was du musst deine teams doch kennen die liga ist einfach zu groß kumbaya januar aber jetzt so auf dem barbo schwierigkeitsgrad fühlen sich vertragsverhandlungen gar nicht so schwer an es ist ja meinst du also die verhandlung an sich nicht aber du musst das budget halt haben ne ja das ja so in lückenweiler aber es gibt ja zwei unterschiedliche bereiche es gibt ja den bereich budget und den bereich verhandlungen das wurde auch schwer gemacht verhandlungen du hast ja du hast aber im spiel jetzt gerade mehrere bereiche habe ich nicht so genau gesehen was ist genau mussten wir mal angucken ist ganz interessant aber ja ich sag mal große deals haben wir noch nicht gemacht obwohl dein torwart war ein großer deal breitfelder der muss ja dein stärkster mann quasi wundelowski kommt auf der bank und ob die lasse ich spüren doch aber letzt wird nicht einfach beide spielen ich verstehst du wenn du doch breitfelder und wundelowski spielen aber schade ist auch gut ja aber der ist doch fast ein punkt schwächer ok manchmal wundelowski für schade ja oder ok ich kann sie nicht und schade ich guck mal die stadt ist nicht ganzen punkt und man kann man die store von schale an hier zwei tore und wundelowski gucken wir mal seine letzte wie ich das ganze nicht sagen aber viele vorlagen alle zwei folgen ok lassen wir wurden los gespielt vielleicht hast du recht ich weiß es nicht vielleicht gucken wir einfach mal gleich gucken wir einfach mal in luckenwalde mache ich ich mach mal keine ansprache weil wir sind der erste jetzt tust du dran sein das ist geliefert gespannend Beckel? Chemnitz! Ach komm, Luckenwalde! Fuck you! Nee, wir, wir, ihr Bastard! Ich hab's gesagt! Ich hab's gesagt! Ich hab's gesagt! Hm, das ist fast geschehen! Ich hab's gesagt! Hm, wir sind fast geschehen! Ich hab's gesagt! Oh, cool! Wo ist Luckenwalde? Wo liegt die Scheiße denn? Wo ist Luckenwalde? Weiß keiner! In der Nähe von Berlin, glaub ich! Ich glaub auch, im Nordosten! Aber sicher will ich mir nicht! Ich hab's gesagt! Also... Ja, Ausgabe, oder? Ähm... Ich hab's gesagt! Ich hab's gesagt! Aha! Da bin ich mir gespannt! sehe ich auch so. Ich bin sehr zufrieden. Guck mal, Wondolowski 1,0 wollte ich gar nicht aufstellen. 1,0! Du wolltest nicht mehr aufstellen. Freiberg aber auch nur 4,0, deswegen ich komme da raus für Dodge. Willst du, was ich mich manchmal frage? Wie gut schätzt, also die Benotung kommt ja von deinem Co-Trainer, wie gut ist der eigentlich darin? Ah ok, ich fände den Co-Trainer scheiße an sich, ich würde den nie selber aufstellen lassen, aber ich wusste nicht, dass die Benotung von dem kommt, ich dachte wirklich vom Spiel. Ich weiß, ich bin mir nicht sicher, ich glaube es, weil ein Stoß war glaube ich der Co-Trainer für Benotungen, aber... Ich glaube die Noten waren nicht vom Co-Trainer, das würde mich sehr wundern. Ich würde gerne loben, aber... Danach will ich dir eine Frage stellen zur Karl-Marx-Stadt, aber machen wir nach den Spielen, weil es so spannend ist. Okay. Ich war einmal da. Karl-Marx. Ja. Oh, der Torschützenkönig. Karl-King-Marx. Geil. Der nächste Jugendspieler, den ich kriege, heißt Karl-Marx, wenn er ein gutes Talent ist. Ich bin der Torschützenkönig. Nein! Ach, Freistürzen machen nicht mehr. Oh Gott! Nein! 11 Meter hab ich sogar. Okay. Ah, was? Kein... Was ist das denn toll? Hm, okay. Was ist das? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Kurt für Grimm und Knechtel für Okbidi und Schala. Ja, machen wir jetzt mal Dreiersturm. Es läuft so gut, da kann ich auch mit Dreiersturm spielen. So. Perfekto. Oh, machst du das 2-1? Wir werden sehen. Nein. Nein. Verdammt. Nein. Was? Das ist nicht gut, glaube ich. Das stimmt, glaube ich. Hier, Junge Al-Biol. Dem musst du eine Chance geben. Komm, jetzt. Alter. Ja. Ja. Geil. Tschiri, pfeife ab. Pfeife ab. Pfeife ab. Pfeife ab. Der will nicht abbeiften, Victor. Ah, hab ich noch einen Angriff, okay. Es gibt doch schon 20 Tore mehr als der zweite. Sogar. Oh, du hast noch eine Chance. Oh, bitte keine Kontersituation, oder? Ach, schade. Jetzt kommt ihr vorbei. Gut, super, super. Super, super. So, jetzt komme ich dazu, was ich zu Karl-Marc sagen wollte. Du kennst das Star Trek, ne? Ja, natürlich. Und da ist die Zukunft, der so bemalt, wie, glaube ich, Karl Marx und Friedrich Engels die Zukunft sich gewünscht hätten. Das ist das, diese Art von Kommunismus, was die sich gewünscht haben. Ein bisschen, ja, aber ich glaube, ohne den militantischen Zweig. Aber sonst gibt es recht. Ich meine, eigentlich mit Geld und so weiter. Das ist ein Beispiel, es gibt gar kein Geld in Star Trek. Und dass die Russen das missbraucht haben, braucht man ja nicht extra zu sagen. Ja, klar, aber das gilt ja für alle Kommunisten. Aber dass Karl Marx dann verherrlicht wird in den Staaten wie China zum Beispiel, was ja eigentlich nie Karl Marx... Was? Da bin ich mir gar nicht so sicher. Dass er verherrlicht wird, meinst du, oder? Ja, genau, ja. Meinst du? Okay, ich bin mir sicher, dass die das Staat umgebaut haben von denen. Okay, das habe ich noch nicht, dann wirst du mehr, dass es ist. Aber ja, kann sein. Kommt ihr nicht aus? Ursprünglich ist er in Wuppertal geboren, kann das sein? Weil ich habe irgendwo mal gelesen... Wo geboren ist, weiß ich nicht. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass eine Stadt in China angefragt hat, an die Geburtsstadt von Karl Marx, auf die da nicht eine Statue bauen können. Okay, was? Du bist dran. Nicht vergessen, nach 19. Spieltag bin ich fällig. Dann spielen wir nächste oder irgendwann mal weiter. Aber wir haben drei Spieltage, glaube ich. Machen wir so. Dann mit neuerem Patch und neuerem Abbild. Aber das läuft schon ziemlich gut. Das läuft gut, Gerard. Das hast du gut gemacht, Gerard. Stimmt. So, ich bin fast los. Ja, ich muss nicht mehr verlängern. Das passt. Wollen wir einen Jugendspieler hochziehen? Noch nicht. Oder? Aber die Talente sind halt beschissen. Kann ich denn überhaupt was bauen? Nee, ich kann auch nichts bauen. Nee, dann warte ich auf die Transferperiode ab. Was wollte ich jetzt gerade machen? Kündigen. Ich muss überlegen. Nee, nicht kündigen. Ich bin kein Chat. Ich will nach Leeds. Ich will nach City. Ich will nach Stuttgart. Ich will nach Gladbach. Ich will nach Juve. Ja, 80 Mal Juve genau was. Ja, stimmt. Irgendwas habe ich vergessen. Aber ich komme nicht mehr drauf. Vielleicht komme ich noch mal drauf, wenn ich meinen Trainingsplan sehe. Wenn du verlierst, wenn du jetzt ein Spiel denkst, ach Scheibe. Ja, ich komme auch nicht mehr drauf. Scheiß drauf. Geht doch. Ah, bin ich dran. Okay. Dann hole ich mal den Benrohrer. Benrohrer. Renbohrer hätte ich was gesagt. Oh, das habe ich akzeptiert und nicht wandeln, oder? Ach, Scheiße. Ach, Scheiße. Aber wie ist das, was mich wirklich gerade ärgert? Warten. Dass wir das nicht richtig geplant haben. Geplant? Ach so, das Spiel heute. Ich hätte viel lieber auf dem aktuellen Stand gespielt. Ja, stimmt. Was ist jetzt kein Weltuntergang? Ja, aber es nervt ein bisschen. Och, finde ich jetzt noch so nervig. Kopfplatzwohnen, die kenne ich gar nicht. Wer ist denn, die ist Köhler? Ist das? Keine Ahnung. Aber gut, dass der Kicker drüber berichtet. Ja, jedenfalls gegen Emily Cottbus. Aber du bist jetzt schon gegen Altkliniker. Das war mein erster Gegner, glaube ich. Ich kann mir jetzt den Kotbus. Ich mach mal Wondelowski und Breitfeller. Ich mach keine Ansprache, weil das so gut läuft bisher. Ja. 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 Nein, nicht Cottbus, bitte nicht. Hört auf. Das muss ich Einsatzhör machen, mal jetzt. Mal jetzt schon Einsatzhör. Oh, die mussten jetzt scheiße. Oh, oh, oh. Ja. Oh. 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 Wie fandest du eigentlich die PK-Staffel? Die erste war nicht so gut. Zudach wurde es besser. Ach so. Ach so, du meisst die Serie PK? ich war kein film ich fand es schrott muss ich leider so hart sagen ja kann man so sehen aber in der zweiten staffel kommt Q vor da bin ich mal entspannt also ich keine ahnung ich hab dann mach mir da keine Hoffnung ne ich auch nicht die Filme waren ja schon nicht gut das stimmt ja und Star Trek ist leider dafür bekannt viel Trash zu produzieren ja aber es ist keine Entschuldigung aber ja ich weiß was du was machst du da du hast irgendwas vor du hast du nichts vor ich bin echt lange getrunken aber die zwei spieltage danach schaffen du hast ja nicht mal Whisky getrunken ne das nicht aber ich hab mal sonst so 0,5 Gin Flasche leer das wundern mich ein bisschen ja ok das verstehe ich dann ja ah Chemnitz das bin ich Guck mal Bickel ist immer am Ball Bickel ist mein man Bickel habe ich mal gewusst ja ja Bickel ja Bickel ja Bickel ja Bickel ich tue ich mal auswechseln so Bickel danke Bickel du bist King im Ring so jetzt tue ich mal Oliver Kurt für Casanidis einwechseln und Dodge ach ich hab Probleme mit Linken Mittelfeld die sind alle immer so schlecht aber ich hab keinen nicht einwechseln kann ich lass ich den ey wo ist ein Freiberger das hat er eine rote Karte bekommen ja ach so weiß ich so keine Ahnung ist egal deswegen schwirren wir weiter Astfel oder Ausdrehen 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 du Bruder Bickel Nein nicht Kurt Wurz nein Bickel wieder Freistoß ach Bickel 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 Bic Hier im Titel ist der Tor von Dreifelder, naja. Sehr schön auf Freistoß. Na, nochmal Bickel. Bickel, hast du wieder einen Geniestreif? Pfeif ab! So sehen Sieger aus, schalalalala. So sehen Sieger aus, schalalalala. Guck mal, B6, der ist richtig geil. Das ist gut, also hätte ich nicht erwartet. Guck mal, aber die sind da auch relativ zügig dran mit den Punkten. Außer da eine Abiturstadt. Ja. Fürstenweide, die waren noch erster. Die waren erst da, Fürstenweide, geil. Die waren erst in der Weile, ja. Guck mal, ich habe sieben Punkte Vorsprung. Sieben Punkte Vorsprung. Also, wenn ich nicht aufsteige, rast ich aus. Lass mal die Hinderunde spielen. Also noch, ne, wir haben, genau, 18. und 19. später. Die beiden hatten wir gewusst. So, noch zwei Spiele und dann hören wir auf, weil ich betrunken und müde werde. Das gebe ich gar nicht zu. Ich gebe zu. Alles gut. Wir sind alle nicht mehr die Jüngsten. Ich bin nur menschlich und alt. Und wunderschön, hast du vergessen. Auf jeden Fall. Wenn ich so manchmal in Steam reingucke, unglaublich. So, du bist dran. Ah, gegen Hertha 2. Gegen die hast du auch gespielt. Und verloren, glaube ich. Kann sein. Ich gehe mal zur Weiterbildung. Das schadet nie. Ne, das schadet nie. Und Fanabteilung schicke ich mal den Bickel, der heißt gut und beliebt. Und gehe zur Charity. Ja, du. Ah, die Berliner Abschlussklassemusik. So. Die Maus, Alter. So, manchmal eine Windows-Taste. Lass doch bleiben. Gott. Das ist super Musik. Super gemacht, der hier hat. Und Rolf Langberg. Ja. Guckt euch an, mein Prinzip liebt mich. Breitfelder immer noch erster Platz. Mit einem Tor Vorsprung. Ein Tor nur Vorsprung. Aber der hat lange. Ja, der hat viel weniger Tore gemacht. Oh, Dibi denn? Dein Ersatz. Dein Ersatzspieler ist zweiter Platz beim Roller. Schaller oder wer? Na, siehst du doch. Oder siehst du nicht, was ich sehe? Ach, Pickel meinst du? Ne, ich mein' Odibi. Den kenn ich gar nicht. Warte, ich muss meine Windows-Taste wieder wegmachen. Moment. Äh, was? Der? Was? Der Zweiter in der Vorlage. Der Spiel ist doch gar kein Stopp-Spieler. Aber wie? Was hat das denn? Das habe ich gerade gesagt. Ich versteh's nicht. Ich versteh's nicht, aber gut. Da fühl ich mich genauso wie... Das ist wahnsinnig. Das sowieso, aber du spielst auch gut. Muss man ja auch sagen. Ja, aber es ist einfach zu leicht. Mit Chemnitz wirst du nicht fünfmal in Folge Meister, das ist Fakt. Nö, ist ja auch gut so. Das kotzt mich auch ein bisschen an. Und ich habe mit Bochum nicht viel Gutes gemacht. Berlin. So, Breitfelder will ich unbedingt aufstellen für Schala. Oh, Bidi, der ist ja doch der Topscorer. Dann kommt er. Oh, guck mal, das ist der zweite Vorlagegeber der Liga. Unglaublich, ne? Unglaublich. Das reicht's doch. Das mag ich so an diesem ganzen Statistiken-Scheiß. Man kann viel von ablesen. Keine Experimente. So, ich gegen Berliner Spaßfein. Ich muss auch nach Berlin. Wir sind in der selben Stadt. Das stimmt. Ich hasse die Systeme eigentlich, aber... Ach, die haben das ja jetzt behoben mit den Nebenpositionen. Da kann ich ja langsam wirklich ein Vibro aufbauen. Genau, die haben das ordentlich gemacht, das stimmt. Dauert halb 22 Spiele, wie ich die Erfahrung gemacht habe. Aber wird sich bestimmt lohnen, mit Libero zu spielen. Aber, glaub ich, Libero, die Position gibt's gar nicht mehr. Und trotzdem gibt's noch im Spiel Libero. Das ist auf jeden Fall eine Anschluss-Greihe. Ja, aber ich find's eigentlich geil, weil... Warum sollte man die Spiele einschränken, ne? Ja, aber was ist der Unterschied zwischen Libero und Innenverteidiger? Ja, es gibt gar keinen Unterschied eigentlich. Heutzutage. Ich glaub... Ja, heutzutage wahrscheinlich nicht. Bestimmt. So, jetzt gucken wir uns das mal kurz an hier, das System. Wir greifen auf jeden Fall die Schwachstelle an. Wir machen auch eine Ansprache, wobei wir sind auswärts. Das hat mich aufgeregt im Spiel. Ich hatte Bochum halt, ich hab ein Elfer-Spieler in die zweite Mannschaft geschoben. Und der Trainer von der zweiten Mannschaft hat ihn nie aufgestellt. Krass. Aber ja, das Problem hatte ich auch schon, ja. Mein Top-Torwart, den ich verpflichtet hab aus Japan, wurde einfach nicht aufgestellt. Und da sind die sogar abgeschrieben. Aber Gerrit hat ja geschrieben, der plant ordentlich Updates für die zweite Mannschaft. Okay. Was auch echt gut ist, weil bei Dynamo funktioniert es überhaupt nicht mit der zweiten Mannschaft, was Ubleveln angeht. Ja, sehe ich genauso. Weil dann muss ich sie schon wieder in die erste Mannschaft holen, dann muss ich sie immer einwechseln. Na ja. Kommt er rein. Oh! Hört auf. Du weh. Oh! Oh! Tück mal, der Rettet euch. Ich lass es liegen. Da hast du Glück, der Rettet. So. Schicht. Hä? Diese Arsch-Wixer, ich kotze mich jetzt ins Knie, ey. Ok, Halbzeit, so, ähm, läuft gut, und du läufst so ein Breitfeller, ich tue mal den Schaller rein für Kurt, mit drei Spürmann für den Spielen, und den Obdidi, der 4,0, und der Erste Topscorer? Ich verstehe es nicht. Ich spiele zum ersten Mal jetzt Stamm, egal. Moment, der ist nicht der Topscorer? Doch, Obdidi ist er. Er ist ja der zweitbeste Vorlagegeber der Liga. Ja, aber das ist ja viel für einen, der nie Stamm spielt, der zum ersten Mal heute Stamm. Ja, also für mich ist es das größte Talent in der Mannschaft. Wie alt ist er denn? Moment, Obdidi ist 19 Jahre erst alt, wow! Okay, dann spielt er weiter. Dann lass ich mal das so. Ich spiele so weiter. Hört auf, wer? Wer änderst du? Wer, lieber? Du Arsch! Du Arschloch! Du Nasenbär! Jetzt aber, jetzt aber! Hertha 2! Die haben Elfmeter! Oh Gott! Nein! Ach Scheiße! Scheiß drauf! Maul, ihr verfickten! Basta! Zwölfte Minute erst? Ah, ne! Äh, das war 60. Äh, ja. Also, UM spielt schon wieder Scheiße. Das ist erstmal eine zweite Mia, ja. Strom kann ich eigentlich durchwechseln. LM gibt nichts. Love. Ja. Ich fick dir dein Gesicht, Alter! Widovic für... Ne, mein Innenverteidiger sind gut drauf. Darch! Darch, du... Ich hab kein Ding im Mittelfeld, dann bleibst du noch spielen. Oh, Bidi, tut mir leid. Du bist der Top-Score, der zweite Top-Score, den ich habe. Dann bleibst... Ne, Schimmel. Schimmel kommt da rein. Ich hab... Im Sturm kann ich auch nichts mehr machen, außer Rocha einwechseln. Tu ich mal Rocha rein für... Schalle. Nein! Nein! Maul! Maul, 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 Maul! Oh, einer geht noch, rufen die verfickten Fans. Halt die... die Fresse, ihr missgeburten Berliner Wichser. Die beste Currywurst kommt aus, wo geht. Ihr Bastarde. Doch, das ist die vernünftigsten Mia-Lager heute, die ich hier in mir fest habe. Ne, das ist dreist. Das ist für Fick doch mal dreist, auch wenn das ein Tor wird. Ach, Fick euch! Gott! Alter! Kann man knicken. Verloren. Ne, das war... Ist das noch gut? Das war für uns... Das war für uns beide nicht gut. In Berlin haben wir nichts geholt. Heute. Ne, da haben wir beide auf die Fresse gefickt. Alter, was soll die Scheiße? Was fällt euch ein? Was? Aber wenigstens habe ich jetzt so eine Feueransprache für das letzte Spiel. Ja, wenigstens das. Gut, Zuschauer 72. 72 Zuschauer. Scheißhärter 2. Und dann haben die immer noch Heimvorteile, was? Ja. Ey, das ist dreist. Oh, neue Position. Das war der Okbidi. Der Okbidi hatte neue Position gelernt. Okay. Und ich kann jemanden verkaufen. Und zwar den, den ich nicht kenne. Dann tue ich das gern. Und dann gucke ich mal, wegen Okbidi, welche Stärke der auf rechts hin hat. Ja, 3 von 0 noch. Aber deswegen ist er seine Hauptposition jetzt. So, und ich gehe zur Weiterbildung. Und dann kommt das letzte Spiel für heute und dann hören wir auf. Jawohl. Ne? Ja. Und ich bin sehr, sehr glücklich darüber, wie sich das entwickelt hat. Es ist ein super Hot Seat Spiel. Es ist super. Seit ich's wusste, ja. Ach, du bist ganz schön. Bede ist sie wie, alter. Hä? Was? Wie kommst du denn auf die? Ach, die interessieren sich für dich. So ein Blödsinn. Die haben Interesse. Das ist Bullshit. Das ist Bullshit. Wieso? Die haben mir ja kein Angebot gemacht. Aber interessieren sie mich. So ist es ja nicht. Aber klar, ich bin halt der beste Mann. Kannst du Spanisch? Nein, du hast keine Kontakte in Spanien. Nee, ich kann kein Spanisch. Ich kann nur Englisch. Na gut, wenn es dir via das meint. Nee, ja, ich wechsle ja nicht. Ist eh egal. Vor allem, die haben viel mehr... Was ich komisch finde, ist, die Talente sind viel höher als bei Dresden. Irgendwie sieht das wirklich viel höher aus. Also normal war es ja nicht so, aber gut. So, wir gehen zum Meeting. Ist klar. Ich brauche kein Datenanalyse. Ja, eine Feier machen wir auf jeden Fall. So, was braucht man denn noch? Pressing brauchen wir auf jeden Fall auch noch. Hier machen wir Rollung. Hier individuelle Fähigkeiten. Abseitsvolle Dribbling. Weiter geht's. Oh, komisch ist das dran. Ach, stimmt, verkaufen. Was? Die wollten noch über 100.000 spielen. Ne, ne. Tomulatik brauchen Keeper. Ne, nein. Frechheit. Ja, stimmt. Die haben ihr Angebot gesenkt. Ja, das ist eine Frechheit. Das ist dreist. Da gibt's recht, ja. So, Babelsberg. Ah, du bist dran. So, letztes Spiel. Und dann machen wir für heute Feierabend. Jawohl. Weißt du wirklich nichts? Mhm. Moment, wo ist mein... Hä? Am Borussus ist es vielleicht... Ach, ne, der rutscht da. Ja, das ist schon mal... Na, das ist schon mal super scheiße. Das ist schon mal super scheiße. Ja, du musst dran, das ist klar. Der Rest passt. Glaub ich. Ich glaub schon. Oh, Sound Alerts sagt... Lea Cias plate Fahrt für 5 Bits. Moment. Ich weiß nicht, was es bedeutet. Sound Alerts ist meine App. Sagt mir jetzt auch nichts bogisch. Lea Cias plate Ausrufezeichen Fahrt für 5 Bits. Heißt du, ich muss das kurz nicht? Ja, hörst du mal. Tempo. Oh, ne, ich spiel fiel keinen Fall kaum. Nice. Dann hast du jetzt für Token Musik. Lea Cias plate I want to be the very best. Ach, das war der. Der hat das gespielt. Nicht du. Oder bist du Lea Cias? Ich hab nix gemacht. Dann war der das. Der hat... Ach, der hat das Furzgeräusch für 5 Bits gekauft. Und Lea Cias hatte nach I want to be the very best for 10 Bits. Ich kenn mich mit dem Stich aus. Ich weiß nicht, was ich da eingeschaltet hab. Tut mir leid, Lea Cias. Aber wenn du Spaß dran hast. Perfekt. Achso, du bist sanft. Entschuldigung. Äh, ich bin gleich durch. Dann warst du das, Lea Cias. Danke, Lea Cias. Für dein... Für deine Bits. Oh, ich weiß nicht, was das bedeutet. Was bin ich dann noch, ne? Der hat Epa Euro gespendet. 1000 Bits in die Eure. Ah, Titanic, ja? Titanic auf die Flöte. Danke, die... Wie viel bist du denn? Okay. Okay, danke für die Titanic auf Flöte. Oder was ist das? Okay. Hier, um die besten Manager aller Zeiten zu sehen. Knechtel, ne, ich will den Ozi Tuka. Wie hat's der was? Ah, der ist... Ach, da hast du doch. Okay. Du hast wieder Freiberger rausgenommen. Wo ist Freiberger? Ach, der ist Fritz, der Wichser. Achso, okay. Dann nehm ich alles zurück, was ich gerade gesagt hab. Entschuldige mich bei deiner Mama. Nehm ich an. Und so, und ich will gegen Babelsberg ein normales, professionelles Spiel sehen. Zum Abschluss weiter. Ja, danke Leerzias für die Titanic-Flöte. Für fünf Bits. Oh, das geht ja schnell. Okay. I want to be the very best. Das ist ein Obo. Okay. 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 Könnt ihr eine Soldatsch heißen? Karl-Marx-Stadt. Na, 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 na. Karl-Marx-Stadt. Ryota. Ja, nie. Boah. Boah. Wentschel. Auf Kurs. Zu Hayasa. Jemals. Wentschel. Oh, Mann. Wentschel. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Das ist überraschend. Ich würde jetzt gerne acht Leute loben, aber ich kann es noch nicht, weil Geralt mein Lobmenü gefickt hat. Aber Geralt, ich danke dir trotzdem. Gern geschehen. I want to be the very best. Ab ihn nicht da. Ich führe 1 zu 0. Und auch Bidi, der zweite Topscorer, der auch ein Level, aber ne, der eine Position nicht erinnert bekommen hat. Hat nur 4,0. Und Darge auch nur. 4,0. Okay. Dann wechsel ich mich, du weißt. Dann kann ich mich wechseln. Noch nicht. Darge. Darge. Glorian, Viktoria. Ibas, Toro, Heimersa. Ryota, Ryota. Heber, der könnte, äh, fast. Du musst ja direkt in der Heber getreiben, ey. Ja, fast. Ich weiß nicht, was das war, aber ich kann mich erinnern, dass ich sowas freigeschaltet habe. Oh, das ist der Knopf, okay. Elias Löhler, okay. Und das könnte ich mir einmal gleich mal wechseln. Und ich tue folgendes tun. Was denn? Schimmel, ob Bidi, welche Note hast du, ob Bidi? 3,0? Lass dich verbessern, lass ich immer... Ne, ich hab mich verguckt. Ob Bidi hat 4,0. Deswegen lasse ich... Ob ich auch 4,0 Euro von dir kaufen? Ne, nein. Ich glaube, das Potenzial, deswegen behalte ich ihn. Man muss es probieren, man muss es probieren. Und Breitfelder, der ist gar nicht stammt, was soll die Scheiße? Kommt ihr für Schallerei? Ne, Schallerei 2,5. Dann tue ich den für... Dort ein wenig ist rein und in 3 Stunden wieder. Kurt, das ist eigentlich auch eine geile Aufstellung, so eine Pyramide so. Ne, finde ich nicht. 3 Stürmer sind mir zu viel. Ja, mir auch, aber... Vidovic für Hohen. Aber ich möchte hier für die Zuschauer anmerken, ich habe mit 3 Stürmer die Champions League gewonnen. Heute nicht. Nicht mit Germania-Karberstadt. Da hat Bogus recht, ja. Gleichfalls. Ungeschrächt. Nein. Was war das denn? Leute Chino Hernandez Nein Oh, nochmal Konter Ok Nochmal Konter Nochmal Konter Wow Das hatte ich nur nicht Ne, hab ich auch nicht Takao, der hat mir auch ein Liedspiel schon gehabt Also ne, der war von mir der Gegner Pfeif ab Pfeif ab Ja, Bickel, Bickel, Bickel Bickeljuice Du darfst nicht dreimal Bickeljuice sagen Sehr gut, Leute Sehr gut Ganz wichtiger Sieg Ok, das ist die Hinrunde 19 Spiele Du bist 6 Perfekter, geil Guck mal, du bist 6 Da haben wir Ich bin glücklich Ich bin Erster Ich bin auch glücklich Also wir können bald zufrieden sein Ja Ja Wir können zufrieden sein Und ich speichere mal für dich ab Obwohl das wahrscheinlich deine Spielstände sind Ich glaube, ich hol dir Also Oh, schön Sehr schön Ich lasse dich mal akzeptieren Gut Oh, wie in Lok Leipzig die Rückrunde ist Aber ne, das spielen wir das nächste Mal So Speichere Tatsächlich, das sind deine Deine Saves Und ich könnte deine Saves hier verwalten Manchmal auf Dynamo Band Nein, keine Sorge Da wäre ich böse Manchmal bogisch und crash, ne? Okay Und crash So, dann schließen wir, du spielst Ja Spiele beenden Und nochmal hier beenden Und du musst auch irgendwas machen, steht ja Nö, du spielst weg Ich muss nichts mehr wollen Da steht, bitte warten Die Eingabe ist vorübergehend Die Aktivierung Okay So Ich hab mir, weil das Spiel ist weg Also Hast du gemacht Jetzt schließe ich den Stream Und sage danke für alle Zugucker Bevor ich mich von dir verabschiede Danke und bis vielleicht nächste oder übernächste Woche oder irgendwann Weil ich hab Bock auf die Rückrunde Hast du auch Bock auf die Rückrunde? Ich hab Bock, Leute, ich hab Bock Ja, das ist eine Aussage Also Stream Ende Gute Hinrunde Für sechs Stunden oder so Und bis dann Ich hab mich von dir Und bis dann Ich hab mich von dir